1. Von Menschen im Krieg Die LibriVox-Aufnahme Die LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 1. Krieg von Andreas Watzko 1. Frisch Es ist 2. Kriegsjahres. Im Lazarettgarten einer kleinen österreichischen Provinzstadt, die am Fuße bewaldeter Hügel, wie hinter einer spanischen Wand verkrochen, ihr verschlafen friedfertiges Dreinschauen noch immer nicht abgelegt hatte. In den Motiven rollten die schwerbeladenen Züge mit singenden, geschmückten Soldaten, mit hochgeschichteten Heuballen, schüttendem Schlachtvieh, sorgfältig verschlossenen, finsteren Wagen mit Munition zur Front hinaus. Und langsam die anderen heimwert, gezeichnet mit dem blutenden Kreuz, das der Krieg über Wände und Insassen geworfen. 1. Durchalte die große Wut des Städtchens, ohne seine Ruhe verscheuchen zu können, als hätten die niederen, hellgetünchten Häuser mit den zopfig verschnörkelten Fassaden stillschweigend das kluge Übereinkommen getroffen, den anspruchsvollen, lärmenden Gesellen, der da das unterste zuoberst kehrte, vornehm zu ignorieren. 2. Die Kinder ungestört, mit den großen, rostroten Blättern der alten Kastanien, Frauen standen schwatzend vor den Ladentüren, in jedem Gässchen schwebte irgendwo ein Mädchen mit buntem Kopftuch und rieb eine Fensterscheibe blank. 3. Talfahnen, die auf Schritt und Tritt von den Häusern wehten, 4. Da vielen Tafeln, Aufschriften und Wegweiser, die da eindringend im wehrlosen Städtchen ins Antlitz geheftet, 4. Da, kaum 50 Kilometer hinter dem Gemetzel, dessen Schein in klaren Nächten, theatervoll über den Horizont zuckte, der reden immer noch in Permanenz. 4. Für Augenblicke, der Strom der schweren, fauchenden Kraftwagen und rasselnden Fuhrwerke versiegte, kein Zug über die Eisenbahnbrücke polterte und zufällig auch kein Trompetensignal und kein Sebelklären kriegerisch tat, 5. Dann steckte das trotzige kleine Nest blitzschnell sein gutmütig stumpfsinniges Provinzgesicht auf und sich vor dem nächsten Generalstabsauto, das mit wichtig-tourischer Schnelle um die Ecke bog, signiert hinter die schlecht sitzende Soldatenmaske zu vergriechen. 5. Da, ferne die Kanonen, als kauerte eine ungeheure Dogge irgendwo tief unter der Erde, sprungbereit den Himmel anknurren. 6. Das dumpfe Bellen der großen Mörser klang herüber, wie schweres Husten aus der Krankenstube, die Wenden schreckt, mit rotgeweinten Augen nebenan zum Sterbenden hinüberlauschen. 7. In den niederen Häusereien zuckten klirrend zusammen, hochten erschüttert auf, wo oft dies Husten dem Boden krampfte, als sege die Kriegsnot wie ein Alp, würgend auf der Brust der Welt. 8. Die Straßen einander in die Augen, schäferig, blinzeln dem Widerschein der Nachtlämmchen, die drin ihre fröhlich, huschenden Schatten über dichtgereite Betten jagten. 9. Schreie, schönen, sandten die notgepfropften Räume in die Nacht hinaus. 10. Menschlicher Laut, der durch die offenen Fenster drang, wie ein wütender Angriff die Stille an, 11. Wilde Anklage gegen den Krieg, der da vorne seine Arbeit tat und zerfetzte Menschenleiber, wie Abfall hinter sich warf, alle Häuser mit seinem blutigen Kehrrecht füllend. 10. Schmiedeeisernen Brunnen auf den Plätzen, rauschten doch gleichmütig weiter. 11. Mit beruhigender Ausdauer von den Tagen ihrer Jugend, da die Menschen noch Zeit und Sorgfalt für edelgeschwungene Linien gehabt, 11. Krieg eine Angelegenheit für Fürsten und Abenteurer gewesen. 12. Mit jedem Schnörkel und jeder Ecke strömte das Märchen, lief auf leisen Sohlen von Frieden und Behagen flüsternd, 13. Wie eine unsichtbare Glatschbase durch alle Gässchen. 14. Und die greisen Kastanienbäume nickten zustimmend, strichen mit dem Schatten ihrer gespreizten Finger, 15. besänftigend über die erschrockenen Fassaden. 15. So dicht wucherte die Vergangenheit aus den rissigen Mauern, 16. das Jeden, der in ihren Kreis trat, 16. Brunnenrauschen den Kanonendonnen übertönte, 16. Die Kranken und Wunden besänftigt hinaushorchten vom heißen Lager in die geschwätzige Nacht. 17. Welche Männer, die man auf wippenden Bahnen durchs Städtchen trug, 17. die Hölle vergaßen, aus der sie kamen, 17. und selbst die schwer bepackten Opfer 17. im nächtlichen Eilmarsch ströhnend vorbeizogen, 18. milde wurden für eine Wegspanne, 18. als sie dem Frieden begegnet 19. und ihrem eigenen, unbewaffneten Ich 19. im Schatten der Pfeiler und blumengeschmückten Erker. 20. Er ging dem Kriege wie dem Fluss, 21. der von Norden her in tobender Eile aus den Bergen kam, 21. schäumend vor Wut über jedes Steinchen, das ihm den Weg vertat. 21. am anderen Ende, bei den letzten Häusern, 21. donft gerührt Abschied nahm von der Stadt, 22. er ist gebändigt, 22. reise plätschernd, 23. wie auf Fußspitzen, 23. eingeschläfert von all der Verträumtheit, 24. die er gespiegelt. 25. brate ins weite Wiesenfeld hinaus, 25. einen Bogen schlingend um das Garnisonsspital, 26. das im Schatten dickleibiger Platanen 26. wie auf einer Insel stand. 26. er mischte sich das Murmel der Trägenflut 27. in das Rascheln der Blätter, 27. als stimmte der Garten, 27. wenn die Dämmung auf ihn fiel, 28. mitleidig ein Schlummerlied an, 29. für die Geschundenen, 29. die da in Reih und Glied zu leiden hatten, 30. bis in den Tod hinein, 30. bis ans Grab, 31. dass man sich verunglückte Schuhmacher, 31. Klimpnergesellen, 31. Bauernknechte und Schreibersälen, 31. mit großmäuligen Gewehrsalben 31. verscharte. 31. der Streich war eben verklungen, 32. Rache hielt die Runde, 32. sie über dem Schatten 31. der großen Alleen drei Nachtzügler auf 32. und jagte ihn ins Haus. 32. als es vielleicht Offiziere war's, 33. gemütlich polternd, 33. der Kommandant, 34. ein stämmiger Landsturmkorporal 34. mit der Krautenschläfen. 34. um neune, 34. und nur um seine Würde zu wahren, 34. fügte er mit schlecht gespielter 35. Bärbeißigkeit die Drohungen zu, 35. ist fällig oder net? 35. ist fällig oder net? 35. bei solchen Fällen übliche Drohungen, 35. dem einen oder anderen Beine zu machen, 36. schon ausgesprochen, 36. aus Gewohnheit. 36. sie im letzten Moment den Satz noch verbeißen, 37. schnitt dein Gesicht, 37. als hätte er sich verschluckt. 37. die nun ergebenden Mannschaftseingang zuhumpelten, 38. hätten wie es nichts einzuwenden gehabt, 38. als Beine machen. 38. sie tritt, 38. auf zusammen zwei Füßen 39. und klappernden Rücken, 39. als Regisseurhände, 39. letztlich um Symmetrie besorgt, 39. lebende Bild gestellt, 40. rechts einer, 40. den nur sein rechtes Bein behalten hatte, 40. sein Pendant, 41. dem linken Fuße hüpfend, 41. und in der Mitte schaukelte, 41. zu zwei hohen Krücken, 41. der armselige Rest eines Menschenleibes, 41. deren Hosenbeine 42. übers Kreuz auf die Brust gesteckt, 42. so kurz, 42. dass der ganze Mann 42. in einer Kinderwiege 42. Platz gefunden hätte, 42. mit den Fäusten, 42. wie geduckt unter der Last des Anblicks, 43. stand der Korporal der Gruppe nach, 43. könnte einen Fluch, 43. nicht gerade patriotisch klang, 44. und spähen weit im Bogen, 44. zischend durch die Vorderzähne. 44. schlug vom anderen Ende des Gartens 44. aus der Richtung des Offiziersflügels 45. schallendes Gelächter an sein Ohr, 45. verschieberstehen, 45. schlug vom anderen Ende des Gartens, 45. schlug vom anderen Ende des Gartens, 47. sein breites, gutmütiges 46. und ein breites, gutmütiges 46. Musik 47. saßen, 48. saßen summarizing Millennium 400 65 . 46 49. Saßen, 48 hahaha gt damentの貴 wi-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hause, sprachen vom Krieg und lachten, wie vergnügte Schulkinder, die freudig von überstandenen Prüfungsängsten schwatzten. Hier ist seine Pflicht getan, sein Teil abbekommen, und dass nun, im Schutze seiner Wunder, in molliger Erwartung auf Heimurlaub, Wiedersehen, gefeiert werden, und wenigstens zwei ganze Wochen als unnummerierter Mensch. Am Tag sagte der junge Leutnant, den sie Musulmann nannten, wegen seiner mohammedanischen Kopfbedeckung als Offizier eines Bosniakenregiments. Eine Hülse hatte in das linke Bein gebrochen und gründlich, denn es lag seit Wochen schon verschieden und eingewickelt in starrer Gipshülse, sorgfältig gehegt von seinem Besitzer, der es auf Krücken gestützt, wie einen fremden, ihm anvertrauten Wertgegenstand mit sich trug. Der Musulmann sah zwei Herren, ein Rittmeister, der einzige Aktive in der Gesellschaft, einem Querschläger im rechten Arm und Artillerieoffizier, in Wiel, Privatdozent der Philosophie, der kurz Philosoph genannt, mit einer schon verheilenden Hasenscharte, die ihm ein Granatsplitter in die Oberlippe gerissen. Die mit den zwei Damen auf der Bank, die an der Mauer stand, seien die Unterhaltung. Der Sturmleutnant, mit gerichtetem Hinterkopf, bekannter Opernkomponist in Zivil, das versunken, mit zuckenden Gliedern und unstetirrenden Augen auf seiner Bank, um Anteil zu nehmen am Gespräch. Er war vor einer Woche erst eingeliefert worden, mit einer schweren Nervenerschütterung, die er sich auf dem Doberdo-Plateau geholt. Er hatte noch der Raum. Wie hinbrütend, ließ er willenlos alles mit sich geschehen. Geh zu Bett oder saß im Garten, von den anderen wie durch eine unsichtbare Wand getrennt, auf die er stirrte. Seiner hübschen, blonden Frau hatte die Vision des grausenden Erlebnisses, das ihn aus dem Gleichgewicht gebracht, für keinen Augenblick verscheuchen können. Kinn auf der Brust ließ er die geflüsterten Kose-Worte seiner Frau ohne ein Lächeln über sich ergehen. Wie von einem Krampf gepackt, gepeinigt beiseite, so oft sie, mit endlich viel Liebe in den Fingerspitzen, ächstlich eine Berührung mit seinen armen, zitterten Händen suchte, über die zärtlichkeitshungrigen Wangen der kleinen Frau, die so tapfer durch alle Sperrzonen gekämpft hatte, bis zum Spital im Kriegsgebiet, und nun, nach der lösenden Freude, den Mann lebend und stümmelt wiedergefunden zu haben, plötzlich einen rätselhaften Widerstand spürte, ein letztes, unerwartetes Hindernis, das sie nicht mehr wegbetteln, nicht wegweinen konnte, und das doch da war, die unbarmherzig von dem Ersehnten trennte. In der Freiheit saß sie lauernd neben ihm, zermaterte sich das Hirn, ohne eine Erklärung finden zu können für die Feindschaft, die es ihm strahlte. Sie hatten die Finsternis, die Hände gingen immer wieder den gleichen Weg, sich schüchter und vorwärts tastend, um wie versenkt zurückzusucken, wenn sein gehässiges Ausweichen sie von neuem in Verzweiflung stürzte. Er so den Schmerz verbeißen zu müssen, nicht mit einem vorwurfsvollen Aufschrei ihrem Manne das Geheimnis entreißen zu können, das er in seinem Elend noch so trotzig zwischen sich und seine einzige Stütze schob. Auch mit geheuchelter Fröhlichkeit über das glückliche Wiedersehen teilzunehmen an der leichtfertigen Unterhaltung. Immer wieder etwas widern müssen, und nicht die Geduld zu verlieren über das ewige Kichern der anderen. Ehrlich, hatte es leicht, ein Mann geborgen bei einem höheren Kommando hinter der Front und war der Langeweile ihres kinderlosen Hauses hierher entflohen, in das ereignisreiche Leben des Spitals. Sieben Uhr abends saß sie, aufbruchbereit, mit Hut und Jacke, ließ immer wieder zum Bleiben bewegen und schäkerte lustig drauf los, als wüsste sie nichts mehr von all den Qualen, die sie tagsüber in dem Hause gesehen, an das sie den Rücken lehnte. Frau atmete auf, als die Dunkelheit so dicht geworden war, dass sie unauffällig abrücken konnte von der frivolen Schwätzerin. Trotz des aufreißenden Gekutters, der wichtig-tourischen Miene, mit der sie von ihren Schwesternpflichten sprach, durchrungen von einem Gefühl, das sie ohne ihr Wissen hoch über sie selbst emporhob. die über alles Weibliche hereinbrach, als den Männern die schwere Stunde geschlagen, doch auch sie. Bei Männern, in deren Kreise sie jetzt mollig in Rätselarten plätscherte, hatte sie, wie tausend andere, gut überströmt, unbeholfen, vor Schmerzen wimmernd gesehen, und etwas von der Freude der Henne, deren Küken Flüge werden, quärmte ihre Korketterie. Kriechend, kriechend, hungernd, Monat auf Monat den eigenen Tod austragen, die Frauen ihre Kinder, seit Dulden und Warten, Passive sich abfinden mit Gefahr und Schmerz, das Geschlecht gewechselt, führte die Frauen sich stark, und selbst in ihrer Lüsternheit klimmt noch ein wenig von der neuen Leidenschaft des Bemutterns. Eine andere Frau, eben erst angekommen aus einer Zone, in welcher der Krieg nur in Gesprächen lebt, ganz auf ihren einzigen Mann eingestellt, litt unter der geschlechtslosen Vertraulichkeit, die sich da im Schatten von Tod und Qualen breitmachte, im Lazarettgarten, den die Dunkelheit immer mehr verschlangen. Heim im Kriege Seine eigene Sprache, gemischt aus trotziger Lebensgefräßigkeit, einer paradoxen Milde in den Männern, geboren aus Übersättung an Ruheheit, einer seltsamen, geschwätzigen Kaltblutigkeit der Frau, die so viel von Blut und Sterben gehört, dass ihre ewige Neugier wie Härte und hysterische Grausamkeit klang. Da hechelten den Philosophen durch, spötteten wegwerfend über Wortfuchser, Tüftler und ähnliche Tagediebe und wollten sich kindisch über seine breit lächelnde Verlegenheit Frau Major, die aus weiblichem Anstand der wehrlosen Gutmütigkeit des Philosophen ihren Beistand lieh, während ihre Augen voll passionierter Zuneigung zu den anderen hinüberblitzten, und ihre Fäuste patzig im Munde führten. Oberleutnant in Ruhe Ab mit Gurend am Lachen Nicht, der ist scheußlich Die zwei ziehen sie ja doch nur auf Sie begütigend hinüber Der Philosoph schmunzelte phlegmatisch und schwieg Und man gab seinem Bein, das weiß schimmernd, einzig von ihm sich verblieb in der Finsternis Mit leisen Zähneknirschen, eine bessere Lage auf der Bank und lachte laut auf Was weiß denn der Philosoph vom Krieg, Frau Major? Der ist ja doch Artillerist Führt nur die Infanterie Was ist das, Frau Major? Ich, Schwester Engelberta Wie ein In der Gesicht wurde fast ernst für einen Augenblick Partillerie und Infanterie Das ist nämlich wie Mann und Frau Wir Infanteristen müssen das Kind auf die Welt bringen Wann ein Sieg geboren werden soll Die Infanterie hat das Vergnügen Wie ein Mann in der Liebe Hat stolz vor, wann das Kind schon aus der Taufe gehoben wird Habe ich nicht recht, Herr Rittmeister? Du bist ja jetzt auch Reiter zu Fuß In einer summarischen Anschauung gehörten Abgeordnete, die nicht genug Geld fürs Militär bewilligten Soziisten und Pazifisten Kurz, alles was sprach, schrieb, überflüssige Worte machte und vom Gescheitsein lebte In dem gleichen Kapitel Bücherwurm Wie der Philosoph Mit seiner überschrieenen Stimme Die Artillerie ist so ein Philosoph Grazrechte Auf dem Berg oben hocken und zuschauen Sonst tun sie eigentlich nichts Man muss nicht unsere eigenen Leute zusammenschießen Die Kratzlmacher von uns Seien mir immer leicht fertig geworden Aber euch Meuchelmörder im Rücken Habe ich immer einen Mordsrespekt gehabt Jetzt hört's endlich auf, vom Krieg zu reden Sonst geh ich schlafen Da sitzt man endlich mit zwei reizenden Damen Sieht nach langer Zeit wieder ein Gesicht Ohne Bartstoppeln Und ihr spricht's immer noch von der dammischen Schießerei Herr Gott Zu mir in Lazarett zog Das erste blonde Mädel reingekommen ist Mit einem weißen Haarweil Auf dem Wuschelkopf Ich hätte es am liebsten bei der Hand genommen Und immer nur angeschaut Das Wort Frau Major Das Bisslschießen wird einem höchsten Fahrt mit der Zeit Die Haarstilen sind schon Ärger Aber das Ärgste ist das vollkommene Fehlen der Holdenweiblichkeit Elf Monate lang nix als Männer sehen Und dann auf einmal wieder so ein helles, liebes Frauenstimmerl hören Das ist doch's Schönste Lohnt sich's schon, in den Krieg zu gehen Zulman verzog sein bewegliches, von Jugend blitzendes Gesicht Zu einer Grimasse Dann Herr Rittmeister Wenn ich aufrichtig sein soll Badet werden Dann mit dem frischen Verband In saubere, weiße Bett hinein Und wissen, dass man seine Ruhe haben wird Für ein paar Wochen Das ist ein Sackfühl, wie Der hat überhaupt keinen Vergleich Einmal Damen sehen Ist eigentlich auch sehr schön Der Philosoph Hatte seinen runden, fleischigen Epicurea-Kopf Schief auf die Schultern gelegt Seine kleinen, listigen Augen Bekamen einen feuchten Glanz Er hatte hinüber, wo ein heller Fleck In dem fast greifbar gewordenen Finsternis Das weiße Kleid der Frau Major vermuten ließ Und hub in einem leise singenden Ton Ganz langsam zu erzählen an Das letzte ist Finde ich Die Stille Wenn man da oben In den Bergen gelegen ist Jeder Schuss Fünfmal hin und her Geworfen wird Und dann ist es auf einmal Ganz still Kein Heulen Kein Heulen Kein Donnern Nichts als eine herrliche Stille Der man zuhören kann Wie ein Musikstück Die ersten Nächte Sitzen durchwacht Und die Ohren Gespitzt auf dieses Schweigen Wie auf eine Melodie Die man von weitem erhaschen will Ich glaube Ich habe sogar ein wenig geheult So schön war's Zuzuhören Dass man gar nichts mehr hört Die Zigarette weg Wie ein Komet Funken sprühend Durch die Nacht flog Und schlug sich Klatschend auf den Schenkel So Rief er höhnisch Was verstanden Frau Major Du hören Dass man nix hört Das heißt man Philosophie Noch was schöneres du Nämlich Nicht zu hören Was man hört Anders Man so einen Philosophischen Stiefel Zu hören gibt Man lachte Die Gehänselte Lächelte gutmütig mit Es durchdrängt Von dem Frieden Der aus der schlafenden Stadt In den herbstlichen Garten Herüberwehte Und die aggressiven Scherze Des Rittmeisters Perlten an ihm ab Wie alles Was geeignet gewesen wäre Die Süße der wenigen Tage Die ihn von der Rückkehr An die Front Noch trennten Zu mindern Die Zeit ausgenießen Hebig Mit geschlossenen Augen Ein Kind Das ins finstere Zimmer muss Die Frau Major Beugte sich vor Das Schönste Gehen also die Meinungen auseinander Sagt sie Und die Atem ging rascher Aber das Grässlichste Das sie draußen erlebt haben Sie sagen Das Sommelfeuer Wäre das Grässlichste Viele können den ersten Den sie fallen gesehen haben Nicht verwinden An den die Frage gerichtet war Schiet ein gequältes Gesicht Das Thema passte so gar nicht In sein Programm Er suchte noch Nach einer ausweichenden Antwort Als ein unverständlicher Röchelnder Ausruf Alle Augen in die Ecke zog In welcher der Landsturmoffizier Und seine Frau saßen Er war fast schon vergessen In der Dunkelheit Und wechselte erschrockene Blicke Als der torkelnde Mann Mit den erloschenen Augen Die zerbrochene Gliederpuppe Deren Stimme kaum einer kannte Jetzt im kreienden Diskant Hastig zu reden anfing Grässlich ist nur der Abmarsch Rief er Man geht Das ist grässlich Irgendes Schweigen folgte seinen Worten Sein ewig fröhlicher Gesicht Des Musulmannes erstarrte In peinlicher Verlegenheit Er kam so unerwartet Er kam so unverständlich Und hatte Gleich durch das Vibrieren der Stimme Aus dem zitternden Leib Oder den gurgelnden Nebenton Der wie überschrienes Schluchzen klang Doch alle an der Kehle gepackt Und die Pulse schneller schlagen Die Frau Sein Mann ankommen gesehen Auf eine Bahre geschnallt Weil ihn das Weinen so hoch schleuderte Dass die Träger nicht anders Seiner Herr werden konnten Unsagbar hässlich es hatte Jesus Den armen Teufel Halb um seinen Verstand gebracht Und Frau Major Durchzuckte je die Angst Vor einem Tobsuchtsanfall Den Rittmeister in den Arm Und rief mit geheuchelter Eile Um Gottes Willen Da klingelt ja schon die letzte Tramway Schnell Schnellkniediger Frau Wir müssen laufen Alle verstanden Die Frau Major Hatte sich in den Arm Der unglücklichen kleinen Frau Eingehakt Und drängte immer hastiger Die Stunde zu Fuß gehen bis zur Stadt Wenn wir die elektrische verpassen Am ganzen Leibe zitternd Beugte die Frau sich noch einmal Zu ihrem Mann hinab Um Abschied zu nehmen Er wusste genau Dass dieser Aufschrei ihr galt Seinen grimmigen Tödlichen Vorwurf enthielt Den sie nicht begriff Er musste ihren Mann zurückweichen Sich verkrampfen unter der Berührung ihrer Lippen Und schluchzte auf Mit grässlichen Gedanken An die endlose Nacht In dem frostigen Verwahrlosten Hotelzimmer Allein mit diesem quälenden Zweifel Ab dem Maior zog sie mit sich Sie zum Laufen Sie ist erst wieder los Als sie schon An der Torwache vorbei Auf die Straße traten Dann blickten ihnen nach Sie sahen die Figuren Im Scheine der Straßenlaterne Noch einmal auftauchen Horten im Sausen der Trambahn nach Der Mann griff nach seinen Krücken Er blieb dem Philosophen Bedeutungsvoll zu Sprach gehen von schlafen gehen Esther sah neugierig Auf den Kranken hinab Fühlte erbarmen Wollte dem armen Teufel Eine Freude machen Er klopfte ihm auf die Schulter Und sagte In seiner Burschikosenart Eine fesche Frau hast Das muss man schon sagen Moment Augenblick fuhr er erschrocken zurück Das kümmerliche Zusammengesogene Häufchen Auf der Bank Sprang plötzlich hoch Wie emporgeschnallt Von einer je erwachten Kraft Ja Ja Schneidige Frau Es greifend Über die zuckenden Lippen Mit einer Wut Die wie brodeln Die Worte schleuderte Er hat keine Träne Vergossen beim Einwagonieren Alle fesch Wie wir abmarschiert sind Auch die Frau Vom armen Dill Sieg Dem Rosen nachgeworfen In den Zug Und erst seit zwei Monaten Seine Frau Er licherte höhnisch Und schaltete die Fäuste Schwer ankämpfend Gegen die Tränen Die ihm in der Gurgel glühten Hosen Und auf Wiedersehen gerufen So patriotisch waren sie alle So liefer unser oberstem Dill Seine Frau sich so stramm gehalten hat Beim Abmarsch Am Verstehst du Zum Manöver Auf wieder auseinandergespreizten Beinen Stand der Leugnant jetzt aufrecht Schießt sich auf den Arm des Rittmeisters Und starrte ihn mit seinen unsteten Augen Erwartungsvoll ins Gesicht Geschehen ist dem Dill Geschehen ist dem Dill Dabei Was Rittmeister auf die Anderen Offen Riecht ihn nicht auf Mal den verlegen Müheul Fiel ihm der Kranke ins Wort Kaffend Mit unnatürlich hoher Stimme Nichts Was ihm geschehen ist dem Dill Nichts Wir gestanden wie jetzt Hatten mir grad das neue Bild zeigen wollen Das ihm seine Frau geschickt hat Tapfere Frau Seine gefasste Frau Das waren's alle Alles gefasst Und wie wir so stehen Steine 28 Eilen Von uns Gut 200 Schritt Hatten geschaut Auf einmal was schwarzes fliegen Und Dill Fallt um Mit dem Bild von seiner feschen Frau in der Hand Steckt ihm ein Stiefel Ein Bein Ein Stiefel Mit dem Bein von einem Drehensoldaten Den die 28er zerrissen hat Ganz von uns Den Rittmeister triumphierend an Sprach er weiter Mit hässigem Stolz in der Stimme Und doch ab und zu aussetzend Und verbrochen von einem merkwürdig kluxenden Stöhnen Mir gesagt Der arme Dill Mit dem Sporn im Schill So einem richtigen Kommissporn Wie ein Fünfkronenstück Das Bild von seiner Frau angeschaut Dass sie Sowas hat zugeben können Lieber Stiefel rausziehen müssen Zu Und herdrenn haben werden müssen Stück von seinem Gehirn mitgekommen ist Er ist eine Wurzeln Wie ein grauer Polyp Er kribiert da Auf dem Sporn Der Rittmeister Und fluchend ins Haus Einen anderen sahen ihm sehnsüchtig nach Einen konnten sie den Unglücklichen doch nicht lassen Er war Als der Rittmeister ihm den Arm entzog Erschöpft auf die Bank zurückgefallen Saß wimmernd Wie ein geschlagenes Kind Mit dem Kopf er auf der Lehne Als der Philosoph leise seine Schulter berührte Um ihn gut zuredend Zum Gehen zu bewegen Fuhl von Neuem auf Und brach in ein bellendes, hässliches Lachen aus Aber haben sie ihm rausgerissen Seine fesche Frau Zu viert haben wir gezogen Bis sie draußen war Aber ihn befreit Weg ist sie Weg Meine ist auch ausgerissen Werden ausgerissen Keine Frau gibt's Keine mehr Keine Kopf nach vorne Das tief traurige Gesicht rollten langsam die Tränen Auf dem Rücken tauchte der Rittmeister wieder auf Folgt von dem kleinen Sekundararzt Der die Nachtwache hatte Herr Leutnant Knallte Doktor mit forcierter Strenge Kranke warf den Kopf zurück Er hatte verständnisslos in das fremde Gesicht Als der Arzt den Satz mit gehobener Stimme wiederholte Reichteten seine Augen plötzlich auf Er rückte Zustimmen Natürlich Bieter eifrig und seufzt er schwer Alle müssen wir gehen Wer geht ist ein Feigling Und einen Feigling wollen sie nicht haben Das ist ja Versteht Sie sind Helden modern Die frische Frau Dill Hat einen Helden haben wollen Zu ihrem neuen Hut Dann hat der arme Dill sein Gehirn hinaustragen müssen Auch Du musst dich treten lassen Ins Gehirn treten Und schau zu Weil es so Mode ist Er bleib mühsam an der Banklehne hochgestemmt Er sah allen Umstehenden der Reihe nach Fragen ins Gesicht Auf die Stimmung wartend Ist traurig Leise Mit wieder ein Porschnellen der Stimme Eher Wut gepackt Schreit Das ist unheimlich Durch den Garten gelte Ist das nicht Betrug, ha? Nicht Betrug? War ich ein Messerstecher? Ein Raufbold? War ich ihr nicht recht Am Klavier? Und rücksichtsvoll Haben wir sein müssen Art fühlend Und einmal Weil die Mode gewechselt hat Wollen sie Mörder haben Willst du das? Ander wieder torkelnd da Meine Stimme sank allmählich Zu einem wehleidigen Klageton herab Der Press der Kehle Krölend Wie das Lallen eines Trunkenen klang Meine Träne war auch fesch Versteht sich? Meine Träne Gewartet Immer gewartet Wann sie zu schreien anfangen wird Wann sie mich endlich bitten wird Auszusteigen Nicht mitzufahren Weg zu sein Für Haben nicht den Mut gehabt Den Mut gehabt So fesch haben's sein wollen Mein Taschenduch gewinkt Binden Siebten Sich windend in die Höhe Als wollte er den Himmel Zum Zeugen anrufen So wissen Er leise Sich unvermittelt Wieder an den Philosophen wendend Die Täuschung War das grässlichste Abmarsch Nicht Das ist wie er sein muss Überrascht Dass er grausam ist War eine Überraschung Das war die Überraschung Lächeln können Und Rosen werfen Dass sie ihre Männer hergeben Ihre Kinder hergeben Ihre Buben Die sie tausendmal ins Bett gelegt Tausendmal zugedeckt Gestreichelt Aus sich selbst Aufgebaut haben Das war die Überraschung Dass sie uns hergegeben haben Dass sie uns geschickt haben Geschickt Geniert hätte Ohne einen Helden dazustehen Das war die größte Enttäuschung Mein Lieber Wir wären gegangen Wenn sie uns nicht geschickt hätten Den dümmsten Bauernburschen draußen Warum er eine Medaille haben möchte Der auf Urlaub geht Was er dann lieber hat Die Frauenzimmer Dann nachlaufen Wo er mit seiner Medaille Den anderen Die Weiber vor der Nase wegangeln kann Dann Nun Haben uns geschickt Der General hätte was machen können Wenn die Frauen uns nicht hätten In die Züge pfropfen lassen Wenn sie geschrien hätten Dass sie uns nicht mehr anschauen Wenn wir zu mördern werden Keiner wäre hinaus Wenn sie geschworen hätten Dass keine von ihnen ins Bett steigt Mit einem Mann Der Schädel gespalten Menschen erschossen Menschen erstochen hat Wenn sie sich nicht mehr anschauen Wenn sie sich nicht mehr anschauen Wenn sie glauben wollen Dass sie es so tragen können Das war Habe ich gedacht Sie halten sich noch zurück Wenn der erste Pfiff kommt Wenn sie aufschreien Werden uns herausreißen aus dem Zug Werden uns retten Wenn sie uns schützen können Und sie haben nur fesch sein wollen Die ganzen Welt nur fesch Und sie war nun wieder auf der Bank Geschüttelt von einem sanften Kummervollen Weinen Den Kopf wehmütig Hin und her rollend Auf der keuchenden Brust Hatte sich ein ganzer Kreis gebildet Auch der alte Landsturmkorporal stand da Neben dem Arzt Mit vier Wachsoldaten Bereit Jeden Augenblick einzugreifen Ziersflügel waren alle Fenster aufgeflammt Notdürft begleitete Figuren Beugten sich heraus Und sahen neugierig In den Garten hinab Oder ängstlich die fremden Teilnahmslosen Gesichter Die Handel gab keinen Laut mehr her Suchend nach dem Philosophen Den Brochen an seiner Seite stand Nötigen Augenblick für gekommen Schlafen Mit Tölpelhaft Versierter Gemütlichkeit Die Pfeiber sind nun mal so Was machen Um den Kranken im Gespräch Unbemerkt ins Haus zu locken Aber schon der nächste Satz Im vor Überraschung in der Kehle stecken Schlotterndes Skelett Von ihm und dem Philosophen Eben noch Wie ohnmächtig hatte er aufrichten lassen Sprang ruckartig hoch Die Arme auseinander Die beiden Die beiden Die ihn hatten stützen wollen Schrauchelnd in den Kreis Der Zuschauer flogen Den Knien wippend Wie ein Lastträger Mit schwerer Fracht im Nacken Und so hockend Mit schwellenden Adern Wiederholt er keifend vor Wut Die Worte des Doktors Nur mal so Nur mal so Zeit wandern Hast du nie was von Suffragetten gehört Die Minister geohrfeigt Museen in Brand gesteckt Sich an Laternenpfähle haben Anketten lassen Für das Stimmrecht Das Stimmrecht hörst du Und ihre Männer nicht Einen Laut Nicht einen Schrei Anholend Übermannt von wilder Würgender Verzweiflung Dann raffte er sich Noch einmal auf Und schrie Mühsam gegen das Schluchzen Ankämpfend Das ihn immer wieder Gurgelnd erfasste Aus tiefster Not Wie ein gehetztes Tier Wer einer gehört Die sich für ihren Mann Vor den Zug geworfen hat Hat eine Für uns Minister geohrfeigt Sich an die Schienen gebunden Einziger hat man Wegreißen müssen Der eine Hat gekämpft Nicht einer hat uns verteidigt Nicht einer hat sich gerührt In der ganzen Welt Verstopft haben sie uns Verstopft haben sie uns Schorn haben sie uns gegeben Wie im armen Dill Haben sie uns geschickt Schorn haben sie uns geschickt Für ihre Eitelkeit Sie werden ausgerissen wie Unkraut Mit der Wurzel Zuziehen Wie ein Dill Mit Da aus Da Auf meinen Kopf Wie keine Frau Sie Sie Sausse Seine Faust Wie ein Hammer Auf den eigenen Schädel Griffen seine gekrümmten Finger Erbarmungslos In den spärlichen Haarwuchs Am Hinterkopf Wie er Aufbrüllen vor Schmerz Einen ganzen Büschel Herausgerissen In die Höhe hielt Im Augenblick Lagen auf einen Wink des Arztes Die vier Wachsoldaten Schon keuchend Über ihn Er schrie Er nirschte Schlug um sich Strampelte sich frei Schüttelte sie ab Wie Glätten Auch der Korporal Und der Doktor Mussten mir zugreifen Dann erst gelang es Ihn ins Haus zu schleppen Ihm leerte sich Rasch der Garten Als letzter Humpelte der Muselmann Mit dem Philosophen An seiner Seite Dem Eingang zu Das Portal Blieb er stehen Im Schein der Laterne Arshaft Auf sein vergipses Bein Das wie leblos Zwischen den Krücken hing Das Philosoph Mein Haxen Doch lieber Wie dieser arme Teufel Schon das Ärgste Was einem draußen Passieren kann Lieber Gleich ganz weg Mit dem Kopf Dass er nochmal Wehren kann Das gutmütige Gesicht War aschfahl geworden Es schwammen in Tränen Er schlugte die Achseln Und half dem anderen Wortlos über die Treppe Als sie auf den Korridor Traten Hörten sie Weit irgendwo im Haus Noch Türen schlagen Und einen letzten Dumpfem Schrei Beziehersflügel Erloschen der Reihe nach Und bald lag der Garten Wie eine buschige Schwarze Insel In den Fluss geschmiegt Der lautlos Sich kräuselnd Vorbeizog Nun Brachte Ein Windstoß Ab und zu Wie das Echo Aus dem Westen Herüber Noch hatte der Kies Als die Patrouille Wer durch den Garten Zum Wachtgebäude Zurückmarschierte Er schlugte leise Und nästelte An seiner zerrissenen Bluse Anderen atmeten schwer Er schluchten sich Mit dem Handrücken Den Schweiß Von der roten Stirne Dann ging der alte Landsturmkorporal Die Pfeife im Mundwinkel Mit gesenktem Kopf Weil ihn die Hauptallee Einbog Flachte eben Ein heller Feuerschein Über den Himmel Und ein langes Rollen Das sich schließlich Knurrend in die Erde Verkoch Alle Fenster Erklirren Der Teufel Er schluchte Bis das Grollen Verstummt war Hob drohend Die geballte Faust Spie In weitem Bogen Zwischen durch die Zähne Und rumte Mit einem Ekel Der aus tiefster Seele kam Der Teufel Aufgenommen Von Julien Niedermeier Von Menschen im Krieg Von Andreas Latzko Die LibriVox-Aufnahme Ist in der Public Domain Und hatte die Kompanie Am Waldrande gerastet Nun Hauptmann Marschner Den Befehl zum Aufbruch Ja Trotz der mörderischen Hitze Ganz blass Und sah beiseite Während er Leutnant Weichsler Den Auftrag gab Dafür zu sorgen Dass innerhalb 10 Minuten Alles marschbereit sei Bis auf den letzten Mann Selbst überrumpelten Mit diesem Befehl Nun Das wusste er Gab es keinen Aufschub mehr Wenn er losließ Dann klappte alles Bezitterten vor diesem Knapp 20-jährigen Jungen Als wäre er Der leibhaftige Teufel Und manchmal Schien es dem Hauptmann Selbst schon Als hätte die baumlange Knochige Gestalt Wirklich etwas Unheimliches an sich Er hatte auch Nur ein Funken Wärme aus diesen Kleinen Stechenden Augen Die immer eine Flackernde Unruhe Spiegelten Immer wie im Fieber Glänzten Die ganzen Menschen Außer dem kleinen Schütteren Schnurrbart Über den verkniffenen Lippen Die sich nur auftaten Um mit hämischer Härte Die Bestrafung Eines Soldaten zu fordern Fast hat ihn Hauptmann Marschner Schon an seiner Seite Und hat ihn noch nie Lachen gehört Er hatte noch nichts Und seiner Familie Nicht woher er kam Ob er überhaupt Angehörige hatte Selten In kurzen Hastigen Sätzen Der Zischende Hervorstieß Wodeln einer Verbissenen Wut Die in ihm kochte Klang alles Was er sagte Und handelte immer Von Dienst Der Krieg Als gäbe es Außer diesen beiden Dingen Überhaupt nichts Auf der Welt Das Worte lohnte Hatte das Schicksal Den Streich gespielt Ihn das ganze Erste Kriegsjahr hindurch Im Hinterland Zurückzuhalten Und ein halb Monate Dauerte schon der Krieg Und Leutnant Weixler Hatte noch keinen Feind gesehen Die Kilometer War er nur Gleich zu Beginn Über die russische Grenze Gekommen Dann hatte ihn Der Typhus erwischt Ehe er Noch einen Schuss Abgefeuert Endlich an den Feind Von Marschner wusste Dass er ein Mannschaftsgewehr Für sich mitschleppen ließ Und seine gesamten Ersparnisse Für ein Zielfernrohr Geopfert hatte Um ganz auf Numerus sicher zu gehen Und genau zu wissen Wie viel Feinden Er das Lämpchen Ausgeblasen Geboren Seit man das Feuer Schon aus der Nähe Hörte Gesprächig Von einem nervösen Eifer getrieben Wie ein passionierter Jäger Wenn er die Fährte aufnimmt Da Bald dort Aus dem Gedränge Auftauchen Wand er sich ab Wollte es nicht sehen Wie der Kerl Seine armen Totenmüden Leute Drangsalierte Sie anfuhr Genau wie ein Kläffernder Schäferhund Der die Herde Zusammentreibt Ehe die 10 Minuten Vergangen waren Würde die Kompanie Gestellt sein Besorgte Weichs als Ungeduld Und noch länger zu zaudern Kein Mehr Schweren Entschluss Weit hinaus Auszuschieben Einen tiefen Atemzug Und merkwürdig Gespannten Weit aufgerissenen Augen Zum Himmel hinauf Aufsichts des steilen Hügels Die jetzt noch die Aussicht Auf das Gefechtsfeld Versperrte Takten In atemloser Eile Unsichtbar Die Maschinengewehre Kaum eine Spanne hoch Über dem Rande Der Böschung Schwebten Dicht Gäht Kleine gelbe Weiße Päckchen Wie hochgeworfene Schneeballen In der Luft Sprengwolken Des Sperrfeuers Durch das er Seine Kompanie Zu führen hatte Zwei Meter noch Vom jenseitigen Fuße Des Hügels Bis zum Eingang Der Laufgrieben Und immer Über freies Feld Ohne jede Deckung Die Landsturmkompanie Wehrwürdige Familienväter Die seit wenigen Stunden Im Felde standen Jetzt erst ihre Feuertorfe erhalten Im ersten Mal Pulver riechen sollten War eigentlich Keine kleine Aufgabe Nichts anderes im Kopf hatte Als das Verdienstkreuz Das er sich je eher holen wollte Solch einen 20-Jährigen Raufbold Der Welt um die eigene Hochwichtige Person Rotieren ließ Und noch keine Zeit gehabt hatte Das Leben schätzen zu lernen Mochte das Nur ein aufregender Spaziergang sein Eine prickelnde Sache Bei der man sich so richtig fühlen Seine Unerschrockenheit Ins rechte Licht setzen konnte Machte der Sich wohl längst schon lustig Über die Unentschlossenheit Seines alten Hauptmanns Und fluchte über Diese letzte Rast Die ihn noch eine halbe Stunde Länger Auf seine erste Heldentat Zu warten zwang Am Reitstock Die hohen Grashalme nieder Und hielte Von Zeit zu Zeit Verstohlen zu seiner Kompanie An den Bewegungen der Leute An dem Widerstreben Mit dem sie sich erhoben Wie Kinder Die man aus dem Schlaf erweckt Dass sie es längst schon erfasst hatten Wohin der Weg nun ging Die schutzlose Stille In der sie ihre Bündel packten Und eintraten in die Reihe Krampfte ihm das Herz zusammen Unermüdlich hatte er sich seit Kriegsbeginn Auf diesen Augenblick vorbereitet Tand Nacht gegrübelt Sich's tausendmal vorgesagt Dass, wo Höheres auf dem Spiele stand Die Not des Einzelnen nichts bedeutete Dass ein gewissenhafter Führer Sich wappnen müsse Mit Gleichgültigkeit Nun stand er da Und merkte mit Schrecken Wie alle guten Vorsätze abröckelten Und nichts in ihm übrig blieb Als heißes, grenzloses Mitleid Mit diesen aufgescheuchten Nesthütern Die sich so still ergeben Bereitmachten Gleichsam ihr Leben in die Hände nahmen Wie ein kostbares Gefäß Um es in den Kampf zu tragen Und dem Feinde vor die Füße zu werfen Als wäre es ihr geringstes Was da in Scherben ging Ein Kindchen, das man selbst großgezogen hatte Um das Messer zu liefern Einen liebgewonnenen Haushund Eigenhändig zum Schinder zu schleifen Schon solches hätte man ihm Dem gutherzigen Onkel Marschner Wie er in bekannten Kreisen hieß Nicht zumuten dürfen Der Menschen, die er selbst zu Soldaten ausgebildet Monatelang unter den Augen gehabt hatte Menschen, die er wie seine Taschen kannte In Knelfeuer hineinjagen Alle tiefsinnigen Betrachtungen Die ängstlich flehenden Blicke Die seine Leute zu ihm hinüberschickten Um Schutz bittend Als glaubten sie Ihr Hauptmann konnte auch Flintenkugeln Und Sprengstücken den Weg vorschreiben Dieses Vertrauen sollte er nun missbrauchen Mit bärtigen Kindsköpfe Die er vorgestern erst Von ihren Kleinen umringt Abschied nehmen gesehen Von den weinenden Frauen Jetzt ohne Rührung in den Tod kommandieren Unbekümmert weitermarschieren Wenn der eine oder andere getroffen hinfiel Sich jammernd in seinem Blut wälzte Sollte er die Kraft nehmen Zu solcher Härte Von dem höheren Ziel etwa Nicht da Nicht mit den Händen zu fassen Es war zu sehr gesprochen Zu sehr nur klang Als dass es ihm hätte Seine Soldaten verdecken können Die umwärtsgewandte Seele Dem Sperrfeuer entgegenbankten In der Gegend Traf ihn die Meldung Die ihm Leutnant Weixler Strahlend mit geröteten Wangen Ins Gesicht schmetterte So herausfordernd Die erste Frage Nun, warum freust du dich nicht auch Auf die Gefahr wie ich? Nicht zu überhören Strömte alles Blut in die Schläfen Er musste den Blick abwenden Und seine Augen irrten Unwillkürlich zu den Schrapnellwolken Trugen eine Bitte Eine heimliche Invokation Zu den dummen Wahllos niederprasselnden Dingern hinauf Sie möchten diesem frostigen Burschen Doch das Leiden lernen Ihn überzeugen von seiner Verwundbarkeit Er hat schon beschämt den Kopf Ein Zorn wug gegen den Menschen Der ihm eine solche Regung Hat entlocken können Er wollte rot stehen Nach dem Pferden schauen Mit erzwungenen Ruhe Die ihm Wohltat Er wollte sich nicht drängen lassen Erst recht nicht Und freute sich Als er den Leuten zusammenzucken sah Frieden in sich hinein Über das indignierte Gesicht Und das trotzige Zu Befehl, Herr Hauptmann Das lange nicht mehr so schmetternd hellklang Sondern knirschend aus gepresster Kehle kam Er sollte nur auch einmal merken Wie wohl es tat Gebändigt zu werden Sich auf Kosten der Mannschaft Und seiner Macht zu berauschen Triumphierend Als wäre es die Kraft seiner Persönlichkeit Die den Leuten herwart Nicht das Dienstreglement Das immer ihm zur Seite stand Von Schritten Hauptmann Marschnern In den Wald zurück So, dass die Lektion Die Erweichsler erteilt Seinen alten Knaben Eine kurze Galgenfrist Beschert hatte Er schritte eine Granate Vor ihre Nase in die Erde Diese wenigen Minuten Retteten 20 Menschen das Leben Vielleicht Er hat kommen Bis diese Minuten Was hatten solche Berechnungen Für Zweck Er war nicht daran denken Er wollte den Leuten helfen So viel er konnte Konnte er keinem sein Oder Dem eben mit Feuereifer Aus dem Wald er entgegenstürzte Hatte er vorläufig geborgen Mit sechs Mann Bei den Pferden Und dem Train zurück War es ein Unrecht Gerade diesen zu bestimmen? Anderen Unteroffiziere Waren älter Und verheiratet Kleine, dicke Mit den O-Beinen Hatte sogar sechs Kinder daheim Vor seinem gewissen Verantworten Diesen jungen Ledigen Burschen Hier in Sicherheit Bütenden Handbewegung Unterbrach der Hauptmann Seine Gedanken Da heim zu lassen Bei seiner eingekampferten Zivilkleidung In der Friedenswohnung Alles gehörte zum Zivilingenieur Rudolf Marschner Der früher einmal Offizier gewesen Und mit 30 Jahren Noch einmal zur Schulbank Zurückgekehrt war Um das Kriegshandwerk In das er sich als dummer Junge Verirrt hatte Gegen einen Beruf Zu vertauschen Der seiner weichen Nachdenklichen Natur Besser entsprach Dass ihn dieser Krieg Jetzt 20 Jahre später Noch einmal zum Soldaten Gemacht hatte War ein Unglück Das Trophe Die ihn Wie alle Traf Mit der er sich Aber endlich Abfinden musste Und dazu gehörte In erster Reihe Das Loskommen Von allem Resonieren Mit Fragen quälen Einer musste Doch im Walde Zurückbleiben Zur Aufsicht Der Kommandant Hatte diesen jungen Zugführer bestimmt Also blieb dieser da Und basta Ich weiß nur Dass der Kerl So ein gerührtes Gesichtsschnitt Widerlich Einfach widerlich War die hündische Dankbarkeit Die ihm aus den Feucht schimmernden Augen strahlt Wie kam der Mensch Dazu etwas von seiner Mutter zu stammeln Er wurde hier gelassen Weil der Dienst Es erfordert Mutter hatte dabei Nichts zu tun Er saß in Wien Und War Krieg Nicht gesagt sein lassen Sein Kommandant Wollte nicht hoffen Dass er Es Oder Besondere Gnade Empfinde Nicht Mit in den Kampf Zu müssen Von verschluckten Insgeheim Schlaf an den Backenknochen Die Zitronengelbe Die Zitronengelbe Dichtgeadete Hand Die knolligen Verkrümmten Finger Zu sehen Die mit so unsagbar Die mit so unsagbar Viel Liebe Den rauen Haarigen Loden Berührt hatten Der Lump Irgendwie dahinter Gekommen Dass diese Hand Schützend über Ihm schwebte Für ihn gebeten Und das Herz Seines Führers Erweicht hatte Schamfte Marschner Über die Wiese Nimmt Als hätte ihm jemand Eine Larve Vom Gesicht gerissen Licht war es also Ihn zu durchschauen Trotz der viel Mühe Die er sich nahm Lieb stehen Um sich zu verschnaufen Hieb wieder Auf das Gras ein Und fluchte laut auf Nur Er musste sich Eben nicht verstellen Er hatte nicht plötzlich Aus seiner Haut heraus Und wenn es Tausendmal Weltkrieg gab Er Sich von Neffen Und Nichten Gutmütig lachend Um die Finger Wickeln zu lassen War unfähig Von heute auf morgen Zum Eisenfresser zu werden Der vergnügt Auf Menschenjagd geht Was war das auch Für ein wahnwitziger Gedanke Menschen über einen Löffel Barbieren zu wollen Nicht daran Aus Weichsler Einen weichherzigen Philanthropen zu machen Und er sollte So mir nichts Dir nichts Auf Befehl Ein blutrünstiger Haudegen werden Er war nicht mehr 20 Jahre alt Wie der Weichsler Und die stillen Traurigen Männer Die man so grausam Aus ihrem Erdreich Gerissen hatte Waren ihn jeder mehr Als nur ein Gewehr Das man in Reparatur schickt Wenn es beschädigt Wenn es beschädigt Gleichgültig liegen lässt Wenn es unbrauchbar geworden ist Wer das Leben Schon von allen Seiten Angesehen und Überdacht hatte Konnte nicht so zum Nur Soldaten werden Wie ein Leutnant Der noch gar nicht Abenteuerlustige Burschen Aus den Waggonfenstern Jolten Nichts daheim Zurückließen Als höchstens Eltern Denen sie nun Endlich imponieren konnten Das hätte auch er Seinen Mann gestellt So gut wie irgendeiner So gut oder besser Als der stramme Leutnant Weichsler Die Leute zwei Drei Wochen lang Ehe sie auf den Feind Stießen Da fühlte man sich Noch langsam vom Leben Los Ging durch tausend Mühen und Entbehrungen Bis Durst und Müdigkeit Allmählich alles Vergessen war Was man weit Weit rückwärts Zurückgelassen hatte Der Hass gegen den Feind Der einem all die Not Angetan hatte Von Tag zu Tag Immer höher Kampf vor Erlösung Nach der langen Passiven Leidenswirkung Zeit Ging das alles auf 1 C Vorgestern noch in Wien Und Jetzt Noch mit dem Abschiedskuss Auf den Lippen Noch nicht ganz losgerissen Klein ins Feuer Windlings Nicht ahnungslos Wie die ersten Diese armen Teufel Hatte der Krieg Keine Geheimnisse mehr Jeder hatte schon Tote in seiner Familie Oder seiner Bekanntschaft Jeder hatte schon Mit Verwundeten gesprochen Hatte verstümmelte Und stellte Invaliden gesehen Und wusste mehr Über Schrapnellwunden Querschläger Gasgranaten Und Flammenwerfer Als vor dem Kriege Artilleriegeneräle Und Stabsärzte Gewusst Diese Sehenden Diese grausamen Entwurzelnden Musste er nun führen Der ausrangierte Hauptbahnmarschner Der Zivilist Der anfangs hatte Zuhause bleiben müssen Bei den Rekruten Da es tausendmal härter war Jetzt kam die Reihe an ihn Den Führer zu machen Und er durfte sich nicht wehren Gegen die Aufgabe Die er nicht gewachsen war Er hatte sich noch vordrängen Hatte Aus Anstand Auf seinem Rechte bestehen müssen Damit nicht andere Die von draußen Ihr Blut vergossen hatten Einmal hinausgingen Für ihn Unmächtige Wut Kam über den Hauptmann Als er nun Vor seine Soldaten hintrat Den breiter Reihe aufgestellt In atemloser Spannung Auf seinen Lippen starrten Die üblichen Patriotischen Phrasen Die wie von außen her Diktiert Auf die Lippen verlangten Gefüge abzuleiern In Monaten Trug er den trotzigen Entschluss in sich herum Das vorgeschriebene Pulse est pro patria mori Zu sprechen Was es wolle War ihm so zuwider Als dieses Klimpern Mit dem Opfertod Diesen Marktschreierkniff Sterben auszurufen Während es drin In der Bude Ums Morden ging Ries die Zähne aufeinander Und scheu den Blick Vor dieser Mauer Aus bleichen Gesichtern Die dumme Kindische Bitte Lippt auf uns Aufreizend Aus allen Augen Präsent zur Verzweiflung Er alle zurückgejagt Zu den ihren Und wäre allein weiter In einem Ruck Warf er sich trotzig In die Brust Häftete den Blick Starr auf eine Medaille Die ein Mann In der Mitte Der langen Reihe Auf der Brust trug Und rief Jetzt an den Feind Rechnet darauf Dass jeder von euch Seine Pflicht tun wird Gebt euch Seinen Pfahneneid Euch verlangen Was nicht im Interesse Unseres Vaterlandes In eurem eigenen Interesse Also Die Sicherheit Eurer Frauen Und Kinder Geschehen muss Darauf könnt ihr euch Verlassen Glück Und Merken Die Beweichslers Seinen überlauten Forciert schneidigen Kommandoton Nachgeahmt Um die Rührung Zu überschreien Die ihm Zittern In der Kehle lauerte Mit den letzten Worte Kehrte er sich Blitzschnell ab Nur die Schulter hinweg Und sich noch einmal Umzuschauen Gab Befehl Zum Ausschwärmen Den Kopf Auf die Brust fallen Und begann Mit großen Schritten Den Aufstieg Die Eissschalen Klappernd Gegen irgendein Ausrüstungsstück Bald setzte auch Das Keuchen Der schwer bepackten Mannschaft ein Und eine dicke Wirgende Schweißwolke Legte sich Über die marschierende Kompanie Ein tief Körperlicher Ekel Überkamen Vor der Rolle Die er da Gespielt hatte Einfachen Leuten Den Maurern Monteuren Und Landarbeitern Die ohne Fernblick Über ihren Werktag Gebeugt Dahingelebt hatten Denn zu tun übrig Mit feinen Herrschaften Die studierten Leute Wenn der Herr Hauptmann Mit den drei goldenen Sternen Auf dem Kragen Sie versicherte Es sei ihre Pflicht Und höchst rühmenswert Italienische Maurer Monteure Und Landarbeiter Über den Haufen Zu schießen Hinter ihm her Und er Er Gegen seinen Glauben Aus erbärmlicher Feigheit Und forderte von ihnen Mut Und Todesverachtung Beschwatzt Der Vertrauen Missbraucht Ihre Liebe Zu Frau und Kind Ausgebeutet Weil er eben Lieber Für Lüge Leicht am Leben Blieb Leicht doch noch Heil aus dem Kriege Heimkam Als sich für die Wahrheit Und die er glaubte Sicher füsilieren zu lassen Er setzte sein Leben Und ihre War Bonk Auf falsche Karten Weil er zu feige war Dem sicheren Verlust Allein ins Auge zu schauen Er klut auf den steilen Baumlosen Abhang In das Platzen Der Schraubnells Das Hacken Der Maschinengewehre Das Aufbrüllen Der eigenen Geschütze Mischte sich Jetzt schon immer näher Immer heller Das Heulen Der herankommenden Geschosse Auch war die Kammlinie Nicht erreicht Der Ungeversagen Blieb stehen Und hob den Arm Die Leute sollten sich Einen Augenblick Verschnaufen Waren seit 4 Uhr morgens Schon unterwegs Ein Tüchtiges geleistet Mit ihren 40-jährigen Beinen An sich selbst Mischte auf die blau-roten Schweißüberströmten Gesichter Und fuhr zusammen Als er Leuten Weichsler Mit großen Schritten Auf sich zukommen sah Warum konnte er Dieses Gesicht nicht mehr sehen Ohne sich wie angefallen zu fühlen Wie an der Kehle gepackt Von einem Hass Der sich kaum noch zügeln ließ Er muss sein müssen Ihn hier draußen An seiner Seite zu haben Ein Blick in diesen lauernden Augen Musste genügen Um jeder Rührung Herr zu werden Vorsamste Hauptmann Der ein Schnarren Geh auf den linken Flügel hinüber Das sind ein paar Kerle Die mir nicht recht gefallen Ist das der Simmel Der rote Hund Er zieht jetzt schon den Kopf ein Wann drüben Ein Schrapenell platzt Hund Ein rothaariger Flügelmann Im zweiten Zug Ein Papazierer Der seine entzückende Kleine Mädel Auf dem Arm getragen hatte Bis zum letzten Augenblick Bis er Im brutalen Wagen gejagt Als siehe er noch Den erstaunten Aufblick Der Kinder Zu dem mächtigen Mann Der ihren Vater Anzuschnauzen wagte Was sie nur Er hat schon dran gewöhnen Zeit Er hat halt noch seine Kinder im Kopf Und hat's net eilig Sie zu weisen zu machen Können ja nicht alle Helden sein Ganz nur ihre Pflichtung Zweigslers wurde starr Und die schmalen Lippen erschien wieder Jener harte Verächtliche Zug Der den Hauptmann Jedes Mal Wie ein Peitschenhieb traf Jetzt eben nicht mehr An seine Fratzen denken Sondern an den Fahnenneid Den er seinen allerhöchsten Kriegsheim geschworen hat Das ihnen ja eben erst gesagt Herr Hauptmann Hab's ihnen gesagt Die Fratzener geistesabwesend Ließ sich langsam ins Gras nieder Nicht, dass diese so sprach Wunderte ihn Aber dass auch ihm einmal Vor 25 Jahren Als er Durch und durch Mit Begeisterung wartiert Aus der Kadettenschule kam Fahnenneid Und allerhöchster Kriegsherr Genauso erschöpfend Geklungen hatten Wäre damals auch er Voll freudiger Begeisterung In einen Krieg gezogen Wie aber sollte er heute Taub geworden Für den Fanfarenklang Solcher Worte Und hellsehend Für das Gebälk Das sie trug Schritt halten mit der Jugend Die für alles Was stehend Und mit erhobener Stimme Verkündet wurde Ein gläubiges Echo war Von seinen braven Behebigen Spießern Die das Leben Schon so gründlich Gebändigt hatte Dass sie daheim Hungernd An Reichtümern Vorbeigingen Die nur eine dünne Glaswand von ihnen schied Hier plötzlich Ein wildes Draufgehen verlangen Und habe der Tiermeister Simmel Die gleiche Anforderungen Stellen Als einen jungen Leutnant Der noch nie anderes Erstrebt hatte Als im Fechten Ringen Und Mutzeigen Unter den Ersten Genannt zu werden Söldner für ihre Sitten Biedere Bürgersleute Für ihre Unerschrockenheit Berühmt Ein und dieselben Menschen 20 und 45 Jahre alt Zugleich gewesen Den Kopf zwischen den Fäusten War der Hauptmann So tief in seine Gedanken versunken Dass er Zeit und Ort vergaß Alle Versuche Leutnant Weichslers Ihn durch wiederholtes Vorbeischleichen Lautes Umherhetzen Der Mannschaft Er blieb erfolglos Er brachte ihn nahes Pferdegetrappel Wieder zu Bewusstsein Auf dem Feldweg Der in halber Höhe Um den Hügel lief Galoppierte ein Offizier Die hohe Generalstieblermütze Auf dem Kopf Sein Pferd Erkundigte sich verbindlich Nach den Marschziele Der Kompanie Und rümpfte die Nase Als Hauptmann Marschner Die Nummer der Quote nannte Und die Masse ging langsam In ein respektvolles Lächeln Lieber Ah, da gratuliere ich Da kommt's ja gerade In die Dicksweinerei hinein Dort wollen die Herren Katzlmacher Seit drei Tagen schon durch Da will ich euch nicht aufhalten Die armen Teufeln Die dort liegen Werden die Ablösung Gut brauchen können Und Glück Finger die Kappe Das Pferd schrie auf Unter dem Druck der Sporen Und Der Wie betäubt nach Adolier ich Klinge sie ihm in den Ohren Hoch zu Ross Ausgeruht Rosig Sauber Wie aus dem Schachterl 200 totgeweihte Opfer Fest Atemlos Am Rande der Gefahr Weißt, dass in einer Stunde So manches Gesicht Das sich jetzt noch neugierig Im Zuwendet Schon leidverzerrt Oder totenstarr Am Grase liegen wird Er fragt lächelnd Ah, da gratuliere ich Ohne dass ihm ein andächtiger Schauer über den Rücken liefe Ohne dass ein Schatten Seine Stirne streifte Aus seinem Gedächtnis Verschwinden Ich sollte Abend Beim Tafeln Ihn an den Kameraden erinnern Und am Morgen Als Letzter vielleicht Die nicht gereicht Diesen Auserwählten Die aus sicherem Hinterhalt Die Kolonnen ins Feuer schoben Der Todesmarsch Einer Kompanie Seelige Rothaarige Tapezierer Daneben an Zitterte Zum Kopfwein Ries Mächtig die Augen auf Als hinge das Schicksal Der Welt daran Ob er Sein rotgelocktes Mädel Noch einmal wird Auf dem Arm tragen Wenn die Sache So aus der richtigen Perspektive Sich ansah Als vorbeigaloppierender Generalstäbler Der das Ziel Den Sieg Den man früher Oder später Bei Gläserklärungen Bejubeln wird Im Auge hat Dann hatte der Weichsler Eigentlich recht In dem Pörn Ein so großzügiges Heldengedicht Von einem einzelnen Hasenfuß Derart ins Lächerliche Gezogen Zu einer weinerlichen Familienangelegenheit Degradiert zu sehen Pfeifel die dort liegen Mal kalt Als ihm Über die Worte Des Generalstiblers Je die Vision Des geschossenen Blutgetränkten Grabensaufstieg Mit der Zu Tod erschöpften Besatzung Den wie den Erlöser Herbeisehnte Ob sich stöhnend Übermacht Von einem grimmigen Erbitterten Hass Gegen diese Zeit Jede Minute Die er seinen Leuten Noch schenkte War Diebstahl Oder gar Totschlag Begann An jenen Dort vorne Wir kamen in die Höhe Und schritt aus Verschlossen Nicht mehr stehen zu bleiben Ehe der Graben erreicht war Den er zu beziehen hatte Er bleich Verglied Er hat sich zu einem Gequälten Lächeln So oft vom anderen Flügel Das aufreizend schnarrende Vorwärts Vorwärts Abtanz zu ihm herüberklang Und dann blieb er stehen Das Knattern Unsichtbare Hagelkörner Es war ja im Grunde Haltung Halt Er hat sich Halt Er hat sich Vielleicht hingeworfen Er hätte hinter einem Stein Deckung gesucht Und wenn er noch so klein gewesen wäre Schuss Besonderbare Deutlichkeit Mit der die Flugbahn Genau wie auf der Abbildung Im Artillerieunterricht Sich vormwölbte Das wieder natürliche Gefühl Einen Ton mehr mit den Augen Als mit dem Ohr Erfassen zu müssen Das war's Wogegen kein Wille aufkam Was tun Sich irgendwie die Illusion verschaffen Nicht ganz wehrlos zu sein Kompanie Laufschritt So laut er nur konnte Hände als Sprachrohr Vor dem Mund Stürmten die Leute los Spannung schwand von ihren Gesichtern Jeder Einzelne war irgendwie Mit sich beschäftigt Stolperte Raffte sich auf Raffte nach locker gewordenen Ausrüstungsstücken Und in dem allgemeinen Keuchen und Pusten Ging der drohende Pfiff Der ankommenden Geschosse Fast unbemerkt unter Einer Weile war es Hauptmann Marschner Als fauchte ihm jemand Ins linke Ohr hinein Er wandte in den Kopf Und sah Weichsler Dunkelrot im Gesicht Neben sich herlaufen Unkürlich in Schritt fallen Ich melde gehorsamst Man sollte ein Exempel statuieren Der Simmel Der Feigling Demoralisiert die ganze Kompanie Jedem Schrapnell schreit er Jesus Maria Schmeißt sich hin Und macht den anderen Angst Wollt den Kerl als abschreckendes Beispiel Das ist eine Lage Von vier Schrapnells hinein Das Heulen schien noch lauter Schärfer geworden zu sein Dem Hauptmann war es Als flitzte Blendend hell Eine ungeheure Sense In steilem Bogen Direkt auf seinen Schädel zu Diesmal aber durfte er Mit keiner Wimper zucken Zahnarzt Wenn die Zange ansetzt Krampften sich seine Glieder Gleich starrte er Seinem Leutnant forschend ins Gesicht Nögerig Wie er sich im ersehnten Feuer Nun benahm Ein der Schien von den Schrapnells Gar nicht Notiz zu nehmen Sah mit gespannter Aufmerksamkeit Zum linken Flügel hinüber Und rief ein Paar Siehst Herr Hauptmann Da liegt der verdammte Kerl Schon wieder Ich will ihm doch Wenn er schnell haschen konnte War er schon losgesprungen Blieb aber auf dem halben Wege stehen Achte Kehrt Und kam missmutig zurück Betroffen Er mürrisch Mit einem verärgerten Achselzucken Getrömer Hauptmann Und ein hässlicher Bitterer Geschmack Klebte ihm plötzlich Die Zunge an den Gaumen Er hatte frostige Ruhe In Weixers Zügen Den teilnahmlosen Gleichgültigen Blick Und seine Hand Zuckte in die Höhe So aufreizend Wirkte diese Unberührtheit So weh tat ihm Dieses hingeworfene Der Kerl ist getroffen Des netten Mädels Mit Schleife In den roten Locken Biste vorbei Und die Vision Von einer verkrümmten Leiche Den Kind in den Armen hielt Erhitzt in erregter Lebendigkeit gesehen Seine Knie gaben nach Mit der Hand Wühlte der Anblick Dieses unfassbar jenen Wechsels In seinem Innern Wirklich? Wo alles Blut In einer Sekunde entweichen Ein gesunder, kräftiger Mensch In wenigen Augenblicken Zur Ruine zerfallen Die Kraft lauerte In so einem Stück Eisen Dass es die Arbeit Monatelangen Siechtums Zwischen drei Atemzügen Verrichten konnte Angstsimmel Der Hauptmann Auf die Schulter Eines Sanitätssoldaten Gestützt Runtertragen zum Drehen Im Holend Reihen sich mühsam Die Lüge ab Kommen's gar Als Erster nach Wien zurück Erfamilie Von dem rotlockigen Medall Hinzufügen Brachte es aber nicht Über die Lippen Lange Vor einem Aufschrei Des Sterbenden Nach den Seinen Und ein inneres Zittern Doch lief ihn Als der qualvoll Verzerrte Mund Sich langsam auftat Er sah die Augen Sich öffnen Er schauerte Vor dem gläsernen Blick Der an nichts körperlich Mehr einen Halt Zu finden Durch alle Anwesenden Hindurch In weiter Ferne Was zu suchen schien Der Körper krümmte sich Unter den wühlenden Händen Des Sanitäters Aus der aufgerissenen Blutüberströmten Brust Stiegen gurgelnd Unverständliche Laute Und ließen den roten Schaum Vor dem Mund Zu platzenden Luftblasen auf Sie simmel Über den Verwundeten Gebeugt Aufmerksamkeit Lauschte er dem Lallen Überzeugt Dass eine letzte Botschaft Zu erhaschen galt Er schlugte auf Als sie verirrten Augen Endlich zurückfanden Und ängstlich forschend Haften blieben Auf seinem Gesicht Und haschte nach der Hand Die besuchte Simmel Kennen Sie mich denn nicht? Simmel nickte Er ließ die Augen auf Seine Mundwinkel Sanken herab Und weinend Vorwurfsvoll Wie Hauptmann schien Er kam aus der zerfetzten Brust die Klage Herr Hauptmann Weh Schmerzenslaut Wie holte er schäumend Mit einem gellenden Wutschrei Weh Weh Händen und Füßen Er sprang auf Tragt ihn hinunter Hielt er sich Ohne zu wissen was er tat Die Ohren zu Und lief davon Der Kompanie nach Die schon oben Auf der Kammlinie stand Er lief Den Kopf Wie in einem Schraubstock Zwischen die Hände Gepresst Dröhnt Atemlos Von der Angst getrieben Als stürmte das Wehklagen des Verwundeten Mit der hobener Axt Hinter ihm her Er sah den eingeschrumpften Leib Er war nicht fähig Lebenszeichen Oder an der Schraubstock Wie ein Fluss von Ein Fluss von bunten Wiesen umrahmt Und Wendung Und Schwand Die Hände ging unter Wie niedergebrüllt Von den Geschützen Von dem Heulen und Knallen Das das den Pulsschlag eines ungeheuren Fiebers in das jenseitige Tal hineinhämmerte. Dichter. Neben Gratrichter gehen sie dort unten. Dicke, schwarze Erzsäulen sprangen zuweilen auf, fäckten für Augenblicke ein Teilchen dieser zu Asche gebrannten Öde, aus der die geborsteten, wie mit dem Federmesser zerschnitzelten Baumstümpfe höhnend emporragten. Eine Herausforderung an die ohnmächtige Fantasie. Im Totenfeld war Schutt die Landschaft wiederzuerkennen, die es gewesen, ehe der Wahnsinn darüber hinweggefegt, und es mit Trümmern besät zurückgelassen hatte, wie einen Tanzboden, auf dem zwei Welten um eine Dirn gerauft. Sollte er nun hinuntersteigen. Dort unten leben, Tage und fünf Nächte lang, mit einem Häufchen Verdammter, da hinausgespien, bei lebendigem Leibe auf den Angelhaken gespießt, als Köder für den Feind. Ein Abschnitt 2 Aufgenommen von Julia Niedermeier von Menschen im Krieg von Andreas Latzko. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Feuertaufer Teil 2 Ganz allein Der hinter ihnen herlief, wie ein Metzgergesell, der seine Ochsen zur Schlachtbank treibt. Man sah sie eilen, sah die Sprengwolken sich mehren über ihren Köpfen. Da, zwischen sich und ihnen, da und dort auf dem Abhang, wie liegen gebliebene Rucksäcke, blau-graue Häufchen zerstreut, regungslos die einen, wie große Spinnen zappelnd die anderen. Und los. Wie toll raste er über die steile Böschung, fühlte kaum die Erde unter den Füßen, hörte das Brasseln der Sprengstücke nicht. Fug mehr, als er lief, schubert über verkohlte Wurzeln, fiel hin, raffte sich auf und sprang weiter, ohne nach rechts oder links zu schauen, mit geschlossenen Augen fast. Dazu sah er, wie aus dem Eisenbahnfenster, ein blasses, verstörtes Gesicht vorbeihuschen. Einmal war es ihm, als wimmerte jemand um Wasser. Aber er wollte nichts sehen, wollte nichts hören. Rief weiter, blind und taub, unverhaltsam, gejagt von der Angst, von jenem, bösen, vorwurfsvollen, so wie er stehen, festgewurzelt, als wäre er in eine Falle getreten, die sich eisern an seine Beine klammerte. Er hielt ihn auf, eine graue, verkrampfte Hand, die mit gekrümmten Fingern wie aus Stein gehauen, starr vor ihm aufragte. Gesicht sah er nicht, keine Ahnung, wer ihm drohend die tote Faust entgegenhielt, nur, dass diese selbe Hand vor zwei Stunden noch gelebt, durch welchen, gemächlich Schwarzbrot in Scheiben geschnitten, oder eine letzte Feldpostkarte geschrieben hatte, wusste er. Und ein Grauen sprang ihn an, vor diesen Fingern, gab seinen Beinen neue Kraft, dass er, wie ein Knabe, in großen Sätzen weiterstürmte, bis er mit fliegenden Flanken eine rote Wolke vor den Augen endlich bei der Kompanie ankam, ganz unten im Tal schon, am Eingang der Laufgräben. Schwarzbrot stramm vor ihm hin und meldete den Verlust von vierzehn Mann. Schwarzbrot hörte den Stolz, der in seiner Stimme klang, wie Triumph über das Geleistete, wie das Jubilieren eines unreifen Jungen, der mit den ersten Herrchen auf der Oberlippe prallt, mit Würde seinen jungen Bass forciert. Was waren diesen Burschen die Verwunderten, die oben auf dem Abhang sich kugelten? Rothaarige Feigl mit seinem Gewimmer, die Kinder, die ihrer Ernährer beraubt, einem Bettler-Dasein, dem Sumpf vielleicht im Gefängnis entgegenreiften. Statisten, Hintergrund, dessen dunkel leuchtend den Heldenmut des Leutnant Weichsler hob. Viele blutige Leiber säumten den Weg, den er furchtlos gegangen. Können seine Augen nicht Hochmut sprühen? Der Hauptmann eilte weiter, an Weichsler vorbei. Nur nicht ihn anschauen, fragte er sich. Nur nicht dem zufrieden leuchtenden Blick begegnen. Sonst könnte der Zorn Herr werden über alle Vernunft, die Zunge sich lösen, die geballte Rechte den Weg des eigenen Willens gehen. Hier aber musste er diesen Menschen schonen. Hier war der Leutnant Weichsler in seinem Recht, wuchs von Minute zu Minute, überragte alle. Schumm auf, während die anderen, mit der Last ihrer gereiften Menschlichkeit behängt, kurzig versanken. Hier galten andere Gesetze. Ein finsterer Schacht, in dem man nun mit zitternden Knien vorwärts wankte, führte zu einer Insel, die nur der Tod umspülte. Er da strandete, durch nichts mithaben, was er in einer anderen Welt gebraucht. Nur, wenn er nichts herüber gerettet hatte, als Faust und Axt, war hier der Meister, war der Reiche, an dessen Überfluss die anderen sich klammerten. Im Klager wurde es Hauptmann Marschner, während es sich durch den klitschigen Graben betäubt, weiter tastete, dass er seinen verhassten Leutnant jetzt wie einen Schatz hüten müsse, dass er verloren wäre, ohne ihn. Er sah die Spur geronnene Blutlachen vor seinen Füßen, er hat auf zerfetzte, blutdurchtränkende Uniformstücke, auf abgeschossene Hülsen, klirrende Konservenbüchsen, Geschosstrümmer. Die schienende Granatrichter öffneten sich plötzlich, mit abgebrannten Brettern, halsbrecherisch überbrückt. Überall grinsten die Spuren tobsüchtiger Verwüstung, verkohlte Reste, ein Wust von Träten, Pfosten, Säcken, zerbrochenen Werkzeugen, eine atemraubende, schwindelerregende Unordnung, angehüllt in stickigem Brandgeruch, Hülverdampf und den scharfen, stechenden Atem der Ekrasidgranaten. Den Tritt von riesenhaften Explosionen zerfleischt, mühsam zusammengeflickt, wieder aufgerissen, noch einmal eingeebnet. Das Mann, wie durch einen Orkan, wie von einem Wirbel erfasst, bewusstlos dahin taugelte. Von der Wucht seiner Eindrücke kroch Hauptmann Marschner wie ein Wurm durch den Graben. Und seine Gedanken kehrten immer leidenschaftlicher, immer verzweifelter zu Leutnant Weixler zurück. Nur Weixler konnte ihm helfen. Er konnte ihn ersetzen mit einer frostigen, grimmigen Energie, mit seiner Blindheit für alles, was nicht an seinem eigenen Leben riss, was überstrahlt wurde von der glanzvollen Vorstellung eines mit Dekorationen übersäten, außerturlich beförderten Erich Weixler. Nach seinem Leutnant um. Er atmete auf, so oft von rückwärts, die schnarrende, treibende Stimme an sein Ohr schlug. Noch der Graben kein Ende nehmen. Er fühlte seine Kräfte erlahmen, stolperte immer häufiger und schloss doch erschauernd die Augen vor den sich kreuzenden Blutspuren, die genau den Weg der Verwundeten zeigten. Er riss er den Kopf hoch. Neuer Geruch drang auf ihn ein, süßlicher Gestank, der immer stärker wurde. Bei einer Einbuchtung der Grabenwand, die hier nach links einschwenkend, halbkreisförmig zurücktrat, wie eine dichte Wolke vorbrach. Von Ekel geschüttelt, den Magen in der Kehle, sah er sich um. Er blickte in der Vertiefung an den Hügel von schmutzigen, zerfetzten Uniformen, übereinander geschichtet mit merkwürdig starren Konturen. Er fahste sein Blick das Grauen, das sich vor ihm türmte. Gefallene Soldaten lagen da, wie zusammengetragene Bretter und Traversen auf einem Bauplatz, vergrümmt wie der Todeskampf sie gelassen. Zahn über sie gebreitet, waren seitige Glitten, enthüllten steingraue, grimmige Fratzen, abgefallene Kinnladen, klotzende Augen. In der Obenaufliegenden hingen wie ein Spalier bis zur Erde hinab, griffen den Unteren ins Gesicht, waren schon überseht mit den bunten Flecken der Verwesung. Hauptmann Arschner stieß einen kurzen, rülpsenden Schrei aus und torkelte von Irbe. Sein Kopf verzitterte im Genick, wie er haltlos geworden. Seine Knie knickten ein, dass er den Boden schon auf sich zukommen sah, als plötzlich ein unbekanntes Gesicht vor ihm auftauchte, seinen Blick auf sich zog, ihm je wieder Haltung gab. Haltwebel stand vor ihm, starrte ihn sprachlos an, mit großen, fiebreglänzenden Augen in dem toten, bleichen Gesicht. Einer Sekunde lang blieb er wie gelähmt. Da riss er den Mund auf, klatscht in die Hände, sprang in die Luft wie ein Tänzer und lief, ohne an eine Ehrenbezeugung zu denken, in riesigen Sprüngen davon. Ablösung! Blin vor einem schwarzen Loch, das wie der Eingang zu einer Höhle in der Grabenwand gehnte und rief mit unbeschreiblichem Jubel in der Stimme mit einem Jauchzer, der wie durch Tränen klang, gebückt in die finstere Eröffnung hinein. Ablösung! Freundland, Ablösung ist da! Er hörte den Ruf und seine Augen wurden feucht. So rührend war dieser kindliche Freudenschrei, dieses Schmettern aus befreiter Brust. Dann ging er dem Feldwebel nach, sah, als hätte der Schrei die Toten geweckt, aus allen Ecken blasse Gesichter hervorlogen, verwundete mit blutigen Verbänden, schlotternde Gestalten mit dem Gewehr in der Hand. Von allen Seiten strömten Leute herbei, starrten ihn an, formten mit den Lippen lautlos das Wort Ablösung nach. Nachdem er in einer Losbulte ein gellendes Hurra ausbrachte, das Feuer weiterlief, ein Echo fand in unsichtbaren Kehlen, die es begeistert wiederholten. Er marschte nach dem Kopf, fuhrte sich schnell mit der Hand über die Augen, als ihm der Kommandant aus der Höhle entgegenstürzte. Spendig an diesem Menschen. Der Gesicht war aschgrau, seine Augen erloschen, grenzlos, von fingerbreiten Rändern umzogen, wieder glühend rot vom Wachen. Haare, Bart, Kleidung waren überzogen mit einer dicken Kruste aus Lehm und Schmutz, das er aussah, als wäre er eben aus dem Grab gestiegen. Nach kurzer militärischer Meldung mit überschwänglicher Freude die Rechte des Hauptmannes umklammerte, war leichenkalt und klebte von Schweiß und Erde. Unartentlich war der Gegensatz zwischen diesem mit Kleidern behängten Knochengerippe, zwischen dieser starren Totenmaske und der zappligen überreizten Lebendigkeit, mit welcher der Oberleutnant über seine Befreier hinterherfiel. Wie ein Wasserfall von seinen zersprungenen Lippen. Er zog Marschner in die Höhle hinein, drückte den Strauchelnden, der, wie geblendet um sich griff, auf eine unsichtbare Sitzgelegenheit nieder und begann zu erzählen. Einen Augenblick konnte er ruhig stehen. Er hüpfte, schlug sich an die Schenkel, lachte überlaut, lief tänzelnd auf und ab, warf sich auf das Lager in der Ecke, verlangte zwischendurch immer wieder eine Zigarette schleuderte sie, ohne es zu merken, nach zwei Zügen schon weg und bat gleich um eine neue. Einen Stunden später, kärselig, mit einer forcierten Heiterkeit. Drei, nein, in einer Stunde schon wäre es zu spät gewesen. Wie viele Patronen ich noch habe? 1100 im Ganzen. Maschinengewehr aufgeleiert. Tieren, gut, seit gestern Nacht schon. Patrouille zum Reparieren, und natürlich, weil ich jeden Mann im Graben brauche. 164 sind mir eingezogen. Jetzt habe ich noch 31 und 11 Verwundete, die kein Quer mehr halten können. 31 Mandeln und damit soll ich den Graben halten. Nacht waren wir noch 45, wie es kommen sind. Doch zum Teufel gejagt, aber 14 sind wieder drauf gegangen. Die haben mir noch gar nicht begraben können. Hast du nicht liegen gesehen vor dem Mannschaftsunterstand? Der Mann ließ ihn reden, hatte die Ellenbogen auf dem primitiven Tisch aufgestützt, hielt den Kopf zwischen den Händen, schwieg. durch den finsteren, muffigen Raum, den ein plakendes Petroleum-Lämpchen mit seinem Gestank erfüllte. Ich sah das verschimmelte Stroh in der Ecke, den verweisten Fernsprecher neben dem Eingang, eine leere Konservenkiste, auf der eine verknüllte Landkarte ausgebreitet lag. Ich sah einen Berg von Gewehren, von Uniformen, mit Zetteln besteckt, und fühlte, wie langsam ein stummes, eisiges Grauen in ihm hochstieg, ihm den Atem verschnürte, als läge die Erde, die da oben von geborstenen Brettern gehalten, jeden Augenblick niederzustürzen drohte, mit Zentnerlast auf seiner Brust. Wirkte dieses tänzelnde Gespenst mit dem kichernden Totenkopf, der vor acht Tagen vielleicht noch jung gewesen, und der Gedanke, dass er dann in die Reihe kam, in diesem Grabgewölbe fünf, sechs, acht Tage lang auszuharren, die gleichen Gräuel zu erleben, die der andere lachend erzählte, steigerten seine Mutlosigkeit zu einer heißen, hämmernden Empörung, die er kaum noch meistern konnte. Aufspringen, hinauslaufen und aus tiefster Seele heraus die Menschheit anbrüllen, warum sie ihm dahergeworfen, warum er da liegen bleiben sollte, bis er zu Aas oder zum Narren geworden. Er konnte es nicht begreifen, wie er sich hatte hier hinaustreiben lassen, sah keinen Sinn, kein Ziel, nur dieses Erdloch, die verwesenden Leichen draußen und gleich daneben, einen Schritt weit nur von dieser Tobsucht, sei in Wien, wie er es vor zwei Tagen erst verlassen hatte, mit Trambahnen, Schaufenstern, grüßenden Menschen und Theaterseelen. Was war das für ein Wahnsinn, hier zu kauern, in blöder Geduld auf den Tod zu warten, in Schmutz und Blut wie ein Tier auf nackter Erde zu verrecken, während andere froh, sauber, geschmückt, in hellen Seelen saßen, sich was vormusizieren ließen, in ihr weiches Bett krochen, ohne Angst, ohne Gefahr, gehütet von einer Welt, die entrüstet wie über jeden Herrfiele, der ihnen auch nur ein Herrchen krümmen wollte. War er schon ihr, oder waren es die anderen? Er müsste die Brust ihm platzen, wenn er sich diese Not nicht von der Seele schreien durfte. Und in diesem Augenblick kam Leutnant Weixler in geschäftiger Eile wie ein Ballarrangeur in den Unterstand, stellte sich stramm vor ihn hin und meldete, dass oben alles in Ordnung sei, dass er die Posten schon bestimmt, die Wachen abgeteilt, die Maschinengewehre schon platziert habe. Der Hauptmann sah ihn an und musste die Augen niederschlagen, wie georfeigt von dieser Gelassenheit, die seine Wut je zu einer tiefen, brennenden Scham welken ließ. Warum blieb dieser unberührt von der großen Todesangst, die hier die Luft schwängerte? Warum konnte dieser der Ordner befehlen mit der Umsicht eines reifen Mannes walten, während er wie ein verschüchtertes Kind sich verkroch, mit dem sinnlosen, trotz er bedrängten Kreatur sich gegen das Schicksal bäumte, statt es zu meistern, wie es einem Alter geziemte? War er ein Feig? War er wirklich von niedriger kläglicher Angst beherrscht, von jener erbärmlichen Blindheit der Seele, die über das eigene Ich nicht emporblicken, für keine Idee sich selbst übersehen kann? War er so, ohne Sinn für Gemeinschaft, wirklich ganz von kurzsichtiger Selbstsucht beherrscht, um sein nacktes, elendes Dasein nur besorgt? So war er nicht. Hing nicht mehr an seinem Leben als irgendein anderer? Könnte es begeistert hingeben, ohne Fahnen, ohne Rausch, ohne Applaus? Wenn der feindliche Graben da drüben mit Menschen wieder Weichser gefüllt wäre, wenn der Kampf gegen diese verbohrte Härte ginge, gegen diese mit Menschenfleisch aufgemästeten Sagworte, gegen diese ganze, raffiniert aufgebaute Gewaltmaschine, die ihre Schützlinge als Schutzwall vor sich her trieb? Würde sich mit den bloßen Fäusten hineinstürzen, ohne das Platzen der Geschosse, das Wimmern der Verwundeten zu hören? Er war nicht feig, so wie diese beiden dachten. Spätisch splinzeln, sich heimlich lustig machen über den unglücklichen Landsturm-Onkel, der wie ein Häufchen Elend in der Ecke saß. Was wussten die von seiner Not? Schau als Helgen, fühlten den Blick der Heimat auf sich ruhen, sprachen Worte, die, getragen von dem Echo einer Welt, die Einsamkeit mit Gleichgesinnten bevölkerten und die Kraft von Millionen in ihre Seele strömten. Achten über einen, der töten sollte ohne Hass und sterben ohne Begeisterung für einen Sieg, der im Nichts war als Gewalt, die sich durchsetzte, weil sie stärker zuschlug, nicht aber, weil sie ihm rächte, weil ihr Ziel gut und edel war. Die sind nur über den Spotten, hatte keinen Grund, sich zu vergriechen vor ihrem Mut. Talter, stolzer trotz durchströmte ihn, dass er aufstand, auf einmal stark geworden, wie gehoben von der übermenschlichen Last, die er allein auf seinen Schultern trug. Er sah den Oberleutnant immer noch umher tänzeln, alles zusammenraffen und in seinen Rucksack stopfen, hörte ihn brüllend den Burschen beschimpfen, zur Eile treiben und zwischendurch immer wieder neue Einzelheiten auskramen, grausige Episoden aus den Kämpfen der letzten Tage, die Weichsler mit gespannter Aufmerksamkeit verschlangen. Was wir eben lachend seinen Zuhörer an? Die Italiener auch große Verluste gehabt haben? Ja, meinst, wir haben uns nur so zusammenpfeffern lassen, wie die Hasen? Kannst dir ja ausrechnen, was die verloren haben, in den zusammen geschmolzen sein, ohne aus dem Graben zu kriechen? Sollen nur so weitermachen? Noch ein paar Wochen lang, dann werden es bald fertig sein mit ihrem Menschenmaterial. Hatte nicht aufpassen wollen, stand über die Karte geborgt und fuhr in die Höhe, als das Wort Menschenmaterial an sein Ohr schlug. Da klang in seine Gedanken hinein wie ein Hohenschrei. Als hätten die beiden ihn durchschaut und sich verabredet, ihm so recht zu zeigen, wie alleine war. Den Leichengeruch durchzog, der Einschlag der Granaten durchzitterte, standen zwei, jeder selbst Einsatz und sprachen, während auch um ihre Knochen die Würfel noch rollten, von Menschenmaterial. Bratten dies ruchlos schändliche Worte über die Lippen, ohne jede Empörung, als der Seleib nicht mehr als eine Spielmünze war in der Hand von Menschen, die sich das Recht nahmen, wie Götter zu spielen. Ihr einzig unwiederbringliches Leben, ohne Bedenken einer Macht unter die Füße, die es erst mit ihren Leichen beweisen konnte, ob sie den Einsatz richtig zu platzieren weiß. Und wie so sprachen, waren Offiziere. Hoffnungsschimmer den einfachen beim Kanonenfutter vielleicht. Die kauerten jetzt ergeben auf ihren Plätzen, dachten nach Hause und fühlten sich doch jeder immer noch als Mensch. zu seinen Leuten, zu ihrer stillen, schimpfen Trauer, zu dieser wirklichen Größe, die ohne Pathos und ohne Feierlichkeit gleichsam in der Hausjoppe geduldig den Heldentod erwartete. Wortlos ging er an den beiden Schwätzern vorbei ins Freie. Bereit die übrig gebliebenen der abgelösten Kompanie im Lauf graben. Immer zwei Mann mit einem toten Kameraden auf der Zeltbahn zwischen sich. Langer Zug, erschütternd in der lautlosen Erwartung, in die von oben das Zischen und Knallen des Schrapnells, das Krachen der Granaten wie eine Drohung an die noch Lebenden sich mischte. Erballte erbitter die Fäuste gegen diese dröhnende Unersättlichkeit, als plötzlich der bleiche Feldwebel vor die Toten trat und ihn aus seiner Versunkenheit schreckte. Ich melde Gehorsamst, wir haben noch drei Schwerverwundete, die nicht gehen können, auch unsere 14 Toten. Für die drei Italiener sind mir keine Träger geblieben. Lassen wir euch zum Andenken da. Mit seinem dröhnenden Lachen der Oberleutnant ein, der eben mit Weichsler den Unterstand verließ. In der Nacht kannst du sie da oben zu den Laufgräben verscharren lassen, Herr Hauptmann. Wann es finster wird, verlegen die Herren Katzenmacher ihr Sperrfeuer weiter zurück. Da kann man schon hinauf. In Ruhe werden sie nett haben, denn die Granaten reißen alles wieder auf, aber unsere eigenen Toten haben es auch nicht schöner. Den armen Kadetten habe ich schon dreimal begraben lassen. Überhaupt her? fragte Lauter und Weichsler sich vordringend. Habt sie denn einen Grabenkampf gehabt? schüttelte stolz den Kopf. Ja, so weit haben es die Herrschaften nie gebracht. Die drei haben uns vorgestern Nacht den Stacheldraht abzwicken wollen, aber unser Maschinist hat es erwischt und ihnen den Spaß verdorben mit seiner Kugel spritzen. Und nachher sind sie uns gerade so vor der Nasen gelegen und haben so wunderschöne kanarengelbe Schuhe angehabt, die haben ihnen meine Leute nicht gönnt. Da schloss er mit einem Fingerzeig auf die Füße des blassen Feldwebels, da hast gleich ein Paar davon. Jetzt müssen wir aber gehen. Das Feldwebel ist perfekt, Herr Hauptmann. Die Katzlmacher werden schauen heute Abend, wann sie daherkommen, um uns schön bequem abzukrageln und auf einmal legen 150 Gewehre los und zwei feine neue Kugelspritzen. Haha, schade, dass ich nicht dabei sein kann. Servus Kleiner, viel Glück. In lustigen Gassenhauer trellern folgte er seinen Leuten, ohne sich noch einmal umzusehen, um zu bemerken, dass Marschner ihm noch ein Stück weit das Geleite gab. Wie in einen Sonntagsausflug traten da Menschen den Weg an, die über das grausige Trümmerfeld den steilen zerschossenen Hügel führte. Welche Hölle mussten die hier in diesem Maulwufsbau durchlitten haben? Mit einem schweren Seufzer blieb der Hauptmann stehen. Es war, als ginge mit der langen, grauen Kolonne, die langsam durch den Graben schlängelte, die letzte Hoffnung weg. Des letzten Soldaten, wie er so schaukelnd immer kleiner wurde, war die Welt. Er immerte sich an diesen Rücken, maß bang, die schwindete Entfernung von der Grabenecke, die ihn bald für immer verdecken musste. Noch konnte man einen Gruß nachrufen, im Laufschritt noch einen Brief nachtragen. Da stand auch dieser letzte Mittler, die letzte Möglichkeit, die Weite in zwei Hälften zu teilen. Sehnsucht scheute zurück vor dem endlosen Raum, den sie nun allein zu überbrücken hatte. Er sank in sich zusammen, als er nun ganz verlassen im leeren Graben stand. Ausgehöhlt fühlte er sich, sah hilfesuchend umher, und sein Blick blieb haften an der Mulde, die nun freigemacht war von den Leichen. Jener lagen noch da. Eine zeigte sein Gesicht, sperrte immer noch den Mund auf zu einem Schrei, und seine Hände kreilten sich, wie abwehrend, in den aufgedunsenen Leib. Anderen lagen mit hochgezogenen Knien, den Kopf zwischen den Armen. Die Füße starten mit den grauen, verkrampften Zehen wie ausgeraubt, wie eine stumme Anklage in den Laufgraben hinein. Um diese Leichen. Verlassenheit um diese entblößten Füße. Gewebe aus Erinnerungen, ein Gedränge von verwehten Gesichtern flimmerte auf. Unterknechte aus Venedig, schwätzige Kutscher, wohnenlose Wirtin aus dem Possilipo. Reisend durch Italien jagten ein Herr von Leidtragenden vorbei. Diese schloss die eigene Schwester den Reiten, saß sorglos bei der Musik auf der Türkenschanze, während der Bruder schon irgendwo starr auf der Erde lag, als tot Feind immer mit dem Fuß beiseite schob. Weiter, als gingen die drei Toten auf ihren nackten Sohlen lautlos hinter ihm her, fühlte er sich wie geborgen, als er endlich bei seinen Leuten ankam. Die Karten fielen jetzt so dicht, dass keine Pause mehr die einzelnen Einschläge getrennte, dass alle Geräusche zu einem einzigen gleichmäßig fließenden Donner zusammenschmolzen, der die Erde wie einen Schiefsleib erzittern machte. Volltreffer, der oben die Leckungen auseinanderwirbelte, folgte ein scharfes Krachen und Spitten und wenige Minuten später schleppten zwei Männer ächzend eine Leiche herunter, lehnten sie an die Grabenwand und stiegen durch den schmalen Schacht wieder zurück auf ihren Feldwebel aufstehen und bewegen. Erhob sich von der Ecke ein Soldat nach sein Gewehr und stapfte mit schweren Schritten den beiden anderen nach. Der war trostlos, so unbarmherzig sachlich, etwa, wie man bei Einzelübungen im Kasernenhof gelangweilt der nächste ruht. Dass sich um den Toten sofort eine kleine Gruppe zusammenscharte, von der scheuen Neugier getrieben, die einfache Leute unwiderstehlich zu Leichen und Beerdigungen zieht. Von ihm erwarteten die meisten, er fühlte es an ihren Blicken, dass er nun hinüber gehen werde, um dem Toten seine Referenz zu erweisen. Er war fest entschlossen, nicht zu erfahren, wie der Gefallene hieß. Er war fest entschlossen, sich endlich beherrschen zu lernen, allen kleinen Ereignissen gegenüber gleichgültig zu bleiben. So lange er das Antlis des Toten nicht gesehen, seinen Namen nicht gehört hatte, war nur ein Mann gefallen, einer von den vielen Tausenden. Wenn man Distanz behielt, sich nicht über jeden einzelnen beugte, kein festbestimmtes Schicksal vor sich aufsteigen ließ, war es gar nicht schwer, gleichgültig zu bleiben. Vor den zweiten Schacht hin, der nach oben führte, und merkte jetzt erst, dass es ganz still geworden war, dass kein Heulen, kein Bersten mehr herunter drang. Niemand löste dieses Schweigen dem betäubenden Lärm ab, füllte den Raum mit einer gespannten Erwartung, die ängstlich in allen Augen flatterte. Von diesem beklemmenden Druck und kroch durch den bröckelnden Schacht in die Stellung hinauf. Das Erste, was er erblickte, war der gekrümmte Rücken Weichslers, der sich mit dem Fernglas vor den Augen an ein Schutzschild schmiegte. Die anderen standen wie angesaugt an ihren Schießscharten und die Regungslosigkeit ihrer Schulterblätter hatte etwas Schreckendes. Er schlief ein Zucken der starte Reihe. Er sprang zurück, gegen den Hauptmann schrie, sie kommen, steigte zum Schacht und blies mit geblähten Backen in seine Larmpfeife. Er schlief im Marschner nach, trat zaudernd zur Schießscharte und sah hinaus in das weite, rauchdurchzogene Feld, das jenseits der zerzausten Drehte, schau, zwissen und blutbefleckt sich wölbte, wie der geblähte Leib einer riesenhaften Leiche. Ging eben die Sonne unter, wuchs halb schon versunken, rotglühend aus dem Boden, und vor diesem blendenden Hintergrund tanzten schwarze Silhouetten, wie Mücken im Mikroskop, wie Indianer, die das Kriegsball schwingen. Nein, waren sie noch, verschwanden bisweilen, sprangen hoch, kamen näher, wuchtelten mit den Gewehren wie mit Polypenarmen und ihr Geschrei wurde allmählich hörbar, anschwellend wie fernes Hundebellen, heulend, wenn sie Avanti Buchen und dumpfen Donnerrollen abgelöst, wenn der Ruf Corazio hereinlief. Böschung stand jetzt dich gedrängt, Kopf an Kopf die Kompanie, die Gesichter aus Stein, verbissen Kreideweiß mit lippenlosen Mund das Gewehr im Anschlag. ein einziges Raubtier mit hundert Armen und Augen. Schießen, nicht schießen, nicht schießen, geilt sie die Stimme Weichslers ohne Atempause durch den Graben, schang sich um alle Kehlen und hielt die Finger fest, die sich in bleicher Gier um die Hähne krallten. Er flog die erste Handgranate in den Graben. Man sah sie kommen, einen Mann sich aus der Masse lösen, dem Ausgange zutaumeln mit ausgebreiteten Armen und übergebeugt einen roten Schleier aus Blut vor dem Gesicht. Da setzte ich lösend das Hacken der Maschinengewehre ein. Und rasten auch die Gewehre los, wie eine schnaubende Meute. Abstoßende kalte Gier lag auf allen Gesichtern. Manche schrien laut auf vor Hass und Wut, wenn wieder neue Gruppen auftauchten hinter den gelichteten Reihen. Sie gelitten schon, und immer noch kam das grölende Coraggio näher. Topsucht befallen, hüpften draußen die Silhouetten, sprangen in die Luft, fielen hin, kollerten durcheinander, als hätte der Kriegstanz jetzt erst seinen Paroxismus erreicht. Maschner, wie der Mann neben ihm, für einen Augenblick das Gewehr schenkte und mit hastigen, schlotternden Händen das Bayonett auf den rauchenden Lauf klemmte. in ihm hoch, das schwindelnde Augen schloss und sich gegen die Grabenwand gelehnt auf die Erde niedergleiten ließ. Sehen aus nächster Nähe Volvo aus der Tasche nahm das gefüllte Magazin heraus und darf es weg. Nun einmal ruhig sich auf von wunderbaren Gefasstheit gehoben, bereit sich niedermachen zu lassen von einem dieser keuchenden Tiere, die da von blinder Todesangst gehetzt heranstürmten. Das Mensch sterben mit sauberen Händen. Ein fürchterlicher entmenschter Schrei in seiner nächsten Nähe riss seine Gedanken in den Graben zurück. Breiter Strahl aus Licht und Feuer fiel in steilen Bogen, blendend neben ihm nieder. Klaus spritzend über die Schulter des großen pockennabigen Schneiders vom ersten Zug. Nun stand die ganze linke Seite des Mannes in Flammen. Er warf sich heulend auf die Erde, wälzte sich kreischelnd, sprang wieder auf, lief wie eine lebende Fackel jammernd umher, sein liegen, atmete den Geruch des verbrannten Fleisches und sein Blick fiel unwillkürlich auf die eigene Hand, wo unter dem Daumen ein winziger weißer Fleck an die Qualen einer Brandhunde erinnerte, der sich als Junge zugezogen. In diesem Augenblick ein brausendes, jauchzendes Hurra aus hundert befreiten Kehlen. Der Angriff war abgeschlagen. Lord Weixler hatte den Flammenwerfer aufs Korn genommen und auf den ersten Schuss getroffen. Der starte Hand des Gefallenen hatte die Flammen steil aufsteigend wie eine Fontäne auf die eigenen Kameraden ergossen und die dezimierten Reihen waren von der unerwarteten Gefahr je zurückgescheut, wie den Hals über Kopf verfolgt von rasendem Feuer aus allen Gewehren. Es fielen die Soldaten hin, mit schlaffen Zügen und erloschenen Augen, als gespeist hatte. Einzelne lehnten Käse weiß an der Grabenwand, legten den Kopf beiseite und erbrachen sich vor Übermüdung. Schna fühlte ein Übelsein in sich aufsteigen, passete sich dem Ausgange zu. Der in seinen Unterstand muss allein sein, sich irgendwie befreien von der Verzweiflung, die ihn umklammerte. Beixler ganz unerwarteten die Stille hinein und galoppierte nach links, wo die Maschinengewehre standen. Einmal um, stieg den Antritt und sah ins Vorfeld hinaus. Dicht vor den Drahthindernissen kniet ein Italiener, die Linke schlaf am Leib, die rechte flehende hoben und rutschte langsam heran. Rückwärts halb verdeckt von dem knierenden regte sich etwas auf der Erde. Wunderte krochen dort an den Boden gepresst dem eigenen Graben zu und sah genau, wie sie hinter Leichen Deckung suchten, immer wieder eine Weile regungslos liegen blieben, um nicht entdeckt zu werden vom Feind. Anblick dieser gottverlassenen Kreaturen, die so mit Zähnen und Krallen an das bisschen Leben sich klammerten, vom Tod umlauert, jede Sekunde, wie eine Ewigkeit über sich. Jetzt ist nicht irgendwo ein Strick da? Ein alter Korporal in den Graben zurück. Arme Teufel von Salamucci dauert nicht. Zein meiner Rede bei der Skala des Maschinengewehres. Vor dem Stacheldraht horchte auf, warst sich zurück wie zum Anlauf aufs Gesicht. Da sah man die Erde stauben vom Einschlagen der Kugeln und die anderen weit rückwärts sich wie Schlangen aufrichten. Einen kurzen Satz nach vorne liegen. Im Blick stand Hauptmann Marschner sprachlos, sperrte den Mund auf und keinen Laut aus der Kehle. Er löste sich seine Zunge und schrie mit einer wahnsinnigen wirkenden Wut in der Stimme Herr Leutnant Weixler bin Hauptmann fangen zurück. Er entgegen mit beilten Fäusten rot im Gesicht Außen kei der atemlos der staunt an legte die Hände an die Hosen naht und meldete stramm zu Befehler Hauptmann blick die Stimme aus seine Zähne schlugen klappernd aneinander am ganzen Leibe zitternd Wehrlose Verwundete schießt ein Soldat nicht merken sie sich das wurde Kreide weiß Vorsammst Herr Hauptmann der eine der bei uns war hat mir die anderen verdeckt habe ihn nicht verschonen können aufbäumenden Zorn fügte trotzig hinzu hätten genug hungrige Mäuler daheim mit vor der Hauptmann ganz nah hin heran schampfte mit dem Fuß und schrie was sie denken interessiert mich nicht ich verbiete ihnen auf Verwundete zu schießen so lange ich hier das Kommando führe ist jeder Verwundete heilig ob er zu uns will oder zum Feind haben sie mich verstanden schrie 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 Er legte Maschner ganz leise mit dem Kopf und sagte tonlos, »Sie haben ein Wert und ein Wert.« Aus seinen Augen tanzten farbige Kugeln. Er musste alle Kraft zusammennehmen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und fiel zu schlagen auf die Konservenkiste nieder, als er endlich den Unterstand erreicht hatte. Masch wandelte sich langsam in eine tiefe, erbitterte Mutlosigkeit. Er wusste genau, dass er im Unrecht war, seinem Gewissen gegenüber nicht. Ihm galt die Tat als feiger Meuchelmord, aber er und sein Gewissen hatten hier nichts zu sagen, hatten sich hierher verirrt und mussten Unrecht behalten. Sollte er tun, gab er den Befehl schriftlich aus der Hand, dann bescherte er Weichsler eine erwünschte Gelegenheit, sich hervorzutun, und brachte sich selbst vor den Auditor. Diesen Triumph wollte er dem hämischen Kerl nicht gönnen, die über selbst Schluss machen. Hing ging zum Brigadekommando und es den hohen Herren offen ins Gesicht sagen, dass er das blutige Scheibenschießen nicht länger mit anschauen, dass er Menschen nicht wie reisende Tiere jagen könne, gleich viel, welche Uniform sie trugen. Wenigstens hörte das Versteckspielen endlich auf. Sie sollten ihn nur füsilieren oder aufknüpfen lassen, wie einen gemeinen Verbrecher. Er würde ihnen zeigen, dass er zu sterben wusste. Mit festen Schritten ging er hinaus, befahl einem Soldaten, den Herrn Leutnant zu holen. So hell war es jetzt in ihm und so ruhig. Er hörte das höllische Feuer, das die Italiener wieder auf den Graben legten und ging langsam wie ein Spaziergänger nach vorne. Schmeißen's mit schweren Minen, meldte der alte Korporal und schaute den Hauptmann verzweifelt an. Aber der ging vorbei, ungerührt von dem flehenden Kummer. Das alles ging ihm nichts mehr an. Der kam hier das Kommando, dem eben Sagen. Kaum erwarten, die Verantwortung von sich zu wälzen. Als Weichser noch immer nicht kam, durch den Schacht in die Stellung hinauf. Seine schlechten Augen flogen ihm entgegen, suchten den geschriebenen Befehl in seiner Hand. Er tat, als merkte er den fragenden Blick gar nicht. Er hörte ihn hochfahrend an. Ich übergebe ihnen jetzt die Kompanie, bis... Ein Tollen von unerhörter Stärke schnitt ihm das Wort ab. Das Gefühl trifft mich. Beim selben Augenblick auch schon etwas wie einen schwarzen Walfisch vor seinen Augen aus dem Himmel sausen, kopfüber in die rückwärtige Grabenwand hineinfahren. Nach ein Grat aus der Erde, ein Flammenmeer, das ihn aufhob und ihm die Lunge mit Feuer füllte. Als er langsam zu sich kam, lag er unter einem Erdwall begraben. Nur der Kopf und der linke Arm waren frei. Die anderen Glieder fühlte er nicht mehr. Der Körper war gewichtlos geworden. Er fand seine Beine nicht. Nichts da, was er hätte bewegen können. Nur ein Brennen und Wühlen, das von irgendwoher in sein Gehirn mündete, die Stirne versenkte und die Zunge zu einem schweren, rückenden Klumpen anschwellen ließ. Ah! stönte er. Niemand da, um ihm einen Schluck Wasser in die ausgebrannte Mundhülle zu träufeln? War niemand? War der Weichsler? Der musste doch da in der Nähe stehen, oder? War er am Ende auch verwundet? Er wollte hochschnellen, wissen, was mit Weichsler geschehen war. Er wollte... Überlasteter Dampfkran, mühte sich, seine linke Hand den Kopf zu erreichen. Und als es ihm endlich gelang, sie unter den Nacken zu schieben, da fühlte er erschauernd, dass der feste Widerstand der Hirnschale ausblieb, dass er in einen weichen, warmen Brei hineingriff, in dem seine Haare vom geronnenen Blut verkleistet, wie ein feuchter, warmer Filz an den Fingern pappen blieb. Statt, zu alt, sterben, ganz allein. Und was mit dem, stimmte er seinen Kopf, mit der linken so weit hoch, dass er einige Schritte weit den Graben überblicken konnte. Und nun sah er Weichsler, mit dem Rücken gegen sich, mit dem rechten Arm an die Wand gelehnt, schief dastehen, die linke Hand an den Leib gepresst, schultern hoch oben, wie im Krampf. Und dann reckte er sich. Er brachte den Boden und einen breiten, dunklen Schatten, den Weichsler warf. Blut. Aber da musste nur Blut sein. Und es sich doch so merkwürdig, wie ein dünner, roter Faden zu Weichsler hinauf, dorthin, wo er sich den Leib hielt, als wollte er die Wurzeln abreißen, die ihn an die Erde fesselten. Er brachte den Kopf nach vorne und stieß einen röchelnden Schrei aus, einen Schreckensschrei, als er erkannte, dass der Unglückliche seine Eingeweide hinter sich herzog. Entfüllend, heißem Mitleid durchzittert. Er sah Fragen zu Marschner hinunter, blaß, aurig, mit erschrockenen Augen. Nur den Bruchteil einer Sekunde lang stand er so. Da war das Gleichgewicht, taumelte und fiel nieder, verschwand aus dem Gesichtskreis des Hauptmanns. Dass ihre Blicke Zeit gehabt hatten, sich zu kreuzen. Beigehuscht war nur das bleiche Gesicht. Doch stand es da, blieb haften in der Luft mit einem milden, weichen, klagenden Zug um die schmalen Lippen, mit einem unvergesslichen Ausdruck von sanftem, ästlichem Sichergeben. Er schwebte, durchframmte es Marschner. Er schwebte es, jauste es in ihm. Leuchten, er goss sich über seine Blässe. Die gut verklebten Finger fuhren wie streichelnd durch die Luft, zurückgesangten und die Augen brachen. Die durch den hochgetürmten Erdwall endlich bis zu ihm vordrangen, fanden ihn schon entseelt. Um seinen Mund schwebte, trotz der grässlichen Verwundung, ein zufriedenes, fachliches Lächeln. Aufgenommen von Jule Niedermeyer Menschen im Krieg von Andreas Latzko. Die Libowox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der großen Platz vor dem alten Rathaus, bis jetzt dem Armee-Oberkommando als Amtsgebäude diente und die drei zauberkräftigen Buchstaben A, O, K, wie ein kabbalistisches Zeichen auf der Stirne trug, konzertierte auf Befehl seiner Exzellenz von drei bis vier Uhr nachmittags täglich eine Militärkapelle. Die Stimme der Zivilbevölkerung für die vielen Unannehmlichkeiten, die das Einkortieren von mehreren hundert Stabsoffizieren und einer Reihe niederer Kommandostellen unvermeidlichem Gefolge hat, dieses kleine Vergnügen als Entschädigung geboten werden. Auch trugen, nach Ansicht des Exzellenzherrn, derartige Veranstaltungen wie zur Beliebtheit des Militärs bei und förderten den Patriotismus der Schuljugend und der kompakten Masse. Die Stimmung im Publikum zu sorgen und für gutes Einvernehmen zwischen den Militärs und Zivilbehörden gielt der gestrenge Herr Oberkommandierende bei aller Wahrung seiner Vorrechte im Interesse der Kriegführung für dringend geboten. Nebenbei aber hatte der Umstand, dass die Herren des Generalstabes mit Exzellenz an der Spitze um die Zeit ihren schwarzen Einnahmen nicht unwesentlich zu der Einführung dieser Nachmittagskonzerte beigetragen. Unter den hundertjährigen Platanen, die mit ihren riesigen ineinandergreifenden Kronen den ganzen Platz wie ein Kirchenschiff überwölbten, sah es sich sehr angenehm. Die Herbstsonne lag mit mattem Glanz auf den Mauern ringsum, streute wie durch Putzenscheiben goldene Ringe durch das dichte Laub auf die kleinen, runden Tische, die in langen Reihen vor dem Kaffeehaus standen. Und vom Generalstab war eine extra Reihe da, schniveiß gedeckt, mit kleinen Blumenvasen und frischen, knusprigen Kuchen, die ein Verpflegsfeldwebel täglich Punkt 3 aus der großen Feldbäckerei herüberbrachte, wo sie für Exzellenz und seine Kaffeegesellschaft eigens und mit entsprechender Sorgfalt unter persönlicher Aufsicht des Kommandanten verfertigt wurden. Ein schönes, lustiges Bild, buntes, richtiges Großstadttreiben um den Musikpavillon, so lebendig und sorglos fröhlich wie auf dem Graben in Wien an einem schönen Frühlingssonntag im tiefsten Frieden. Kinder umstanden andächtig das Orchester, schlugen den Takt und klatschten begeistert Beifall nach jedem Stück. In den Straßen, die auf den Platz mündeten, zirkulierte die heranwachsende Jugend, gehende Backfische mit bunt bemützten Gymnasiasten. Während die Haute Volée, die Damen der ortsansässigen Beamten und Kaufmannschaft in der benachbarten Konditorei auf der Lauer saßen, um sich emsig zu entrüsten über die unternehmungslustigen Hüte, durchstimmernden Strümpfe und fast kniefreien Röcke einer gewissen zugereisten Weiblichkeit, die da, trotz aller Proteste und Verfügungen, bei helllichten Tage schamlos ihr Unwesen trieb. Backnote aber gaben doch die durchreisenden Offiziere. Alles, was auf Urlaub ging oder wieder zur Truppe einrückte, musste durch die Stadt und genoss in vollen Zügen den ersten oder letzten freien Tag. Der geringste Mangel draußen an der Front, ob es nun Hufnägel, Sattelseife, Sanitätsmaterial oder Flaschenbier zu holen galt, alles konnte hier am nächsten und raschesten besorgt werden, in dieser ersten, kleinen, draußen Stadt. hatte oder unbeliebt war, erhielt eine Auszeichnung für seine Heldentat und damit basta. Die Gunst seines Kommandantengenoss wurde vor allem hierher zum Einholen geschickt, als Lohn. Die unglaubliche Findigkeit im Entdecken dringender Bedürfnisse hatte sich allmählich herausgebildet und ein geheimnisvolles arithmetisches Verhältnis waldete unverkennbar zwischen dem Aufwand der einzelnen Truppenteile an Holzkohle, Wagenfette, etc. und der Entfernung ihres Standortes von der beliebten Etappenstation. Lange währte das Vergnügen ja nicht, gerade die Zeit ein heißes Wannenbad zu nehmen, seine besten Uniformstücke frisch aufgebügelt, einige Mal in den Hauptstraßen herum zu zeigen, zwei Mahlzeiten an weitgedecktem Tisch und eine kurze Nacht in einem richtig gehenden Bett mit oder, wenn es durchaus sein musste, ohne Zertlichkeit. Da ging es wieder betrübt und in nervöser Reizbarkeit hinaus zum rasend überfüllten Bahnhof. und zurück zur Front, in das feuchte Erdloch oder sonnendurchglühte Blockhaus. Hier dieser jungen Offiziere, die sich mit hungrigen Augen durch das Städtchen bummelte, ein Kasten im Blut, wie der Taucher, der in einem Augenblick die Lunge sich vollsaugt, hat allmählich das ganze langweilige Provinznest angesteckt. Er schäumte, bereicherte sich und wurde leichtlebig, konnte gar nicht genug haben an Sensationen. nun es einmal im Mittelpunkt des Weltgeschehens stand und einen Anspruch hatte auf Ereignisse. Er bogte die Menge auch an diesem Wochentage an der Musik vorbei, festlich gekleidet und festlicher Laune, durchzuckt von den Rhythmen des blauen Donauwalzes, den das Orchester mit Trommelwirbel und schnellen Schlag hinreißend exekutierte. Nach den Kulissen eines ganz großen Festspielhauses, während der Aufführung einer Tragödie mit Chören und Massenaufzügen, ging es eigentlich zu. Gutig Ernststück, das vorne gespielt wurde, sah und hörte man nichts. Die Sicht der Akteure entspannte sich hier auf der Hinterbühne. Die rasteten, warfen sich hinein in den farbigen Rummel, hässlich froh, nichts zu wissen von dem Fortgang des Trauerspiels. Genau wie richtige Schauspieler auch in ihr bürgerliches Dasein zurückfallen, bis zum nächsten Stichwort. Im Schatten der alten Bäume sitzend, bei Kaffee und Zigarre diesem Treiben zusah, konnte leicht von der Illusion erfasst werden, auch das Drama, das vorne an der Front gespielt wird, sei nur ein lustiges Spektakelstück. Der Krieg präsentierte sich, von hier aus gesehen, wie ein lebensspenderter Strom, der Musikkapellen heranschwemmt, Geld und Frohsinn unter die Leute bringt und von promenierenden Offizieren betrieben, von gemächlich verdauernden Generalstäbern dirigiert wird. An der blutigen Seite war nichts zu sehen. Schützendonner schlug ans Ohr. Kein Verwundeter trug sein persönliches Elend als störende Note in die allgemeine Lebenslust hinein. Das war freilich nicht immer so gewesen. In den ersten Tagen, als das tägliche Kaffeekonzert noch den Reiz der Neuheit hatte, ergossen sämtliche Sanitätsanstalten alle Ergänzungs-, Not- und Reserve-Lazarette, ihren ungeheuren Bestand an Rekonvaleszenten und leicht Verwundeten in die Stadt hinein, die Promenade. Das dauerte nur zwei Tage. Dann befahl seine Exzellenz der Oberkommandierende, den Garnisons-Chefarzt, zu kurzer Audienz und erklärte dem zerknirschten Sünder in scharfen Worten, wie ungünstig ein solcher Anblick die Stimmung im Publikum beeinflusste. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass alles, was Verbände trägt, verstümmelt ist oder sonst wie geeignet erscheint, deprimierend auf die allgemeine Kriegsbegeisterung einzuwirken, künftig hin in den Spitälern konsegniert bleiben werde. Die Stimmung wurde nicht enttäuscht. Nichts Unerfreuliches trübte mehr sein Vergnügen, wenn er mit der geliebten Virginia zwischen den Zähnen über die lange Reihe seiner Untergebenen hinweg auf die Straße hinaus sah. Er ging da vorbei, ohne einen ehrfurchtsvollen scheuen Seitenblick auf den allmächtigen Schlachtenlenker zu werfen, der, wie andere gewöhnliche Sterbliche, sein Kaffee schlürfte, durch den er der berühmte Generaloberst X war. Unbeschränkter Herr über Hunderttausende von Menschen leben, in den Zeitungen mit Vorliebe der Sieger von Sternchen genannt. dieser Stadt, dass er nicht mit einem Federstrich hätte umbiegen können, nichts, was er nicht nach Gutdünken hätte fördern oder vernichten können. Gunst bedeutete Lieferungen und Reichtum oder Auszeichnung und Abonnement, Ungnade, Aussichtslosigkeit oder Marschroute in den sicheren Tod. Aus dem Korbstuhl, der einmal historisch zu werden versprach, saß lächelnd der Gewaltige und scherzte mit der Frau seines Generalstabschefs. Er wies mit der Hand hinaus auf die Straße, wo im grellen Sonnenschein die Menge wogte und sagte mit einer satten, triumphierenden Heiterkeit in der Stimme, das Treiben möchte ich einmal den Herrn Pazifisten zeigen, die immer so tun, als wäre der Krieg nichts als ein scheußliches Gemetze. Wir hätten dieses Nest im Frieden sehen sollen, gnädige Frau, zum Einschlafen. Dienstmann an der Ecke verdient heute mehr Geld als früher der größte Kaufmann. Haben Sie schon die jungen Leute angesehen, die von der Front hereinkommen? Sonnenverbrannt, gesund und vergnügt. Die meisten sind im Frieden in irgendeiner Kanzlei gehockt, schlapp, kiesig, verbummelt. Die Welt ist noch nie so gesund gewesen wie heute. Nehmen Sie aber eine Zeitung in die Hand, dann lesen Sie von einer Weltkatastrophe, vom Verbluten Europas und was die Herren sonst noch zusammenschmieren. Weißen Braun glitten hoch hinauf, die Mitte der stark gewölbten Stirne. Kleinen, stechenschwarzen Augen, schon beobachtend über die Gesichter der Anwesenden. Die Anregung des Exzellenzherrn wurde sofort emsig aufgenommen. Bei allen Tischen flammte das Gespräch auf, wurde die segensreiche Wirkung des Krieges abgewandelt, ergingen die Spaßmacher sich in witzigen Bemerkungen über das Schreibergeschwätz der Friedensfreunde. Einziger saß in der ganzen Gesellschaft, dem der Krieg nicht wenigstens zwei Auszeichnungen, materielle Sorglosigkeit und eine herrschaftliche Lebensführung beschert hatte, wie sie in Friedenszeiten nur viel beneideten Geldmagnaten beschieden ist. Der Krieg trug in diesem Kreise der Knecht rup rechts, einen Sack voll guter Gaben auf dem Rücken und eine Anweisung auf glänzende Karriere in der Hand. Eine oder andere der Herrn einen Trauerflor auf dem Ärmel für den Bruder oder Schwager, der als Truppenoffizier das andere das Todbringende Gorgonenantlitz des Krieges geschaut. Aber dieses Antlitz war so weit, über 60 Kilometer in der Luftlinie, und ein gelegentlicher Ausflug in seine Nähe war kurzer Nervenkitzel, schuldes Erlebnis. Einer Stunde raste das Auto wieder in die Sicherheit zurück, zur Badewanne, und man ging wieder in Stifletten über asphaltierte Straßen. Man hätte da nicht einstimmen mögen in das Loblied der Exzellenz. Er warste eine Weile noch befriedigt dem Stimmengewirr, das seine Worte entfesselt hatten, und zog sich dann allmählich wieder in seine Gedanken zurück. Der Sonnenringe, die durch das bewegliche Laubdach wie durch ein Sieb auf ihn herabfielen, mit den Kreuzen und Sternenspielen, den drei dichtgesäten Reihen seine linke Brusthälfte bedeckten. Alles, was die Herrscher viermächtiger Reiche für Heldenmut, Todesverachtung und hohe Verdienste als sichtbares Dankeszeichen zu vergeben hatten, war vollzählig da in der Reichen Sammlung. Sieger von Sternchen noch hätte er streben können und das alles hatten ihm elf kurze Kriegsmonate an den Hals geworfen. Ernte eines einzigen Kriegsjahres. 39 Dienstjahre hatte er vorher in öder Gleichmäßigkeit in ewigem Kampfe mit schäbigen Alltagssorgen abgehaspelt. Er hatte sich müde gerungen mit all den Nöten eines hoffnungslosen Kleinbürger Daseins, das den kläglichen Bemühungen eines verschämten Armen gleicht, der einen Defekt seiner Kleidung mit tausend Kniffen zu verbergen sucht und das verräterische Loch immer wieder hervorlugen sieht aus der krampfhaft drapierten Verhüllung. 31 Jahre lang hatte er sich unentwegt auf Enthaltsamkeit trainiert, mit sehr viel Gold auf der Uniform und sehr wenig in der Tasche. Er hingst schon bereit gewesen abzugehen, wirklich satt des billigen Vergnügens, als für junge Offiziere. Da kam das Wunder. Im Handumdrehen war aus dem grantigen alten Herrn eine Art Nationalheld, eine europäische Berühmtheit, war er, der Stieger von Sternchen, geworden. Wenn die gütige Fee erscheint, der verwunschene Prinz in strahlender Jugend der garstigen Hülle entsteigt und von Lakaien und Rittern umringt, sein prächtiges Schloss bezieht. Die Jugend blieb ihm wohl versagt, aber er war doch wieder elastisch geworden. Das ereignisreiche Jahr hat ihn aufgerüttelt. Lebenslust und Arbeitskraft eines Vierzigjährigen pulsierten, neu erwacht in seinen Adern. Als Herrscher saß er da, im Schatten der Plantanen. Das Glück an seiner Brust spiegelte leuchtend die Sonne. Deine Stadt lag ihm zu Füßen. Nichts fehlte, um das Märchen vollkommen zu machen. Vor dem Kaffeehaus schlummerte das riesige graue Tier, von zwei strammen Unteroffizieren bewacht, mit Lunge von hundert Pferden im Brustkasten, des Kurbeschlages harrend, der es weckt, um den Herrn mit Windeseile hinauszufahren auf sein Schloss, Hoberstadt und Tal. Die Zeit, da man mit Generalstreifen auf der Hose, noch mit der Trambahn nach Hause fuhr, in die standesgemäße Sechszimmerwohnung, die eigentlich eine Fünfzimmerwohnung war, mit einer Kammer. Das alles. Die hatten ihre edelsten Kräfte, Generationen, ihren Kunstsinn aufgeboten, um das Schloss, das jetzt für seine Exzellenz und den Oberkommandierenden der X-ten Armee requiriert war, den erlesensten Schätzen zu füllen. Sonne und Zeit hatten unermüdlich ihre Arbeit getan, bis laute Glanz des aufgestapelten Reichtums zu wohltemperierter Pracht gedämpft, wie durch einen feingewobenen Schleier schimmerte. Da täglich als Herr des Hauses die mächtige Freitreppe hinanstieg, sein laut durch die vorne im schlummernden Räume hetzte, musste sich als König fühlen, konnte den Krieg nur wie ein herrliches Märchen erleben, oder gab es je einen Hofhalt, der näher das Wunder streifte? In der Küche regierte ein Meister seiner Kunst, der Chef des ersten Hotels im Lande, mit doppeltem Generalsgehalt nicht zufrieden, für einen Lohn von 50 Keller täglich, wandte doch seine ganze Kunst auf, hatte nie angstvoller gestrebt, dem Gaumen, dem er diente, zu schmeicheln. Die Warten, den er servieren ließ, war das schönste Stück Fleisch, das 200 Ochsen, die täglich im Armeebereich ihr Leben fürs Vaterland ließen, bei sorgfältigster Wahl zu vergeben hatten. Dicken Männer, die ihn auf silbernen Schüsseln, von Schülern Benvenutus, für den Ahnen des Hauses geschmiedet, auftrugen, waren Generäle des Kellnerstandes, ließen im Frieden den Frack in London bauen und lauerten jetzt wie verprügelte Piccolos, zittern auf jeden Wink des Gebietes. Die ganze fürstliche Haushalt funktionierte automatisch und ganz ohne Geld. Oder dass der Herr, für den alle sich mühte, jemals den sonst zu unvermeidlichen Griff zur Brieftasche tat. Unerschöpflich zirkulierte das Benzin in den Adern der Dreikraftwagen, die Tag und Nacht auf den Marmorquadern des Schlosshofer sich regelten. Wie von Feenhänden gespendet, strömte alles herbei, was Mund und Auge begehrten. Die sind erforderte seinen Lohn. Alles schien selbstständig da zu sein, wie in Märchenschlössen, wo jeder Wunsch Schöpferkraft besitzt. Nur das Tischlein Deck Dich war Ereignis, war ernste, greifbare Wirklichkeit geworden. Das Wunder war nicht erschöpft, wenn es 29 Tage lang alle Vorratskammern gefüllt hatte. Trieb am 30. Tag auch den Flatterten Banknoten ins Haus. Ärger, Streit, notwendige Knauserei seufzend zu tragen, stopfte man sich die Taschen gelangweilt mit den Scheinen voll, die ja doch gänzlich überflüssig waren in dem Schlaraffenland, das der Krieg seinen Vasallen erschlossen hatte. Die finstere Wolke nur rutschte ab und zu über das strahlende Firmament dieses Wunderlandes und ihr Schatten streifte die Stirne seiner Exzellenz. Der Gedanke, das Märchen könnte der Wirklichkeit weichen, die Angst eines Tages erwachen zu müssen aus diesem herrlichen Traum, störte zuweilen die reine Freude. War es dem Exzellenzherrn Bange, an den dachte er gar nicht. Wie wenn die Mauer aus Menschenleibern kunstvoll gebaut, eines Tages doch ins Wanken geriete. Wenn alle Riegelstellungen durchstößt, die Disziplin der Panik weicht und die mächtige Mauer in ihre Bestandteile zerfällt, sich in Angst erfüllte und ihre Leben jagende Menschen auflöst, der Sieger von Sternchen der allmächtige Märchenkönig wieder in den schäbigen Alltag zurücksinken, müsste irgendwo in einem stillen Nest unbemerkt seine Pension verzehren, seine Trophäen in eine bescheidene Etagenwohnung pfropfen und unter anderem ausrangierten als Stammtischgröße sich bescheiden. Misserfolg und die Welt vergisst ihm nun ihre Begeisterung. Ein anderer zieht ins Schloss hinauf, ein anderer rast im Kraftwagen als Herrscher durch die Stadt. Ganze riesige Tross blickt demütig zum neuen Herrn empor und der alte wird zur Anekdote, ein larv der Vogelscheuche, die jeder Spatz frech besudelt. Und bald es unwillkürlich zur Faust und die gefürchtete Querfalte über der Nasenwurzel, das Gewitterzeichen, das die eigenen Soldaten wieder feind fürchten gelernt, grub sich für einen Augenblick in die hochgewölbte Stirn. Er schlitt das Gesicht wieder auf. Der Exzellenz sah sich stolz im Kreise um. Der Sieger von Sternchen hatte keine Angst. Mauer stand fest und wankte nicht. Monate hatte jede Nachricht, die in Abteilung für Kundschafterdienste einlief, von den ungeheuren Vorbereitungen im feindlichen Lager berichtet. Drei Monate lang hatten sie trüben Munition gehäuft und Kräfte zusammengezogen für den Monsterangriff, der nun seit heute Nacht entfesselt war. Was die Menschenmenge, die da lustig in der Sonne wimmelte, erst am nächsten Morgen aus den Zeitungen erfahren sollte, dass draußen an der Front seit 20 Stunden eine erbitterte Schlacht im Gange war, dass kaum 60 Kilometer von dem Promenadenkonzert die Geschütze ohne Atem Atem tobt die Dichter Hagel von glühendem Eisen zischend auf seine Soldaten niederprasselte. Abgewiesene Infanterieüberfälle hatten die Morgenberichte schon gemeldet und jetzt hämmerte mit rasender Wut die Artillerie als Einleitung zu neuen Kämpfen während der Nacht. Sie sollten nur kommen. sich der Exzellenz herauf und sein Blick bekam einen gespannten Ausdruck als könnte er während seine Finger auf der Tischplatte nervös den Takt zum Donauwalzer trommelten das Trommelfeuer hören das draußen an der Front wie Sturmwind brüllte. Verkehrungen waren getroffen Menschenreservoir bis zum Überlaufen gefüllt. Mal hunderttausend junge kräftige Burschen die erlesensten Jahrgänge lagen rückwärts bereit um im geeigneten Moment vor die Walze geworfen zu werden bis sie in einem Sumpf von Blut und Knochen stecken blieb. Nur kommen stärker desto besser. Der Sieger von Sternchen war bereit seinen Lorbeeren einen neuen Zweig hinzuzufügen und seine Augen blitzten die vielen Tapferkeitszeichen an seiner Brust. Er hob sich am Nachbartisch sein Adjutant kam zögernd heran und flüsterte Exzellenz einige Worte zu. Er schüttelte ablehnend das Haupt. Zeitung Exzellenz Adjutant und fügte als der Gebieter immer noch energisch abwinkte bedeutungsvoll hinzu hat ein Empfehlungsschreiben aus dem Hauptquartier mitgebracht Exzellenz den Widerstand endlich auf erhob sich seufzend und sagte halb scherzhaft halb erkrimmt zu seiner Nachbarin scherfenes Karteschfeuer wär mir lieber. Adjutant reichte dem kahlköpfigen Zivilisten der stürmisch hochschnellte und in der Mitte auseinanderbrach mit ein zuklappendes Federmesser schovial die Hand und lud ihn zum Sitzen ein. Journalist stammelte einige Worte der Bewunderung klug erwartungsvoll sein Notizbuch auf eine Reihe von Fragen auf den Lippen. Allein der Exzellenzherr ließ ihn gar nicht erst zu Wort kommen. Er hatte sich für derlei Fälle im Laufe der Zeit einige wohlüberlegte unverfängliche Äußerungen zurechtgelegt und sagte nun seine Rede mit scharfer Betonung und kurzen Denkpausen vor seinem Heer. Dachte er rühmend seiner braven Soldaten ihre Tapferkeit ihre Todesverachtung ihre über alles Lob erhabene Leistungen brach er sein Bedauern aus über die Unmöglichkeit jeden einzelnen dieser Helden nach Gebühr zu belohnen und forderte vom Vaterlande mit seiner Stimme unvergängliche Dankbarkeit für so viele Treue und Selbstverleugnung in den Tod und mit einem Fingerzeig auf den dichten Ordenswald die Auszeichnungen die ihm zuteil geworden waren für eine Ehrung die seinen Soldaten galt er noch einige maßvoll lobende Worte über den Gefechtswert der feindlichen Soldaten und die Umsicht ihrer Führung ein mit der Äußerung seines unterschiedlichen Vertrauens in den Endsieg und ab und zu ein kurzes Stichwort zu Papier die Hauptsache war ja doch das Auftreten des Gewaltigen seine Art zu reden seine Gesten zu beobachten Persönlichkeit in wenigen markanten Zügen einzufangen erlegte indem er seine Rede geschlossen den Feldherrn gleichsam ab wandelte sich aus dem Sieger von Sternchen zum Weltmann ist dann die Front Herr Doktor mit verbindlichem Lächeln und antwortete auf das begeisterte Ja des Schriftstellers mit einem schweren melancholischen Seufzer glücklicher nur beneiden das ist der tragische Zug im Leben des Feldherrn von heute er seine Truppen nicht mehr selbst ins Feuer führen darf ein ganzes Leben lang hat er sich auf den Krieg vorbereitet ist Soldat mit Leib und Seele und kennt die Aufregung des Kampfes nur im Hören sagen Die Äußerung die er nun doch noch ergattert hatte und die ihm durchaus geeignet erschien den allmächtigen Befehlshaber in der gewinnenden Rolle des Entsagenden der auch nicht immer konnte wie er mochte zu zeigen hatte Journalist sich für einen Augenblick über sein Notizbuch gebeugt und fand als er wieder aufblickte das Gesicht der Exzellenz zu seinem Erstaunen gänzlich verändert und entfalten die starrten weit aufgerissen erwartungsvoll über den Interviewer hinweg er hatte sich rasch um und seinen blassen abgemagerten Infanterie Hauptmann mit merkwürdig schlotterndem Gang brinzend auf die Exzellenz zu steuern mit gläsern schlotternden Augen und lachte ein hässliches stumpfsinniges Lachen schockte adjutant erschrocken auf von seinem Tisch er an seiner Exzellenz schwollen wie Taue aus der Stirn der Journalist sah ein Attentat kommen und er blasste bis der unheimliche Hauptmann an die beiden heran dann blieb er stehen kicherte blödsinnig und griff mir Kind das nach dem Licht erhascht in die dicht gehäuften Orden der Exzellenz hinein mit schwerer Zunge wies mit seinem endlos dünnen zittrigen Zeigefinger zur Sonne hinauf noch noch einmal schön da wandte sein unruhiger Blick wie suchend hin und her und das hässliche vertierte Lachen beholte sich nach jedem Wort des Exzellenzherrn war in die Höhe geschnellt um den Kerl der da so respektlos auf ihn loskam vor die Brust zu stoßen nun legte sie sich dem armen Narren begütigend auf die Schulter Spital hereingekommen Herr Hauptmann Musik und schickte seinem Adjutanten mit den Augenbrauen weit hinaus zum Spital mit der Trambahn setzen Sie sich in mein Automobil das Pferd schneller er irrsinnige mit seinem grässlichen lachen ließ sich geduldig unter den Arm fassen und wegführen nach den glitzernden Ordens kreuzten um dann zog ihn der Adjutant mit sich er folgte mit den blicken dass die beiden das Auto bestiegen hatten seinen Augenbrauen stand unheildruhend das Gewitter Zeichen er hochte vor zu über die unerhörte Nachlässigkeit so einen Menschen frei herumlaufen zu lassen aber der Zivilist an seiner Seite fiel ihm noch rechtzeitig ein er lang sich und sagte achselzuckend ja das sind so die traurigen Seiten des Krieges sehen sie und darum muss der Führer heute weit rückwärts bleiben wo nichts zu seinem Herzen spricht ein Feldherr brächte sonst die nötige Härte auf wenn er alles elend in der vordersten Reihe mit ansehen müsste dankbar der Journalist machte sich rasch eine kurze Notiz und klappte das Heft zu muss befürchten die kostbare Zeit seiner Exzellenz bereits allzu lang in Anspruch genommen zu haben nur eine einzige Frage bat er sich noch erlauben zu dürfen warum euer Exzellenz dass wir den Frieden erhoffen dürfen zuckte zusammen in die Unterlippe und sah beiseite mit einem Blick vor dem jeder Generalstäbler der x-ten Armee sich in die Erde verkrochen hätte mit lichtbarer Mühe setzte er noch einmal das verbindliche Lächeln auf mit der Hand quer über den Platz auf das offene Portal der alten Basilika da kann ich Ihnen nur raten dort hinüber zu gehen und den Herrn im Himmel zu fragen er ist der Einzige denen diese Frage beantworten kann ein heftiger Händedruck er ehrfurchtsvoll gegrüßt von der Menge mit großen Schritten zu Fuß in sein Amt hinüber betrat stand die gefürchtete Querfalte fingertief auf seiner Stirne der angehaltene Ordnanz führte ihn zitternd vor das Zimmer des Garnison Chefarztes dann hielt das ganze Haus einige Minuten lang den Atem an während die Stimme des Gewaltigen durch alle Korridore donnerte den würdigen alten Oberstabsarzt wie einen Schreiber an seinen Tisch und diktierte ihm einen Erlass in die Feder der allen Spitalinsassen gleichviel ob krank oder verwundet das Verlassen der Anstaltsmaun strengstens untersagte dann schloss schloss der Befehl wer krank ist gehört ins Bett wer sich genügend kräftig fühlt um in die Stadt zu gehen und im Kaffeehaus zu sitzen der melde sich an die Front zurück wohin die Pflicht ihn ruft Auf- und Abgehen mit klingenden Sporen das hinabdonnern auf den zusammengekauerten alten Doktor hatte seinen Zorn besänftigt schon galt das Unwetter für überstanden da spielte ihm ein unglücklicher Zufall die Meldung der Brigade in die Hand die am stärksten vom Feinde berannt schwere Verluste erlitten hatte und nur noch weiter auf ihrem Platze belassen wurde um dem Gegner in verzweifeltem Ringen das vordringend möglichst kostspielig zu machen ihr lauerten schon die Flatterminen heute seit gestern schon eine ganze frische Division in unterirdischen Kasematten um dem siegesfroh heranflutenden Feinde eine kleine Überraschung zu bereiten natürlich hatte es der Oberkommandierende dem Brigadier nicht auf die Nase gebunden dass er auf einem verlorenen Posten stand und keine andere Aufgabe hatte als seine Haut teuer zu verkaufen je länger das Ringen dauerte desto besser die Leute schlugen sich viel eher wenn sie bis zum letzten Augenblick auf den Satz hofften der Exzellenzherr eigenhändig so verfügt war im Grunde hoch erfreut dass die Brigade nach drei übermächtigen Infanterie Eingriffen immer noch stand hielt aber nun lag da eine Meldung vor ihm die allen soldatischen Traditionen widersprach und den schon verebten Sturm die neu entfesselte Sein Namen wollte sich Exzellenz auf alle Fälle genau merken bildete mit einer durchaus unmilitärischen Gesprächigkeit und Nervosität die furchtbare Wirkung des Trommelfeuers erklärte statt sich auf zahlenmäßige Angaben zu beschränken eine Brigade für dezimiert Widerstandskraft der Mannschaft für erschöpft und bat zum Schluss dringend um Verstärkung da er mit den Resten seines Bestandes den Abschied gegen die bevorstehenden Nachtangriffe unmöglich halten könne Unmöglich Wie Fanfare schmetterte der Exzellenzherr diesen Satz seinen regungslos dastehenden Herren immer wieder in die Ohren Unmöglich Wann hatte sich denn der Oberkommandierende von seinen Abschnittskommandanten darüber belehren zu lassen was möglich war Purpurrot vor Empörung nahm er die Feder in die Faust und schrieb als Antwort den einzigen Satz auf die Meldung der Abschnitt wird gehalten darunter seinen Namen mit großen steilen Strichen die jedes Schulkind im Lande von den Postkarten mit dem Bildnis des Siegers von Sternchen herkannte er selbst drückte den Umschlag dem Motorradler in die Hand zur Beförderung an die Funkenstation Telefondräte der betreffenden Brigade längst schon in Grund und Boden getrommelt waren er wie eine Gewitterwolke durch alle Räume blieb eine halbe Stunde im Kartenzimmer hatte eine kurze Besprechung mit seinem Generalstabschef und er bat sich die Abendmeldungen ins Schloss hinauf ein dröhnendes gute Nacht meine Herren zum Kuppelsaal hineinrief seufzte alles erleichtert auf die trat unters Gewehr der Chauffeur warf den Motor an und die große Maschine stürzte aufknurrend wie ein wildes Tier auf die Straße los mit rennen Geheul wandte sich blitzschnell durch die engen Gassen hinaus ins Freie wo das Schloss mit der Perlenreihe seiner leuchtenden Fenster wie ein Feenpalast in das dunst durchzogene Tal hinab sah in seinen Kragen gehüllt saß der Exzellenzherr nachdenklich im Wagen und ließ wie immer um diese Zeit alle Ereignisse des Tages noch einmal an sich vorbeiziehen der Journalist fiel ihm wieder ein und seine tollpatschige Frage wann hoffen Exzellenz auf den Frieden war das zum Glauben dass so ein Mensch der doch schon was besseres sein musste in seinem Beruf so hätte er kein Empfehlungsschreiben aus dem Hauptquartier mitgebracht mit einer solchen Ahnungslosigkeit jedem soldatischen Gefühle gegenüberstand Frieden hoffen war ein Feldherr vom Frieden Gutes zu erwarten konnte denn so ein Zivilist gar nicht begreifen dass ein kommandierender General eben nur im Krieg wirklich kommandierte und wirklich General war im Frieden aber nur sowas wie ein strenger Herr Lehrer mit goldenem Kragen Ölgötze was Langeweile zuweilen heißer schreit und nach dieser öden Tretmühle sollte er sich zurücksehnen sollte Herrn Zivilisten zuliebe die Zeit herbei hoffen die den siegreichen Führer der X-ten Armee wieder nur zur Inspizierung verwenden würde es nicht erwarten können wieder jenen anderen aussichtlosen Kampf leiten zu müssen zwischen einer zu knappen Gage und einer auf Glanz verlierten Lebensführung in welchem von Monat zu Monat doch immer der Geldmangel schweiger blieb lehnte sich der General in die Kissen zurück und fuhr erstaunt auf als das Auto mit einem plötzlichen Ruck mit auf der Landstraße hielt wollte den Chauffeur fragen dann die ersten großen Tropfen auf sein Mützenschild war dasselbe Gewitter das denen an der Front eine kurze Feuerpause beschert hatte am Nachmittag Die Tiere waren abgesprungen und spannten mit raschen Griffen das Dach über den Wagen Exzellenz Herr hatte sich aufgerichtet hielt ein Ohr in den Wind und lauschte gespannt ganz deutlich ganz ganz leise ein dumpfes Brummen hohles kaum hörbares Pochen wie das ferne Echo der Holzfäller im Walde Feuer Exzellenz leuchteten auf das eben noch verärgerte Gesicht huschte ein Schein ihrer Befriedigung Gott sei Dank Gab Sieg Ausgenommen von Julia Niedermeyer 5 von Menschen im Krieg von Andreas Latzko Bluwachs Aufnahme ist in der Public Domain Kamerad Auch mir hat der Weltkrieg einen Kameraden beschert Einen bessern findst du nit Es sind nun genau 14 Monate her dass ich in einem Wäldchen hart an der Görzer Straße seine Bekanntschaft gemacht Für keinen Augenblick ist er seither von meiner Seite gewichen Viele hundert Nächte haben wir schon zusammen durchwacht und immer noch marschiert er unentwegt neben mir her wie in Liede heißt gleichem Schritt und Tritt Nicht dass er etwa zu dringlich wäre Im Gegenteil Die Distanz die ihn als gemeinen von dem Offizier trennt den er in mir verehren muss hält er gewissenhaft inne schreibt er mir nach Ecke mit einer zehen vorwurfsvollen Beharrlichkeit so fest und durchdringend dass ein Blick mich im Rücken brennt unter meinen Augenlidern einlistet mich seinen bilder durchdringt mich fragend nach ihm umschaue bei einer Weile nicht an seiner Anwesenheit gemahnt mich hineingefressen sich häuslich in mir niedergelassen er sitzt in mir wie der geheimnisvolle Zauberer der Lichtspieltheater in dem schwarzen Kasten über den Köpfen der Zuschauer an der Kurbel hockt und wirft sein Bild durch meine Augen auf jede Mauer jeden Vorhang jede Fläche die meine Blicke auffängt aber auch wo kein Hintergrund für sein Bild findet auch wenn ich dem Fenster krampfhaft in die Ferne starre um ihn loswerden für kurze Zeit auch dann ist er da schwebt vor mir her als wäre sein Bild auf die unsichtbare Stange meiner Blicke gespießt wie eine Kirchenfahne schwankend vor der Prozession Strahlen die durch die Schädeldecke dringen auf Ende sein Bild leicht verschwommen Figuren alter Goblins in mein Gehirn eingebogen ich entsinne mich einer Reise in Friedenszeiten von München nach Wien im Orient Express an der herbstlichen Milde der Bayerischen Seen vorbei durch die goldene Glut des welkenden Wiener Waldes und über all die Herrlichkeiten die ich bequem gelagert in wollüstiger Zufriedenheit eingesogen lief unentwegt ein hässlicher schwarzer Punkt eine Luftblase in der Fensterscheibe meines Abteils so huscht auch mein hartnäckiger Kriegskamerad über Wälder und Mauern bleibt stehen wenn ich stehen bleibe tanzt über das Gesicht eines vorübergehenden über den regenfeuchten Asphalt alles was mein Auge streift sich zwischen mich und die Welt wie jene Luftblase alles von mir zu ihrem eigenen Hintergrund degradierte die Ärzte freilich wissen es anders glauben nicht dass er in mir wohnt und mir die Treue hält wissenschaftlich betrachtet liege es nur an mir ihn nicht länger hinter mir herzuziehen ihm die Kameradschaft zu künden so etwa wie ich auf jener Reise das Fenster mit der lästigen Blase zornig in die Tiefe gefeuert Ärzte glauben es nicht dass ein Mensch sich dem anderen im Tode vermählen sein Leben im anderen mit sehr Unerbittlichkeit weiterleben könne Sie meinen wer am Fenster steht das gegenüberliegende Haus sehen niemals aber die Zimmerwand hinter seinem Rücken lauert Ärzte glauben nur an Dinge die sind dass man Tote in sich tragen vor sich hinzustellen vermag sodass sie ein Bild verdecken was hinter ihnen liegt solcher aber glauben reicht an die Herren Ärzte nicht heran in ihrem Leben spielt ja der Tod keine Rolle der der stirbt hört eben auf krank zu sein das weiß der Tag von der Nacht die ihn doch auch ewig ablöst aber weiß dass nicht ich den toten Kameraden gewaltsam durch mein Leben schleife ich weiß dass der Tote stärker in mir ich selbst mag sein dass Gestalten die über Tapeten huschen in Ecken kauern vom finsteren Balkon aus ins erleuchtete Zimmer stieren und ans Fenster pochen so laut dass man die Scheibe klirren hört Visionen sind und nichts weiter wo kommen sie her mein Hirn liefert das Bild meine Augen besorgen die Projektion an der Kurbel aber sitzt der Tote ist der Film ausschau die Vorstellung beginnt wenn es ihm so passt und hört nicht auf solange er die Kurbel dreht wie könnte ich nicht sehen was er mir zeigt schließe ich die Augen so fällt das Bild eben auf die Innenwand meiner Augen Lieder und das Drama spielt in mir weit weg über Türe und Tapete zu tanzen ich sollte das stärkere sein heißt es einen Toten kann man doch nicht umbringen das sollten die Herren Ärzte wissen und Michelangelos immer noch in den Museen nach Jahrhunderten noch die Bilder die ein Sterbender mit der ungeheuerlichen Kraft seines letzten Ringens vor 14 Monaten in mein Gehirn gemeißelt sollten verschwinden nur weil jener der sie schuf in seinem Soldatengrabe liegt sieht denn nicht wenn er das Wort Wald liest oder hört irgendeinen Wald den er irgendwann irgendwo durchwandert aus dem Coupé Fenster oder auf der Bühne gesehen immer scheint nicht wenn von einem verstorbenen Vater spricht das längst vermudete Antlitz bald streng bald milde bald in der steinernen Starrheit des letzten Abschieds was wäre unser ganzes Sein ohne die Bilder die jedes auf sein Stichwort wie im Lichtkegel des Scheinwerfers für Augenblicke aus der Vergessenheit steigen Dankheit Gis Welt ist wund und duldet kein anderes Stichwort kein Bild das nicht den Massengräbern gilt für keinen Augenblick kann der Kamerad in mir zu den Toten sich legen weil alles was geschieht ein blitzlich ist das ihn streift erste Zeitungsblatt am Morgen Verschiffe geschlagene Angriffe schon wirbelt der Film reichende ringende Menschen gekrümmte Finger die aus Wellenbergen noch einmal nach dem Leben greifen von Tollwut und Schmerzen entstellte Gesichter durcheinander jedes Gespräch das man erhascht ein Stichwort auch der stille reden der Nacht oder tickt nicht jeder Sprung des Sekundenzeigers das letzte Röcheln von tausenden Schmerzen genügt genügt nicht das Wissen von abgerissenen Kinnbacken durch schnittenen Kehlen von ineinander verbissenen Leichen um die Hölle zu hören die jenseits der dicken Luftmauer tobt Wer mit Sicherheit wüsste dass im Nachbarhause eben einer gemordet wird während er behaglich in den Kissen liegt und aufsprengen mit fliegenden Pulsen wie krank Denn anders als benachbart sein mit den Orten wo tausende in rasender Not sich ducken die Erde zerfetzte Glieder in den Himmel speit und der Himmel mit eisernen Fäusten auf die Erde hämmert wirklich entfernt Leben von seinem eigenen gekreuzigten Ich wenn die ganze Welt von Stichworten Widerhalt Nein sind die anderen Krank sind jene die mit strahlenden Augen Sieges Nachrichten lesen und eroberte Quadratkilometer leuchtend über Leichenberge aufsteigen sehen jene die zwischen sich und ihrer Menschlichkeit eine Wand aus buntem Fahnentuch gespannt um nicht zu wissen was in dem Jenseits das sie die Front nennen an ihresgleichen verbrochen wird Krank ist jeder der noch denken sprechen streiten schlafen kann das andere mit den eigenen eingeweiden in den Händen wie halb zertretene Würmer über Ackerschollen kriechen um auf halben Wege zum Verbandplatz wie ein Tier zu verenden während weit irgendwo ein Weib mit heißem Leibe neben einem leeren Bette träumt Krank sind alle die das Stöhnen Knirschen Heulen Krachen Bersten das Jammern Fluchen und Verrecken überhören können weil rings um sie der Alltag murmelt oder selige Nachtruhe liegt Krank sind die Tauben und Blinden nicht ich Krank Krank sind die Stumpfen deren Seele nicht Mitleid und nicht den eigenen Zorn sinkt sind die vielen die wie ein seitenloser Geigenkasten Echo sind jedem dröhnen etwa der Gedächtnisschwache der wie eine überlichtete Platte kein Bild mehr aufnimmt der gesunde Mensch ist nicht gerade Erinnerung der höchste Inhalt jedes Menschen Daseins Reichtum den nur Tiere nicht kennen die Geschehenes nicht sich weitertragen nicht neu aus sich erstehen lassen können soll ich von meinem Gedächtnis geheilt werden wie von einem Leiden wäre doch ohne mein Gedächtnis nicht mehr ich selbst weil jeder Mensch aus seinen Erinnerungen gebaut ist und nur lebt solange er wie eine geladene Kamera durchs Leben geht könnte ich nicht sagen wo ich meine Jugend verliebt wie die Haarfarbe meines Vaters die Augen meiner Mutter gewesen könnte ich nicht um Rede zu stehen jeden Augenblick mein Gedächtnis durchblättern und das betreffende Bild aufschlagen wie schnell wäre die Diagnose senil oder schwachsinnig bei der Hand muss man denn um als geistig normal zu gelten sein Gehirn wie Schwamm und Schiefertafel handhaben die grässlichste Not in die Seele gebrannt auf Kommando wegwerfen können wie man Seiten aus einem Fotografie Album reißt meinen Augen gestorben und hart nach grausamen Kampfe entzweigerissen von den Titanen Leben und Tod und weil ich alle Phasen seines Ringens wie Momentaufnahmen in meinem Gehirn aufbewahrt neu erleben muss solange alles geschehen und diese Serie aufschlägt wie krank krank die anderen die zerfetzen zerfleischen zerstampfen ihrer Brüder über das langsame Verzappeln von Menschen im Stacheldraht hinwegblättern können wie über weiße Seiten wie gesund die vergessen anfangen meine Herren Doktoren soll ich vergessen dass ich im Krieg gewesen in den Augenblick da in der verrauchten Bahnhofshalle diese weiß mit zusammengekniffenen Lippen mein Junge neben seiner Mutter stand und ich aus dem Wagotfenster mit schlecht gemimter Heiterkeit von Wiedersehen schwätzte während meine Augen gierig die Gesichtszüge von Frau und Kind durchwühlten ich ihr Bild in meine Seele einsog wie nach tagelangen Märschen die brennende Kehle das rasende sehnte Wasser schlürft das gallenbittere Würgen als der Bahnhofsrachen langsam zuschnappte und Kind Weib und Welt verschlang soll ich die ganze Fahrt in den Tod als Einzelreisender in einem Zuge überfüllt mit Familienvätern die über Sonntag in die Sommerfrische fuhren mir aus der Erinnerung reißen wie einen lästigen Wisch wie es war als es mit jeder Station stiller um mich wurde gleichsam das Leben von mir abbröckelte bis gegen die Nacht mal ein zwei schlafende Soldaten im Abteil saßen und ein käseweißes schmerzverzerrtes Kindergesicht um das flackernde Öllicht schwebte muss man wirklich krank sein um diesen Abschied von Heim und Wärme dieses Losfahren mit Hass und Gefahr als Reiseziel wie einen unheilbaren Riss in sich zu tragen Wärer zu fassen weil den Menschen je rasenderes getan als dieses mit 60 Kilometer Geschwindigkeit durch die Nacht fahren allem lieben alle Sicherheit entfliehen den verlassen und in einen anderen steigen dieser und nur dieser dorthin fährt wo unsichtbare Maschinen glühende Eisenstücke schleudern der Tod ein engmaschiges Netz aus Stahl und Blei zum Fang auswirft Wer reißt mir das Bild der kleinen schmutzigen Station der fröstelnden schlaftrunkenen Soldaten die ohne Rausch ohne Musik im Blute dem Zivilisten zuge nachblickten wie er sich mit hellen Fenstern fröhlich pfeifend in die Büsche schlug Wer reißt mir dieses Umsteigen in den Tod im fahlen Zwielicht jemals wieder aus der Seele Und wenn ich diese erste endlose Nacht auch durchstreichen könnte wie eine erledigte Angelegenheit bliebe mir nicht doch der Morgen da der Zug auf freier Strecke mitten in einer weiten taufrischen Wiese vor einer Weiche hielt und den Neugierigen der Bescheid ward dass wir Lazarett züge passieren lassen müssen wie soll ich sie je verscheuchen der Erinnerung an die Wolke von Lysol und Blutgeruch von Drachen Nüssen auf die fröhliche Wiese geblasen will ich nicht ewig die endlosen Schlangen sehen wie sie so träge herankrochen als wären sie übersättigt mit zersetztem Menschenfleisch aus hundert Fenstern blitzten weiße Verbände stirbten verglaste stumpfe Augen wirhend hockend aufeinander gepfercht Leib an Leib hin sie wie blutige Dolden noch auf den Trittbrettern als überquellender Reichtum an Schmerz und Not und diese jämmerlichen Reste von Kraft und Jugend diese geschundenen zertrümmerten Menschen sahen mitleidig auf unseren Zug bin ich wirklich krank weil mir diese Blicke warmen Mitgefühls von blutenden Krüppeln auf gesunde stramme Burschen geworfen unauslöschlich auf der Seele brennen und diese Ahnung die damals fröstelnd den ganzen Zug durchlief von einer Hölle der man lieber in blutige Tücher gehüllt entflieht als unversehrt entgegen zu fahren die Schauder sollte zum Wissen zum Erlebnis zur Erinnerung geworden einfach abzuschütteln sein solange immer noch Tag für Tag solche Züge sich begegnen Wort über Truppen Verschiebungen jede Nachricht von neuen Kämpfen lässt unfehlbar wie das Anschlagen einer Taste einen bestimmten Ton erklingen macht diese erste leibhaftige Begegnung mit dem Krieger aus der Versenkung auftauchen und ich sehe auf dem freigewordenen Gleise auf Steinen und Schwellen die Blutstropfen im jungen Sommertag glitzern als Wegweiser zur Front Zur Front Bin ich ich der Kranke weil dies Wort nicht aussprechen oder niederschreiben kann ohne dass inbrünstiger Hass mir die Zunge pelzig macht sind nicht die anderen toll die mit einem Gemisch von Andacht romantischer Sehnsucht und scheuer Sympathie wie hypnotisiert auf diese Krüppel und Leichenfabrik mit Maschinenbetrieb starren weil diese anderen auf ihren Geisteszustand zu untersuchen muss ich es den Herren Ärzten die mich so mitleidig bewachen verraten dass ein paar Worte die man wie tolle Hunde auf die Menschheit losgelassen das ganze Unheil angerichtet haben Front Zunge und rollenden Augen rasen die Köter durch die Welt Millionen die man vorsorglich gegen Typhus Pocken und Cholera geimpft hetzt ihr bis in Raserei Millionen werden in Züge gepfercht üben und drüben fahren singend einander entgegen und hacken stechen schießen aufeinander los sprengen sich gegenseitig in die Luft geben ihr Fleisch und ihre Knochen her für den blutigen Brei aus dem der Friedenskuchen gebacken werden soll für jene Glücklichen die ihre Kalbs und Rindshäute gegen 100% nutzen dem Vaterland opfern statt die eigene Haut auf den Markt zu tragen für 30 heller täglich man denke einmal das Wort Krieg wäre noch nicht erfunden noch nicht durch tausendjährigen Gebrauch geheiligt wie eine ungeheure Attrappe in raschelnde Buntheit gewickelt wer würde es wagen das mangelnde Wort Kriegserklärung durch folgende Rede zu ersetzen Nach langen fruchtlosen Verhandlungen ist unser Vertreter beim Nachbarstaate heute schon dort abgereist er hat aus dem Fenster seines Salonwagens zum letzten Mal den Zylinder gelüftet vor den Herren die ihm das geleite gegeben und wir ihnen nicht wieder freundlich lächelnd entgegentreten ehe ihr nicht viele hunderttausend Männer des Nachbarstaates zu Leichen gemacht auf also hinein in eure Güterwagen für sechs Pferde oder 28 Mann fahrt ihnen entgegen diesen anderen sie tot sägt ihnen die Gurgeln ab haust wie wilde Tiere in feuchten Erdhöhlen verkommt verwildert verlaust bis wir den Zeitpunkt für gekommen achten uns wieder in den Salonwagen zu setzen wieder die Zylinder zu lüften um in prunkvollen Räumen vornehm und manierlich über den Nutzen zu streiten der unseren Fabrikherren und Großkaufleuten aus dem Gemetzel zu erwachsen hat dürft ihr soweit ihr noch nicht unter der Erde fault oder als Bettler von Türe zu Türe humpelt wieder nach Hause zu euren halbverhungerten Familien und dürft nein müsst mit doppeltem Eifer an die Arbeit unermüdlicher und doch anspruchsloser als vorher damit ihr die Schuhe die ihr in 100 Todesmärschen zerfetzt die Kleider der in eurem Leibe verstimmelt mit Schweiß und Entbehrung bezahlen könnt wer mit solchen Worten um Gefolgschaft wohlte und keine Narren die Opfer die draußen frieren hungern töten und sich töten lassen nur weil sie glauben gelernt dies ginge nicht anders wenn der tolle Köter Krieg mal seine Ketten gesprengt und den Erdball gebissen Kriege die uns das Wort Krieg überliefert Beute nicht gegenseitig bedingt führte den Landsknecht nicht Hoffnung auf zügelloses Leben Hoffnung auf Weiber und Dukaten und goldgezäumte Hengste ist dieses Kauern in eiserner Zucht dieses Kopf hinhalten dieses passive Marbon spielen mit Ungeheuern die aus blauer Ferne ihre Höllenkessel schleudern noch Krieg war das Aufeinanderprallen der überschüssigen Kräfte der Raufbolde aller Nationen Jugend der das Städtchen zu klein das Wams zu eng wurde zog hinaus vom Spiel der eigenen Muskeln berauscht und nun soll das gleiche Wort herhalten wenn Männer schon in Haus und Heim verankert losgerissen hinausgepeitscht vor den Feind hingelegt werden um in stumpfer Resignation wehrlos als Statisten auszuharren in diesem Duell der Munitions Industrien ist es erlaubt das Wort Krieg als Standarte zu missbrauchen wenn statt Mut und Kraft Streukegel und Tragweite kämpfen und der Fleiß von Weibern und Kindern im Granatendrehen Wagt es die Rannen finsterer Zeiten die ohnmächtige Menschen vor Löwen und Tiger Waffen heute noch ohne Ehrfurcht zu nennen dass sie an jenen Mist den Kampf zwischen Mensch und Maschine wie ein Marionettenspiel am Telegrafendraht dirigieren die schön Hoffnung beseelt dass unser Vorrat an Menschenfleisch den Stahl und Eisenbestand der Gegner überdauern werde alle Worte die geprägt waren ehe dieses Schlachten begann sind zu schön und zu ehrlich wie das Wort Front das sich hassen gelernt bietet man Geschützen die hinter Bergen verkrochen den Tod Tagereisen weit über Land schicken oder Sappen die zehn Meter unter der Erde unsichtbar herankriechen die Stirne Kopf ist eure Front schossenes Häuschen hinter welchem die Schienen aufgerissen sind weil die Züge da Kehrt machen ihre Ladung an frischen braun um sie nachher wenn sie aus der Maschine kommen mit blutigen Gliedern und grünsparen überzogenem Gesicht wieder aufzunehmen und Ausstieg an dieser Kopfstation saß auf der Erde gegen das Eisengitter der Perronsperre gelehnt ein bärtiger Soldat den rechten Arm in der Binde blitzblank vorbeigehen sah da streichelte er mit der linken Hand zärtlich seine zertrümmerte Rechte auf mir einen hässlichen gehässigen Blick ins Gesicht und rief mit gefletschten Zähnen ja herr leutnant hier gibt's einen menschensalat gegessen themische grinsen das den schmerzumzugten Mund in die Breite zog Ich krank ich krank weil ich das Wort Front nicht mehr hören kann ohne dass ein unvermeidliches echo menschensalat in die Ohren gerechtste oder sind doch die anderen krank wenn sie statt menschensalat zu hören gierig das feige Gewäsch jener zeitgenössischen Kriegsbaden verschlingen die wie Weinreisende für die Marke Weltkrieg emsig in Reklame machen weil sie dafür wie kommandierende Generäle in Autos herumgondeln dürfen statt von einem Gefreiten beherrscht in lehmigen Gräben dem Tode gegenüber zu liegen wirklich Menschen aus Fleisch und Blut die noch eine Zeitung in die Hand nehmen können ohne dass ihnen der Schaum vor den Mund stände man wirklich das Bild von angeschossenen Zweifüßlern die unter strömendem Regen auf einer schlammigen Wiese langsam stumpfsinnig verbluten im Gehirn tragen und doch ruhig die Schurkereien über lückenlosen Samariterdienst federnde Krankenwagen und nobeltapazierte Schützengräben lesen mit welchen diese Kerle sich militärfrei dichten in Heim mit stillen staunenden Augen in denen der Tod sich noch spiegelt in Scheu wie Traumwandler durchfunkelnde Straßen Ohren halt noch das tierische Wutgeheul das sie selbst in den Orkanen des Trommelfeuers hineingebrüllt um nicht bersten zu müssen vor innerer Not mit Grauen bepackt wie ein Maultier kommen die anderen den erstaunenden Blick erstochener erschlagener Feinde im Gewissen und warten den Mund nicht zu öffnen da ging es um Daib und Kind selbst mit geschwätziger Neugier von Granaten Gasbomben und Bayonettangriffen drehorgelt und die Rückfahrt in den Tod ist der Lösung von der Scham ein verkappter Feigling gewesen zu sein unter den Daheim gebliebenen für die Sterben und Töten Gemeinplätze ohne Schauer geworden so sein meine Herren Doktoren ist ehrenvoll der Tobsucht bezichtigt zu werden diesen Halunken gegenüber den Kopf aus der Schlinge zu sehen die Menschheit so herrlich abgehärtet das Mitleiden abgeschafft und den Stolz auf fremdes Leid eingebürgert haben das einzige Mittler zwischen Not und Macht das Wissen der Welt zu wecken im Sprachrohr bewaffnet auf den belebtesten Plätzen Menschen Salat zu brüllen bis allen deren Väter Männer Brüder Söhne zur Leichenfabrik gezogen die Haare zu Bergen stehen und alle Kehlen der Welt Eichu werden Gerade in der Nähe wären meine Herren Ärzte Könnt ihnen meinen Kameraden zeigen Leibhaftem Sein ins Zimmer gerufen von den Stichflammen des Hasses gegen Frontberichte und Hinterlands Gleichmut Ich fühle ihn hinter meinem Rücken stehen Sein Gesicht aber liegt vor mir auf dem weißen Bogen wie ein matter Wasserdruck Meine Feder fliegt mit krampfhafter Eile um wenigstens die Augen die mich vorwurfsvoll anstaren Buchstaben zu bedecken Streben Haft verzerrt hebt sich sein Antlitz langsam anschwellend aus dem Papier wie das Bild des Erlösers aus dem Schweißduche der Veronika Auch so sahen ihn an jenem Hochsommermorgen auf drei Zeitungsschreiber am Waldrande liegen und wandten sich unwillig ab mit einem fast militärischen Gesagten Kurz Seid euch Ich sollte ihnen Wagen und Pferde leihen da das Auto das sie mit Blitzesschnelle durch die Gefahrszone flitzen sollte mit gebrochener Achse auf der Götzer Straße lag Die Gehirn waren's in märchenhaft geschwungenen Prietsches Hosen wie in einem Sherlock Holmes Film entwendet Briefe mitnehmen und Grüße ausrichten fanden es entzückend bei mir lachten aus voller Kehle über meine Matratze aus Weiden ruten Sie wurden besonders dankbar als der Wagen bereit stand ehe das tägliche Bombardement die Italiener einsetzte Walde fuhren mussten sie doch wieder an dem Manne vorbei der mit seinem grausamen stellten Gesicht unbeweglich auf der Wiese kauerte sie sahen ihn wieder nicht Kommando warfen die Köpfe herum beäugten die Zerstörungen die Fliegerangriff tags vorher angerichtet angeregt gestikulierend als sie bereits hinter den Spiegelscheiben eines Kaffeehauses kurz als wäre ich ein ganzes Ende steil berg aufgerannt der Platz auf dem ich stand kam mir plötzlich fremd und verändert vor das noch der gleiche Wald in den die Granaten schlugen in den die großen Caproni Apparate mit weit gespannten Flügeln wie Geier umkreisten mit Bomben und Pfeilen durchsiebten während das Abwehrfeuer der Maschinengewehre die Blätter wie Hagel peitschte aus diesem Walde fuhren drei Menschen gesund unversehrt mit fröhlichem Mützenschwenken stand die andere kauernd auszuhalten zwang unter den knickenden Ästen gab es da nicht ein Tor das sich nur vor fahlen eingefallenen Wangen fieberglänzenden Augen oder blutigen Gliedern auftat über die braung gestampfte Wiese und nur das leuchtende Rot Gläckers fehlte um das Bild einer Vergnügungsreise vollkommen zu machen die Kind vielleicht und zerren als wäre der Blick an die Räder gebunden aber ausgerissen wäre zurück und diesem Augenblicke der Seele gleichsam aufgepflügt im davonfahrenden Wagen raffend und wehrlos war vor Sehnsucht sprang jedes Erlebnis mich an rückbaren Satz mit einem einzigen Biss ganze restliche Leben und ging ich zu dem Verwundeten hin dem die drei so abweisend den Rücken gekehrt hatten als gehörte er nicht auch zu dem interessanten Museum für Granatrichter das sie neugierig durcheilten er gauerte neben dem schmutzigen zerfetzten Fähnchen mit dem roten Kreuz den Kopf zwischen die hochgezogenen Knie gepresst und hörte mich lag der kreisrunde kaffeebraune Fleck dich wie Mäsche aus der immer noch ein wenig grün schimmernden Wiese hob die tagtäglich beim Morgengrauen sich an dieser Stelle sammelten um mit den Wagen die uns Munition brachten und für den Rückweg verwundete luden ins Spital gefahren zu werden hatten hatten den Flecken aus der Wiese gewetzt wie Lieblingsecke auf Familiensofa wie viele hatte ich schon so kauern gesehen zehn stunden lang oft wenn die Wagen zu früh abgefahren oder überfüllt oder nach heftigen Gefechten rückwärts vor dem Munitionsdepot gestanden waren fröhliche Burschen mit zerschmetterten Armen oder Beinen das Kriegort tausend Guldenschuss auf den fahlen und doch lachenden Lippen neidvoll begabt von leicht verletzten und den flackernden Augen der Typhus kranken die alle gerne tausend Gulden und ein Glied dazu geopfert hätten für die gleiche Gewissheit wiederkehren zu müssen wie hatte ich sie wälzen in die erdebeißen Seen verschmerzen wie leberströmenden regen schon begraben im aufgeweichten Leben stöhnen und wimmern mit aufgerissenem Leibe die Bohrer über Brüllen hören er schien nur leicht am rechten Bein getroffen zu sein durch den flüchtigen verband war das blut an einer Stelle durch gesickert und so bot ich ihm aus konjak und Zigaretten auch ein verband päckchen an erst als ich ihm die hand auf die schulter legte hob den kopf das Gesicht das er mir zeigte zurück wie ein Faustschlag vor die Brust Hase waren auseinander gegangen wie überwuchern krochen sie die rechte Wange hinauf die keine Wange mehr war blau-rotes Fleisch blittet sich da überzogen von einer bis zum platzen gespannten von straffheit hellglänzenden Haut exotische frucht eher als ein menschen antlitz war die ganze rechte seite von links aus fahler zuckerner traurigkeit langes wie im tickes auge zu mir empor blickte schlang der jähe schrecken sich mir um die kehle was war das solches grauen hatte auch diese wiese dieser warteraum zum jenseits noch nicht gesehen selbst die schaurige erinnerung an einen anderen der wenige tage vorher genau an der gleichen stelle in den wie schöpfern zusammengefügten händen behutsam die eigenen gedärme gehalten hatte versank beim anblick dieses janus kopfes der links ganz frieden ganz milde menschlichkeit rechts ganz krieg ganz verzerrtes geblähtes hassgebild erschien schüchtern die einleitende frage klang verworren ein rechtes schienbein ein dumm geschoss zertrümmert hatte konnte ich verstehen aber murmelte er so oft seine hand beben zur glühenden back griff ihm wieder von einer angel ich konnte ihn nicht verstehen denn das lebte kochte noch so heftig in seinen adern dass er wie von gegenwärtigem geschehen wie zu einem augenzeugen zu mir sprach hauern sind fasste es nicht dass es menschen geben könne die von der ungeheuerlichen not seiner letzten stunden nichts gesehen und nichts gehört wie mehr raten als erzählt aus kurzen sätzen flüchen und gurgelndem stöhnen allmählich sein schicksal nach abgelagenem angriff auf den feindlichen graben mit seinem zmetterten bein ohnmächtig vor dem eigenen Drahtverhau gelegen drauen dann warfen sie die angel nach ihm aus eisenhaken und seil konstruiert um die leichen von freund und feind in den graben zu ziehen und verscharen zu können ehe die görze sonne ihre arbeit begann in hundert leichen getaucht hatte ihm ein teubel gottverdam die wange aufgerissen einer geüteren hand der fischzug gelang er gespittend ins spital gebracht werden es war ein bange um sein bein und einem bettler dasein als krüppel ich davon wie jagd in weiten sätzen über steine und wurzeln hüpfend der durch den wald war kein einziges fuhrwerk aufzutreiben ich hatte meinen letzten wagen den drei kerlen gegeben hatte ich sie nicht aufgefordert den einzigen verwundeten der auf der wiese lag mitzunehmen und im vorbeifahren abzuliefern beim feldspital warum hatten die drei nicht von selbst daran gedacht ihre menschenpflicht zu tun warum ich in ohnmächtiger wut und ich ertappte mich bei einem griff nach der revolvertasche als könnte ich jene fröhlichen noch von ihrem wagen schießen los durchglüht vom langen laufen torkelte ich mit zitternden knien den weg zurück als schleppte ich auf den schultern das zentnerschwere bild menschen sportsmäßig auf menschen aas angeln merkwürdiges seit jahrzehnten vergessenes würgen und kratzen stiegen mir in die kehle als ich zu meinem lageplatz zurückgekehrt dem leisen wimmern des hilflosen lauschen musste nicht mehr allein ein häuflein von leicht verwundeten hatte sich während meiner abwesenheit zu ihm gesellt quasi zwischen den baumstämmen hindurchspähend im kreise der wiese hocken während der geangelte von rasenden schmerzen gepeinigt das kranke bein in der hand umher hüpfte den kopf von einer schulter auf die andere werfend mittag schickte ich meine unteroffiziere auf die suche versprach eine fürstliche belohnung für einen wagen und lief mit der konjak flasche unter dem arm wieder auf die wiese hinaus sie er nicht mehr mitten kreise der anderen lag er auf den knien den leib vorn über gebeugt und rollte den kopf wie einen fremden gegenstand hinterher auf der erde plötzlich wieder hochschnellte mit einem wutgeheul ging selbst durch die reihe der verwundeten die versunken ins eigene leid gleichgültig dagesessen waren ein erschrockenes murmeln laut unfähig sich weiter zu dehnen war geplatzt strahlen auf einem kompass liefen die breiten spalten auseinander und in der mitte quall glühend das rote fleisch hervor rieh mit der faust den riesigen rötlich blauen klumpen los bis unter den schlägen der eigenen hand wehklagend wieder in die knie fiel man ihn endlich auf einen wagen lud und als langsam der nachtnebel sein gewebe durch den wald zog in einem berg von decken gewickelt als einziger noch wach lag im gedränge der schwarzen stämme die zusammenrückten in der finsternis da war er wieder zurück und starr aufgerichtet im mondlicht und seine zermartete kürbisgroße wange hob sich blau leuchtend aus dem schwarzen schatten der bäume licht flammte sie bald da bald dort nacht in jeden traum hinein dass ich die augenlider mit den fingern auseinander spreizte bis mein körper nach zehn grauenvollen nächten zusammenbrach und als ein heulender zuckernder haufen eingeliefert wurde in das gleiche feldspital in welchem er seinem verpesteten blute erlegen war bin ich toll weiß steht auf der kopftafel meines bettes zu lesen ich mich besänftigend ab wie ein scheues pferd wenn ich aufbegehre und hinausverlange aus diesem hause das anderen einfangen sollte mein Fenster sehe ich über die gartenmauer auf die straße hinab und sehe sie eilen die hüte lüften sich die hände schütteln sich zusammenrotten vor dem tagesbericht ich sehe frauen und mädchen kokett geputzt stolz leuchtend neben männern trippeln die ein kreuz auf der brust als lörder zeichnet ich sehe witwen in wallenden schleiern ich auch geduldig sehe junge burschen mit blumen auf dem helm aufbruch bereit muckt auf sie den finsteren ecken zerschundene zersetzte geangelte menschen lauern mit aufgerissenem leib oder blau leuchtender wange offen unter meinem fenster vorbei geierend begeistert die worte der begeisterung täglich frisch geprägt aus der münze kommen und jeder einzelne sich geborgen und von zustimmung umrauscht fühlt wenn sie im hell von den lippen klingen auch sprechen schreien aufheulen möchten sie auf drückeberger pirschen und keinen schimpfwort haben für jene tausendmal ärgeren feiglinge die von keinem schlagworte berauscht die ganze sinnlosigkeit dieses hinmordens von millionen klar kann dem bewusstsein tragen den mund nicht auftun aus angst vor einem verweis der gedankenlosen sehe von meinem fenster aus den ganzen erdball wie einen toll gewordenen kreisel tanzen von stolzen herren in schlauer berechnung von seilen dienen in schleichender ergebenheit gepeitscht sehe die ganze meute die schreier die zu hohl und zu träge um das eigene ich zu formen sich blähen wollen im gleißenden lob das ihrer herde gilt die schurken die von der menge geschirmt getragen genährt scheinheilig zu einem selbst erdachten pupanz empor blicken und ihn millionen braven ins gewissen hämmern bis Masse geschmiedet ist den Terz noch Hirn nur Wut und blinden Glauben noch hat ich sehe das ganze Spiel das in Blut und Schmerzen weiter rast sehe die Zuschauer gleichgültig vorbeiwandern und Heisein nach wenn das Fenster aufreiße um hinunter zu schreien dass die Kinder die sie getragen und gehegt die Männer die sie geliebt haben mit angstvoll rückwärts gewandten Augen wie Vieh geschlachtet wie gejagt werden da unten die für respektvolle Kondolenz Besuche anerkennenden Augen Aufschlag Glanz und Wärme ihres Lebens Opfern ihr Fleisch und Blut in den Stacheldraht werfen als Faulen und Angeln lassen ohne anderen Trost als den dem Feinde das gleiche angetan zu haben Narren bleiben frei und mit ihrer armseligen Eitelkeit und lästerlichen Geduld neue Hekathumpen vor die Kanonen hinausschieben Ich aber muss ohnmächtig hier sitzen Ein mit dem unerbitterlichen Kameraden den mir mein Gewissen täglich neu gebärrt und zwischen mir und der Straße liegen hochgeschichtet die Leiber der vielen die ich bluten gesehen bloß stehe ich da der Evolver den man mir gegeben der mit heimwie geplagte arme Teufel die eisernes muss andersfarbige Uniform eingesteckt über den Haufen knalle mir hier abgenommen aus Angst ich könnte einige Massenmörder aufstöbern in ihrer Sicherheit als wahnendes Exempel Opfern schicken hier harren sehr über den Blinden hinter meinen Gitter steben kann nichts weiter tun als diese Blätter dem Winde übergeben für Tag von neuem niederschreiben und immer wieder hinaus streuen auf die Straße schreiben ganze Welt übersehen in allen Herzen der Samen aufgeht bis in allen Schlafstuben gespenstisch blau ein lieber Toter seine Wunden zeigt und endlich als herrliches Erlösungslied der Welt millionenstimmige Wutschrei Menschen Salat und Fenster erklingt 5 genommen von Niedermeyer Menschen im Krieg von Andreas Latzko Diese Librox Aufnahme ist in der Public Domain Herr Schlafst hatte nicht verstanden er ärgerlich den Kopf und sah über den Kneiferrand fragend auf seinen Assistenten hinab der Oberarzt wieg schüchtern und stramm der hatte auch nicht verstanden Nun des Bettes schien immer noch einigen Kontakt zu haben mit den Wahnvorstellungen seines Herrn denn auf den Spitzen seines aufgewichsten Schnurrbartes glitzerten wie aufgespießt zwei Tränentropfen Auch nur ungarisch So ließ ihn der Herr Stabsarzt mit einem halblauten Dungsluder neben dem Bett stehen und sich gefolgt von der semmelblonden Schüchternheit schwitzend und pustend in der Richtung des Operationszimmers weiter Die Tafel über dem Bette den Kopf des Oberleutnants der Reserve Otto Kader vom Feld Artillerie Regiment Nummer Platzhalter in dem Innenpark als die Ärzte gegangen waren auf die Kissen zurück Miska setzte sich wieder auf seinen Rucksack schimpfte die Tränen hoch und dachte Kopf zwischen die großen ungewaschenen Hände gepresst zweifelt über seine Zukunft nach denn dass es mit dem Herrn Oberleutnant nicht mehr lange dauern könne darüber war er sich im Klaren was unter der riesigen Waterkugel verborgen lag also die zertrümmerte schädeldecke gesehen und das fürchterliche graue gegröße unter den blutigen splittern Gehirn des armen Oberleutnant der so ein gar guter Mensch und Vorgesetzter gewesen diesmal durfte er auf so ein Mordsglück nicht hoffen diesmal gab es solch einen seelenguten Herrn überhaupt nicht mehr vielen scheiben salami die ihm der Herr Oberleutnant von seinem eigenen Vorrat immer geschenkt sanften warmen Worte die er in hatte jedem verwundeten zuflüstern hören alle erinnerungen der langen blutigen Zeit die er fast als Kamerad an der Seite seines Herrn stumpfsinnig durchgelitten hatte stiegen jetzt in ihm auf Zeit der gute Minder in seiner grenzenlosen Wehrlosigkeit gegenüber der großen Kriegsmaschine in die er nun irgendwo von neuem hineingeworfen werden sollte ohne der sicheren Stütze des guten Herrn Oberleutnant an seiner Seite alten Bauernschädel zwischen den Fäusten wie ein Hund zu Füßen seines sterbenden Herrn und auf den Spitzen seines mit Staub und Pomade festgeklebsten Schnurrbart spießen sich in sanfter Folge die herabrollenden Tränen auf da auch nicht warum der arme Herr Oberleutnant ihm wieder so furchtbar nach seinem Grammophon schrie nur dass die Herren im Unterstand gesessen und sich vom Grammophon den Rakotzimarsch hatten vorspielen lassen als plötzlich die verdammte Granate heranpfiff und dann Eisenrauch und Erde verschwand es war ja auch Hören und Sehen vergangen denn ein losgerissenes Brett hatte ihn wie vom Himmel kommend über den Rücken geschlagen dass er hinfiel und eine Ewigkeit nicht Atem holen konnte erinnert 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 ganz unklar an unerhörten haufen von zerhackten Bretttern eingestürzten Balken einen Brei aus Sackfetzen beton Er war in den schüchlichen Gliedern und viel Blut. Und er war in den Kadetten Melzer, der immer noch aufrecht da saß, den Rücken gegen die Reste des Seitenwands gelehnt, mit der Grammophonplatte, die eben noch den Rakoczi-Marsch gespielt hatte und die, wie durch ein Wunder, ganz geblieben war, an der Stelle, wo eigentlich sein Kopf hingehörte. Weg, weg. Nur die schwarze Grammophonplatte stand, auch an die Wand gelehnt, dicht auf dem blutigen Kragen. Das war schauderhaft gewesen. Er hatte Hand anlegen wollen an den sitzenden Körper mit der Platte, die genau wie ein Kopf auf dem Halse oben saß. Er fühlte, wie es ihm kalt über den Rücken lief bei der Erinnerung. Und das Herz blieb ihm stehen vor Schrecken, als just in diesem Augenblick der Oberleutnant wieder zu schreien anfing. Grammophon! Nur Grammophon! sah die große Wattegrüß sich mühselig von den Kissen lösen, sah das einzig Auge, das mit dem Herrn geblieben war, gierig auf ein unsichtbares Etwas geheftet und stand beschämt da, wie ein Schuldiger, als ihm aus allen benachbarten Betten unwillige Blicke zuflogen. »Zum Aushalten!«, schrieb ein schwer verwundeter Major vom anderen Ende des langen Korridors. »Sie den Menschen doch weg!« Aber so stand Miska erst recht ratlos da, wischte sich den Angstschweiß von der Stirne und meldete, da ihn sein Herr ja doch nicht hören konnte, einem nebenanliegenden Leutnant, dass das Grammophon kaputt gegangen sei, in tausend Stücke kaputt. Sonst hätte er, Miska, es gewiss nicht liegen lassen, sondern mitgebracht. Alles, was von den Sachen des Herrn Oberleutnant noch irgend aufzufinden gewesen ist. Diesen langen Korridor entlang hatten die Herren Offiziere, wie auf Kommando, die Köpfe unter die Kissen gesteckt, über die Ohren gezogen. Der alte Major wickelte sich sogar seinen blutigen Mantel wie einen Turban um, bloß um das fürchterliche, kluxende Lachen, das bald in Heulen, bald in wütende Schreie nach dem Grammophon überging, zu hören. Herr, bitte, Herr Oberleutnant, Miska, trich mit seinen großen, harten Pratzen ganz, ganz leise über die zuckenden Knie seines Herrn. Hörte ihn nicht, fühlte auch die schwere Hand nicht, die auf seinen Knien lag. Ihm gegenüber saß immer noch der Kadett Melzer, auf dem Halse einen flachen, schwarzen, runden Kopf, in welchem der Rakotzimarsch spiralfärbig eingezeichnet war. Dem Oberleutnant auf einmal sonnenklar, dass er dem armen Melzer bitte Unrecht getan hatte. Das ist monatelang. Konnte denn der arme Teufel für seine Dummheit, für die abgeschmackten patriotischen Floskeln. Wie hätte er mit einer Grammophonplatte als Kopf vernünftig denken können? Arme Melzer. Der Kader konnte einfach nicht begreifen, es schien ihm unfassbar, dass er nicht vor sechs Monaten schon, gleich als Kadett Melzer, seine Einrückung zur Batterie meldte, dahinter gekommen war, was man im guten Jungen, im Hinterlande angetan hatte. Sie ihm den Kopf vertauscht. Den hübschen, blonden, 18-jährigen Kopf abgeschraubt und mit einer zerkritzelten schwarzen Scheibe ersetzt, nichts konnte, als den Rakotzimarsch krechzen. Das war ja ihr der Wiesn. Wie musste der arme Junge gelitten haben, als ihm sein 20 Jahre älterer Oberleutnant immer wieder lange Vorträge hielt über Menschlichkeit? Der flachen, runden Scheibe, die man ihm aufgesetzt, konnte er es natürlich nicht begreifen, dass die italienischen Soldaten, die zerfetzt und blutig an der Batterie vorbeigeführt wurden, auch viel lieber zu Hause geblieben wären, wenn nicht ein Plakat an einer Straßenecke sie genauso gezwungen hätte, alles stehen und liegen zu lassen, wie die Mobilmachung in Ungarn die ungarischen Kanoniere. Er griff Oberleutnant Kader den unbändigen Trotz seines Kadetten. Nun verstand er erst, warum der Junge, der ja sein Sohn hätte sein können, die schönsten, klügsten Reden und Erklärungen stumm hatte über sich ergehen lassen, um zum Schluss mit zusammengebissenen Zähnen den Rakotzimarsch zu pfeifen und immer wieder knirschend den Stereotypen-Satz zumummeln, schlagen soll man die Hunde. Nicht, weil er so jung und dumm gewesen, nicht, weil er vom Hofe der Kadettenschule schnurstracks ins Feld gekommen war. Die Grammophon-Platte hatte die Schuld. Die Grammophon-Platte. Kader füllte die Adern wie Stricke anschwellen, das Blut wie mit Hammerschlägen gegen die Schläfen pochen. So unbändig war seine Wut gegen die Missetäter, die dem armen Melzer, den lieben jungen Kopf, den er früher auf dem Hals getragen, heimtückischerweise abgeschraubt hatten. Und das war das Grässlichste an der Sache. Er sah, wenn er jetzt an seine Untergebenen und Bezieherskameraden zurückdachte, alle genau wie den armen Melzer ohne Kopf herumlaufen. Die Augen zusammen, wollte sich die Gesichtszüge seiner Kanoniere wieder ins Gedächtnis rufen. Umso ein einziges Gesicht tauchte in seiner Erinnerung auf. Monate und Monate hatte er im Kreise derselben Menschen verbracht und kam jetzt erst dahinter, dass keiner von allen einen Kopf auf dem Hals ergetragen. Sonst hätte er sich doch entsinnen müssen, ob sein Feuerwerk einen Schnurrbart gehabt hatte, ob der Geschützführer vom ersten Geschütz blond oder brünett gewesen war. Aber nein. Nicht nur ihm geblieben. Nur Grammophonplatten sah er. Schwarze, scheußliche, reißrunde Scheiben auf blutigen Blusen aufsitzen. Die Gegend lag plötzlich, wie eine riesige topografische Karte tief unter ihm, so wie er sie oft in illustrierten Zeitungen gesehen. Das silberne Band des Flusses schlängelte sich durch Kappen und Hügel und Oberleutnant Kader flog über das Gewimmel hinweg, ohne Motor und ohne Flugzeug, nur von seinen ausgebreiteten Armen getragen. Und überall, wohin seine Blicke fielen, auf jedem Hügel, jedem Berg, in jeder Mulde, sah er die Schaltrichter von unzähligen Sprechapparaten in die Erde eingelassen. Tausende und Abertausende von jenen bekannten Füllhörnern aus himmelblauem Blech mit Goldkanten verziert, stirrten mit geöffneten Maulzimmer empor. Von jedem solchen eingegrabenen Schaltrichter wimmelte ein Ameisenhaufen von emsigen Kanonieren mit Patronen und Granaten. Und Kader ganz genau. Alle trugen Grammophonplatten auf dem Halse. Kadett Melzer. Nicht einer hatte seinen eigenen Kopf auf. Aber die Granaten heulend hinausflogen aus den himmelblauen Trichtern, mitten hinein in einen Ameisenschwamm, brachen die flachen, schwarzen Scheiben unter der Wucht der Sprengstücke gachend auseinander und wandelten sich im selben Augenblick auch schon wieder in richtige Menschenköpfe. Und Kader sah aus der Höhe das Gehirn aus den zertrümmerten Plattenquellen, sah die gleichmäßig gerippten Flächen sich blitzschnell in fahle, leidende Menschenantlize verwandeln. Geheimnisse des Krieges. Alles, worüber der sterbende Oberleutnant monatelang Nächte durchgegrübelt hatte, schien jetzt mit einem Schlager entschleiert. Sie waren zu verstehen. Die Leute bekamen offenbar ihre Köpfe erst rück, wenn sie sonst sterben gingen. Weil sie rückwärts, irgendwo, wurden sie ihnen abgeschraubt mit Platten ersetzt, die nichts konnten als den Rakotzimaus spielen. Präpariert wurden sie in die Züge gepfercht, und kamen so erst an die Front, wie der arme Melzer. Wie er lebt. Wie er. Schüttendem Zorn gepackt, schnellte die Watte-Kugel wieder in die Höhe. Oberleutnant Kader wollte aufspringen, den Leuten das Geheimnis verraten, sie aneifern, ihre Köpfe zurückzufordern. Jedem Einzelnen wollte er es ins Ohr flüstern, auf der ganzen weiten Front, Blava, bis unter zum Meere. Jedem Einzelnen Kanonier, und jedem Einzelnen Infanteristen, und auch den Italienern drüben. Denen wollte er es sagen. Auch denen hatte man ja Platten auf die Hälse geschraubt. Auch die sollten zurück, zurück nach Verona, nach Venedig, nach Neapel, wo ihre Köpfe aufgeschichtet lagen, in Magazinen, zur Aufbewahrung bis nach dem Krieger. Mann zu Mann wollte Oberleutnant Kader laufen, um jedem Einzelnen, Freund wie Feind, wieder zu seinem Kopfe zu verhelfen. Dann fragte er auf einmal, dass er nicht gehen konnte. Auch mit dem Fliegen war es vorbei. In dicken eisernen Trossen waren seine Füße ans Bett gefesselt worden, damit er das große Geheimnis nicht enthüllen könne. Dann wollte er es ausrufen, mit schmetternder, übermenschlich lauter Stimme. Einer Stimme, die über das Heulen und Krachen der Granaten, von Blava bis Triest, und hinüber nach Tirol, und bis ans Meer in Flandern und bis zum persischen Golf hinunter, wie die Fanfare des jüngsten Gerichtes die Wahrheit verkünden sollte. Schreien wollte er, wie noch nie ein Mensch geschrien hatte. Son! Hilfe! Nur! Mitten in seiner Heißverkündung, mit einem gurgelnden Schmerzenslaut, plötzlich ab. Es war weh. Nein! Wie war es, als bohrte sich bei jedem Worte, das er rief, eine spitze Nadel tief in sein Gehirn ein. Wie hätte er das vergessen können? Auch ihm war ja der Kopf abgeschraubt worden. Auch er trug ja nur eine Grammophonplatte auf dem Halse, wie alle anderen. Wie wollte er, guckte die Nadel sich in seinen Schädel und lief, erbarmungslos, über alle Windungen seines Gehirnes. Das konnte er nicht ertragen. Über wollte er schweigen. Geheimnis für sich behalten. Nicht mehr diesen Schmerz, diesen wahnsinnigen Schmerz im Kopf. Er packte seinen Kopf mit beiden Fäusten, krallte die Nägel tief in die Schläfen ein. Er lang es ihm nicht, die verdammte Maschinerie rechtzeitig zum Halten zu bringen, dann brach ihm sein eigener Kopf. Er war weiter herumgedreht, unfehlbar, das Genick in kurzer Zeit. Aus allen Poren. Mit! schrieb der Oberleutnant in höchster Not. was er tun sollte. Er schlugte sich weiter und sang freudig schmetternd den Rakotzimarsch. Er spannten sich alle Sehnen. Dann fühlte der Oberleutnant Kader den eigenen Kopf, seinen Händen entgleiten. Sein Rückgrat fuhr seinen Augen auf. Seiner letzten, rasenden Kraftanstrengung versuchte er noch einmal in den Verband hineinzugreifen, den Kopf nach vorne zu pressen. Dann fürchterliches Knirschen und Stöhnen. Mäuschenstill im langen Korridor. Er schlugte ihn aus dem Operationszimmer zurück. Er kam und verrieh ihn des Winseln Miskas von Weitem schon, das wieder im Bett frei geworden war auf der Offiziersabteilung. Der alte Major winkte ihn zum Überfluss noch an sich heran und verkündete mit respektvoll vibrierender Stimme laut, dass alle Herren hören, der Alten hat endlich ausgelitten, als echter Ungar, mit dem Kotzimarsch auf den Lippen. Es auch Julia Niedermeyer Menschen im Krieg von Andreas Latzko. Die Bufox-Aufnahme ist in der Public Domain. Blinkte zum ersten Mal der See. Die wohlbekannten grauen Kalkberge tauchten schon auf, griffen, wie drohende Finger, über dem Bahndamm tief ins Wasser hinein. Unter dem verrauchten, schwarzen Loch in der hellen Wand, gleich nach der Ausfahrt aus dem kurzen Tunnel, guckte für einen Augenblick die Kirchturmspitze über die Böschung und ein Eckchen vom Schloss. Johann Bogdan beugte sich weit zum Waggonfenster hinaus mit gierigem Blick. Einer, der sein Inventar revidiert, gespannt und voller Misstrauen um ihm nichts abhandengekommen während seiner Abwesenheit. Bei der erwarteten Baumgruppe fielte er befriedigt, die Richtigkeit der Landschaft an dem Bilde messend, das er fest eingebrannt in der Erinnerung trug. Es klappte. Jeder Kilometerstein auf der großen Chaussee, die jetzt neben dem Gleise einher lief, stand fest auf seinem Platze. Blitzte auch flammend die Rotbuche vorbei, an der die Racker immer scheuten, einmal aufs Haar den Wagen umgeworfen hätten. Johann Bogdan tat einen tiefen, schweren Atemzug, mischte seinen winzigen, runden Spiegel aus der Tasche und besah sich noch ein letztes Mal vor dem Aussteigen sein Gesicht. Die rechte Hälfte ging ja noch an. Da war noch ein wenig von seinem Schnurrbart übrig geblieben und auch die Wange war leidlich glatt. Er riss auf den schlecht verheilten Rissen neben dem Mundwinkel. Es aber auf der linke Seite hatte er sich was aufschwätzen lassen von der verdammten Großstadt-Sippschaft, dem Krieg genau wie in Friedenszeiten, doch nur darauf aus war, arme Bauersleute zum Narren zu halten. Schurken waren sie alle miteinander, der großartige Herr Professor sowohl wie die feinen Damen mit den schneeweißen Mänteln und den albernen geschraubten Redensarten. Es war, weiß Gott, ein Kunststück, einen einfältigen Kutscher, der mit Ach und Krach das bisschen Lesen und Schreiben erlernt hatte, in eine Falle zu locken. Er hat ihn angegrinst und ihm schön getan und ihm das Blaue vom Himmel herunter versprochen. Und nun war sie da, hielt sich selbst überlassen, ein verlorener Mann. Doch riss er den Hut vom Kopf und warf ihn neben sich auf die Bank. Das Gesicht? War es erlaubt, einen Menschen so herzurichten? Nase wie aus kleinen, verschiedenfarbigen Würfeln zusammengestückelt, der Mund verzogen, die ganze linke Wange aufgedunsen, wie hohes Fleisch, so rot und kreuz und quer von tiefen Narben durchzogen. Abscheulich! Anstelle des Backenknochens, eine langgestreckte Höhle, so tief, dass er mit dem Finger drin verschwand. Und dafür hatte er sich so quälen lassen. Dafür hatte er sich siebzehnmal wie ein geduldiger Schaf in das verfluchte Zimmer mit den Glaswänden und den vielen blitzenden Messern hineinlocken lassen. Heißer Schauer lief ihm heute noch über den Rücken, bei der Erinnerung an die Qualen, die er Zähne knirschend ertragen hatte, nur um wieder ein menschliches Aussehen zu kriegen und heimkehren zu können zu seiner Braut. Und nun war er da, fuhr pfeifend aus dem Tunnel. Die Kugelakazien vor dem Häuschen des Stationsvorstehers grüßten zum Fenster herein. Rimmig zerrte Johann Bogdan seinen schwer bepackten Rucksack durch den Korridor, stieg zögernd die Treppen hinunter und stand radlos, hilfesuchend da, als der Zug, der ihn gebracht hatte, hinter seinem Rücken davonfuhr. Er zog sein großes, geblümtes Taschenduch hervor und trocknete den Schweiß, der in dicken Perlen auf seiner Stirne stand. Nun anfangen, warum war er überhaupt hergekommen? Da er endlich den Fuß auf den heiß ersehnten Heimatboden gesetzt, überfiel er mit einem Mal rasendes Heim wie nach dem Spital, das er am gleichen Morgen, vor wenigen Stunden erst, grubelnd verlassen hatte. Er dachte an den langen Korridor mit vielen in Verbände gewickelten Menschen, die alle humpelten, hinkten, lahm, blind oder entstellt waren. Schließt sich längst niemand mehr an seinem zerschundenen Gesicht. Gegenteil, die meisten waren ihm neidisch, weil er doch wenigstens arbeitsfähig geblieben war, seine gesunden Arme und Beine behalten hatte und das rechte Auge. Viele wären gerne bereit gewesen, mit ihm zu tauschen. So mancher hatte missgönnige Bemerkungen gemacht und es für ein Unrecht erklärt, dass der Staat ihm eine Invalidenrente bewilligt für das verlorene Auge. Ein Auge und ein bisserl ein zerkratztes Gesicht. Da war doch nichts gegen ein Holzbein, einen lahmen Arm oder eine durchschossene Lunge, die wie eine schlechte Maschine pfiff und rasselte bei jeder geringsten Anstrengung. Ein Glückspilz war er im Kreise der vielen Krüppel gewesen. In Berühmtheit die ganze Welt kannte dort seine Geschichte. Als das Spital kam, wollte vor allem den Johann Bogdan sehen, der sich siebzehnmal operieren, die Haut sich in Streifen hatte aus Rücken, Brust und Schenkeln schneiden lassen. Nach jeder neuen Operation stand, wenn der Verband entfernt wurde, die Türe seines Schlafsaales keinen Augenblick still. Hundert Meinungen wurden abgegeben, jedem Neu Hinzugekommenen ausführlich erklärt, wie arg das Gesicht vorher gewesen. Die von Anfang an mit Bogdan das Zimmer geteilt, schilderten den einer Art Stolz, als hätten sie Anteil an den wohlgelungenen Operationen. So war Johann Bogdan allmählich fast eitel geworden auf seine fürchterliche Verwundung, auf die Fortschritte, die seine Verschönerung machte, und hatte das Spital mit der Erwartung verlassen, in seinem Dorf wie eine Sensation bewundert zu werden. Und jetzt allein mit seinem Rucksack und seinem Kofferl, überflutet vom prallen Sonnenschein der ungarischen Tiefebene, vor sich das weitgestreckte Dorf, fühlte Johann Bogdan sich je von Kleinmut überfallen, von einer Angst, die er beim Heransausen der Granaten vor Sturmangriffen auf Leben und Tod im grausamsten Handgemenge erkannt. Schürfende Betrachtungen waren seinem trägen Bauernverstand, seiner aus Trotz und Eitelkeit roh zusammengezimmerten Natur versagt. Sein instinktives Unbehagen, das feinselige Misstrauen, das ihn übermannte, sagten ihm deutlich genug, dass er Enttäuschungen und Kränkungen entgegenging, von welchen er sich im Spital nichts hatte träumen lassen. Laut lud sich sein Gepäck auf den Rücken und ging mit zögernden Schritten dem Ausgange zu. Hier hatten dieser verstaubten Akazien, die er und die ihn wachsen gesehen, fühlte er sich je mit seinem früheren Ich, mit dem schönen Johann Bogdan, der hier als fescher Herrschaftsgutscher bekannt war, konfrontiert. Waren alle Operationen und Flickereien den Teufel was wert? Gab es keinen anderen Vergleich als den einen, schmerzlichen, zwischen dem kecken, übermütigen Burschen, der hier am ersten Mobilmachungstag mit heißer gesungener Stimme Samarxa ein letztes Lebewohl zugerufen hatte und dem Krüppel, der jetzt mit einem Auge zertrümmerte Kimbacke zerflickt im Gesicht und abiert der Nase vor dem selben Stationsgebäude stand, fett und niedergeschlagen, als wäre ihm das Unglück an diesem Morgen erst zugestoßen. Schwatzte mit der Lochzange in der Hand die Frau des Bahnwärters Kovacs, der seit Kriegsbeginn irgendwo im russischen Dienst tat und wartete ungeduldig auf den letzten Passagier. Johann Bogdan sah sie stehen und sein Herz fing so heftig zu pochen an, dass er unwillkürlich noch langsamer ging. Wir kennen oder Knie knickten ein, plötzlich morsch geworden und seine Hand zitterte vor Erregung, als er ihr das Billet entgegen hielt. Es ließ ihm passieren. Er stockte der Atem. Er raffte seine ganze Kraft zusammen, sah ihr mit seinem einzigen Auge fest ins Gesicht und sagte, mühsam seine Stimme erfestigen. Gott begegnete ihren Augen, sah sie sich weiten, erstarren, über sein zerschundenes Gesicht tasten und dann schnell über ihn hinweg schauen, als könnte sie den Anblick nicht ertragen. Wollte er stehen bleiben, merkte er, dass ihre Lippen bebend ein lautloses Jesus Maria schmelten, als wäre er der Leibhaftige Gott sei bei uns. Haumelnd, gekränkt, ging er das Blut ihm in den Ohren. Erkannt, nicht erkannt, über dem Stationshaus war sein Gepäck ab und nieder. Frau des Bahnwärters Kovax, den Johann Bogdan nicht erkannt. Eltern grenzten an sein Elternhaus. Sie waren mitsammen zur Schule gegangen, mitsammen konfirmiert worden, sie in den Armen gehalten, sie abgeküsst, weiß Gott wie oft, ehe der Kovax ins Dorf kam und um sie warb. Er nicht erkannt. An der Stimme war er. Unkürlich warf er noch einen Blick hinüber, sah sie eifrig auf den Stationsvorsteher einsprechen und er riet aus ihren Gebärden, dass sie von dem schauderhaften Anblick erzählte, von dem gräulich entstellten, fremden Soldaten, den sie eben gesehen. Er schieß einen kurzen, gerechzenden Laut aus, einen missglückten Fluch, dann fiel sein Kopf vornüber und er heulte los. Das Weibsbild Wollte er nun anfangen. Hins Schloss, die Tür aufstoßen zum Gesindehaus und der verblüfften Marxer ein patziges Grüß Gott zu So hatte er sich's gedacht. Hatte sich, weiß der Teufel wie oft, das Bild ganz genau ausgemalt. Aufgreischende Mägde, Freuden schreit seiner Braut, ihren Sprung an seinen Hals und die tausend Fragen, die sich über ihn ergießen würden, während er, die Marxer auf den Knien, nur so nebenher, dann und wann, eine Antwort gebe, der andächtig lauschenden Gesellschaft. Wo war das jetzt alles? Zu Marxer gehen? Er? Mit dem Gesicht, vor dem die Bahnwärters Juli sich bekreuzigt? nicht im ganzen Komitat berüchtigt, wegen ihrer Spitzenzunge und ihrer Hochnäsigkeit? Schockweise hatte sie die Männer abblitzen lassen, alle ausgelacht, alle zum Narren gehalten, ehe sie sich endlich in ihn vergaffte. Doch dann stopfte die Faust in den Mund und beurte sich die Zähne tief ins Fleisch hinein, bis der heftige Schmerz ihm endlich das Schluchzen überwinden halte. Dann vergrub er den Kopf in den Händen und versuchte nachzudenken. War ihm in seinem Leben irgendetwas schief gegangen? Überall hatte man ihn gut leiden können, in der Schule, bei der Herrschaft im Schloss und auch ausgezeichneter Reiter, schneidiger Kutscher, den seine Pferde liebten, wie er sie, war er vergnügt vor sich hinpfeifend durchs Leben gegangen, gewöhnt, die Weiber geschmeichelt lächeln zu sehen, wenn er ihnen im Vorbeisausen großmütig eine Kusshand zuwarf. Nur bei der Marxer hatte es etwas länger gedauert, aber die war ja auch weit und breit als das schönste Mädel berühmt und selbst der gnädige Herr hatte ihm fast neidisch auf die Schulter geklopft, als sie sich verlobten. Schönes Paar, hatte der Herr Pfarrer gesagt. Fischte Johann Bock dann seinen kleinen Spiegel wieder aus der Tasche und sank zusammen, drückt von einer tiefen, wehmütigen Traurigkeit. Wollte der Bräutigam der schönen Marxer sein? Dieses Affengesicht, das zerflickte, schäckige Fries, dass ihm der verdammte Gauner, der Betrüger, der sich einen berühmten Professor schimpfen ließ, da zusammengeschustert hatte, Johann Bock dann zu tun, mit dem Johann Bock dann, dem die Marxer die Ehe versprochen und weinend das Geleit gegeben hatte, als es losging. Marxer gab es nur einen Johann Bock dann, der war Herrschaftskutscher und der schönste Mann im Dorf. War er noch Herrschaftskutscher? Der gnädige Herr wird sich hüten, sein schönes Zeugel mit so einer Vogelscheuche zu verstandeln und in die Komitats Hauptstadt hineinzufahren mit einer Fratze auf dem Bock. Zum Heun wird man ihn schicken, zum Ausmisten im Stall. Die schöne Marxer, die sich alle Männer reißen, sollte die Frau eines elenden Taglöhners werden? Nein, das fühlte Johann Bock dann ganz genau. Für Marxer war der Mensch, der da auf der Bank saß, nicht der Johann Bock dann mehr. Sie wird ihn nicht mehr haben wollen, so wenig die Herrschaft ihn wieder auf den Bock setzen wird. Ein Krüppel bleibt ein Krüppel und die Marxer hat sich mit dem Johann Bock dann verlobt und nicht mit dem Kinderschreck, den er ihr jetzt nach Hause brachte. Seine Traurigkeit wich allmählich einer unbändigen Wut gegen das Großstadtgesindel, das ihn bespatzt. Ihm weiß Gott, was aufgewunden hatte. Stolz sein sollte die Marxer, weil er im Dienst des Vaterlandes entstellt worden war. Z Ha ha! Er höhnisch auf. Seine Finger krampften sich um den vermaleteiten Spiegel, bis er in tausend Scherben brach und Hand zerschnitt. Er tropfte langsam in den Ärmel, ohne dass er es merkte. Große war seine Grimm gegen das vornehme Weiberpack im Spital, das ihn mit Zeufengewäsch ganz um seinen Verstand gebracht hatte. Die dachten wohl, für eine Bauerndirne wäre auch ein Mann mit einem Auge, und halber Nase noch gut genug. Und ging Vaterland zum Altar? Konnte sie mit dem Vaterland Start machen, wenn ihr die Weiber mitleidig nachschauten? Spannschierte das Vaterland mit fliegenden Bändern auf dem Hut durch das Dorf? Lächerlich! Auf der Bank, im Stationshaus und der Aufschrift vor Augen, die in einem einzigen Wort, einem kurzen Namen, sein ganzes Leben, Erinnerungen, Hoffnungen und Erlebnisse zusammenfasste. Von Bogdan ganz plötzlich der lahme Peter ein, verfallenen Häuschen hinter der Mühle dosiert hatte, vor vielen Jahren, als er selbst noch ein Kind gewesen. ganz deutlich vor sich stehen, mit einem klappernden Stelzfuß und einem verhungerten, traurigen Gesicht, hatte er auch sein Bein hingeopfert fürs Vaterland, in Bosnien unten, während der Okkupation und musste dann allein in der alten Hütte hausen, verspottet von den Kindern, die seinen Gang nachmachten, übellaunig geduldet von den Bauern, die sie ihm nachdrugen, dass er der Gemeinde zu Last fiel und von ihrem Gelde lebte. In dem Vaterland hatte jemand vom Vaterland gesprochen, wenn der lahme Peter vorbeikam, er nannte ihn verächtlich den Dorf Armen und baster. Jürgen presste die Zähne aufeinander, dass sie knirschten, vor Ärger darüber, dass ihm der Peter nicht im Spital schon eingefallen war. Dann hätte er den städtischen Tüchtig seine Meinung gesagt, über ihr dummes Geschwätz vom Vaterland und von der großen Ehre, wie ein Aff heimzukehren zu Marxer. Wenn er jetzt den Professor hätte in die Krallen kriegen können, fotografiert hatte ihn der Betrüger. Nicht einmal nur, ein Dutzend Mal wenigstens, von allen Seiten, nach jeder Schinderei von Neuem, als wäre ihm weiß Gott was für ein Kunststück gelungen. Nun hatte ihn nicht einmal die Bahnwärter Juli erkannt. Bahnwärter Juli, ein Nachbarskind! So tief versunken war Johann Bogdan in seinen Kummer, so verbissen in grimmige Rachebläne, dass er den Mann, der seit einigen Minuten schon vor ihm stand und ihn neugierig prüfend von allen Seiten begaffte, G'Zahn! Eine Hitzewelle flog ihm ins Gesicht und sein Herz blieb stehen vor freudigem Schreck, als ihm plötzlich eine Stimme aus seinem Brüten weckte. Bist du's, Bogdan? noch erkannt zu werden und runzelte tief enttäuschte Stirne, als er den buckligen Mihaly sich stehen sah. Im ganzen Dorf, im ganzen Komitat gab es keinen zweiten Menschen, dem Johann Bogdan nicht in aufquellender Dankbarkeit herzlich die Hand geschüttelt hätte in diesem Augenblick. Mit dem Buckligen aber wollte er nichts zu tun haben, jetzt schon gar nicht. Kerl bildete sich am Ende ein, einen Kameraden an ihm gewonnen zu haben und war wohl froh, nicht mehr der einzige Krüppel im Ort zu sein. Was weiter? Der Brüte gewühlte mit seinen kleinen, stechenden Augen, neugierig in Bogdans, Narben durch furchten Gesicht und schüttelte mitleidig den Kopf. Ach, dich hat der Rusian nicht zugerichtet. Wie ein kläffender Köter geht dich nichts an. Hast du? Wer schon so zugerichtet auf die Welt kommen, mit dem Bauch auf dem Rücken wie du, hätte mit der Rus nichts tun können. Der setzte sich ruhig neben ihn hin, um auch nur am geringsten gekränkt zu sein. Bist du nicht geworden im Krieg, Bogdan? Das merke ich schon. In rosiger Stimmung, kann denken, ja, so geht's, die armen Leute müssen ihre gesunden Knochen hergeben, damit der Feind den Reichen nichts von ihrem Überfluss wegnimmt. Froh sein, dass du so davon gekommen bist. Doch, Gnog dann, einem gehässigen Seitenblick. Oder Reich, fragt die Granate nicht, da Grafen und Barone draußen und vor allem in der Sonne, geworfen es an. Wie Herrgott nicht schon in der Wiege geschlagen hat, dass er nicht zum Mann und nicht zum Frauenzimmer tagt, ist jetzt im Feld, ob er nun arm ist, wie eine Kirchenmaus oder gewohnt ist, aus goldenen Schüsseln zu essen. Gucklige räusperte sich und zuckte die Achseln. Es gibt solche und solche und was hinzufügen, besann sich aber eines besseren und wieg. Die Spocktern sind immer schon eine elende Lakaiennatur gewesen, stolz darauf, den hohen Herren dienen zu dürfen. Er fühlte sich solidarisch mit seinen Unterdrückern, weil er in verschnürten Joppen mit silbernen Knöpfen zu ihrem Glanze beitragen durfte. Nun hatten sie ihn vor die Kanonen gehetzt, der ihren Reichtum verteidigen half. Der Kerl saß da, entstellt, mit einem Auge nur und ließ noch immer nichts auf die gnädigen Herrschaften kommen. Dummheit konnte man nichts ausrichten. Es war schade um jedes Wort. Saßen sie eine Weile nebeneinander. Bogdan stopfte umständlich seine Pfeife. Und sah ihm interessiert zu. Geht das Schloss hinauf? Vorsichtig, der Bucklige, als die Pfeife endlich brannte. Knall wusste ganz genau, wohin der verhasste Kerl hinaus wollte. Inja, ein Brot sie war der, ein Halunke, der die armen Leute um ihr Brot bringt, mit seinem dummen Geschwätz. Schlechter Hund, der Hand beißt ihn füttert. Er hatte in der Ziegelei als Aufseher sein schönes Auskommen gehabt und zum Dank die ganze Arbeiterschaft gegen die Herrschaft aufgehetzt, bis sie den doppelten Lohn forderten und das Schloss anzünden wollten an allen vier Ecken. Bei ihm hatte er schon einmal sein Glück versucht, hat den gnädigen Herrn schlecht machen wollen, aber da war er an den richtigen gekommen. Ohrfeigen rechts und links und ein tüchtiger Fuß dazu, Standort gewesen. Wie er es nicht noch einmal versucht, den Johann Bogdan zu einem Sozi zu machen, zu solch einem Spitzbuben, der keinen Herrgott und Vaterland kennt. Unruhig hin und her auf der Bank, warf ab und zu von der Seite her einen prüfenden Blick auf seinen Nachbarn, fasste sich endlich ein Herz und sagte ganz plötzlich, sie werden ja wohl froh sein um dich da oben, deine Arme sind doch ganz geblieben und sie können Leute brauchen in der Fabrik. Zielei veröffent, der Bucklige lachte laut auf. Zielei? Warum nicht gar? Wer ein Ziegel im Krieg? Zielei gibt's längst nicht mehr, mein Lieber. Da werden jetzt Granathülsen fabriziert. Siehst du die Waggons dort drüben? Das ist alles voll mit Granathülsen. Jeden Samstag geht ein ganzer Zug von hier ab. Interessiert hörte Bock dann zu. Das war was Neues. Auf dem Gut, von der er noch nichts wusste. Das ist alles so hübsch eingeteilt, zählte der andere weiter und spöttisch. Der eine geht hinaus und lässt sich den Schädel kaputt schlagen. Der andere bleibt schön daheim, fabriziert Granathülsen und tapeziert ein Schloss mit tausend Kronenscheinen. Mir recht sein. Saussenschießen mit der Luft? Die Arten kannst keinen Krieg führen. Genauso nötig wie die Soldaten. Wenn Herren die Wahl haben, so lassen sie dich deinen Kopf hinaustragen. Was kriegst denn du für dein Auge? Kronen im Jahr? Gar 150? Und die von den Raben gefressen werden, haben nicht einmal so viel vom Krieg. Ihr Herr da droben verdient aber jeden Tag seine paar tausender und riskiert nicht einmal seinen kleinen Finger dabei. So wäre ich auch gern Patriot. Kein glauben. Anfangs hieß es ja natürlich, er ginge ins Feld. Großartig abgefahren. Aber drei Wochen später war er schon wieder da, mit Monteuren und Maschinen und jetzt hält er schöne Reden drinnen im Komitatshaus, schickt die anderen sterben und ist auch noch der Hahn im Korb bei ihren Frauen. Schickt sich die Taschen voll und tätschelt alle Mädel ab in der Fabrik. Der einzige richtige Mann weit und breit. Runzel der Stirne ließ Bogdan die Rede über sich ergehen. Der letzte Satz macht ihn stutzig. Er horchte auf und kämpfte eine Weile heldenhaft gegen die Frage, die ihm auf den Lippen brannte. Er endlich doch nicht mehr an sich halten und platzte heraus, ist Marxer auch oben in der Fabrik. Augen des Buckligen blitzt es auf. Die schöne Marxer, das glaube ich, Vorarbeiterin ist sie geworden. Man sagt zwar, dass sie noch nie eine Hülse in der Hand gehabt hat. Dafür haben die Hände des gnädigen Herrn kurzen, heiser in Krächzen fuhr ihm Johann Bogdan an die Gurgel, presste ihm den Adamsapfel in die Kehle hinein, hielt ihn fest in unbarmherziger Umklammerung, bis er um sich lagend, mit angstvoll hervorquellenden Augen, und blau im Gesicht hinschlug, heuchelnd liegen blieb. Dann erlegte sein Zeug zusammen und marschierte los, weit ausgreifend, mit riesigen Schritten, als könnte er was versäumen, oben im Los. Ein Blick warf er mir auf den buckligen Mihaly, man sich kein einziges Mal um, zog weiter, fühlte noch lange die Worme Kehle in seiner Hand. Was war ihm denn ein Mensch, der röchelnd auf der Straße lag? Mensch mehr oder weniger? Tausenden war er so vorbeigezogen, in der schaukelnden Gleichmäßigkeit der marschierenden Kolonne, stumpfsinnig vor Müdigkeit, ohne daran zu denken, dass die dicht gesäten grauen Flecke in den Wiesen, die Klumpen, die wie Dunghaufen im Frühjahr auf Schritt und Tritt die Straße säumten, Menschen waren, der Tod hingelegt. Da waren sie in Toten, bei Kilche, wo es über das Feld ging, wo jeder Furche erdgraue Hände in die Luft kreilten, blutdrängte Hosenbeine und verzerrte Gesichter aus dem Boden wuchsen, als krabbelten alle Toten aus den Gräbern zum jüngsten Gericht. Geschäupert waren sie damals über Leichen. Dem kleinen Reserveleutnant war es sogar totenübel geworden, zur großen Belustigung seines Zuges, war ein schon halb verfaulter Russe, die immer versehentlich auf die Brust getreten, unter ihm einbrach, so dass er den Fuß kaum wieder frei bekam aus dem verpesteten Loch. Erinnerte sich Johann Bogdan an die boshaften Scherze der Kompanie über den leichenblassen Offizier, der, an einen Baum gelehnt, den heiligen Ulrich anrief, wie einer, der tüchtig über den Durst getrunken hatte. Glühend leuchtete die Landstraße in der Mittagssonne. Im Dorf schlug die Turm Uhr zwölf. Vom Hügel ertönte, wie als Antwort, das tiefe Summen der Fabrikspfeife und ein weißes Wölkchen stieg über die Baumwipfel. Dann beschleunigte er seine Schritte. Er lief mehr, als er ging, ohne sich um die Schweißtropfen zu scheren, die ihm kittend über den Nacken perlten. Fast volles Jahr lang hatte er Spitalsluft geatmet, nur Lücher und Mauern gesehen und Lysol und Jodo Form gerochen. Zog seine Lunge den Duft der blühenden Wiesen ein und seine Sohlen klatschten kräftig auf die Straße, als marschierte er wieder in Reih und Glied. Tages in der Verwundung war dies sein erster Gang. Die erste Landstraße seit den wilden Gefechtsmärschen im Russischen. Zuweilen schien es ihm, als hörte er die Kanonen rollen. Kurze Kampf mit den buckligen Lumpen hatte sein Blut in Wallung gebracht. Und seine Kriegserinnerung von der öden Einschönigkeit des Lazarettlebens wie von einer dichten Staubschichte überdeckt wirbelten je wieder auf. Er hätte es ihn, den verdammten Halunken zu früh freigegeben zu haben. Und er hätte sein lästermaul nie wieder aufgetan, hätte den Kopf erschöpft zur Seite gelegt, mit auseinander gespreizten Fingern noch einmal sehnsüchtig die Luft umarmt und dann schnell zusammengeschrumpft. Der struppige dicke Russe mit den großen blauen Augen, der als erster mit einem schönen Gruß von Johann Bogdan beim heiligen Petrus vorsprach. Er die Kehle nicht mehr locker gegeben, ehe er das Gezappel nicht ganz ein ließ. Tot hatte er den gewirkt. Doch ein ganz possierlicher Kerl gewesen, lange nicht so widerlich wie dieser bucklige Schuft. Freilich er erste Feind, den er zu packen bekommen, allererster Russ. Eine stattliche Reihe war gefolgt. Er gewirkt hatte er nur diesen einen. Mit dem Holben niedergeschmettert, mit Bayonetta stochen, mit den Stiefeln zertrampelt sogar, den Halunken, der ihm seinen liebsten Kameraden vor den Augen niederschlug. Er gewirkt hatte er keinen mehr. Warum war ihm der kleine Dicke so in der Erinnerung geblieben? Den anderen wusste er nichts mehr, sah nur einen Röcheln und Fluchen des Handgemenges ihm wie ins Ohr, wenn er an seine Heldentaten dachte. So ins Jenseits geschickt? Liebe Gott mochte sie gezählt haben. Er selbst hatte genug damit zu schaffen, sich die Kerle vom Leib zu halten. Lange umschauen wollte, die längste Zeit neugierig gewesen. Das Gesicht, das ich auch genau gemerkt hatte. So ein großer hagerer Kerl, lang wie eine Hopfenstange, mit großen gelben Hauern im Mund, die er wie ein Eber fletschte. An den erinnerte er sich noch, als wäre es als gestern gewesen. Sein stehen, schon an die Wand gepresst, das Gewehr über dem Kopf verschwingend. Augenblick und der Kolben wäre niedergesaust. Aber um dem Bock dann zuvor zu kommen, dazu war so ein schläfriger das Bajonett schon zwischen den Rippen, hinten über auf sein Gewehr. Das Bajonett gegangen, hinter ihm noch in die Wand gefahren, auf ein Haar wäre es abgebrochen. Passierte aber kein zweites Mal. Nur geschehen, weil er zu stark zugestoßen hatte, mit zusammengebissenen Zähnen, die Finger krampfig um den Schaft gekrallt, aus voller Kraft, als gelte es, Eisen zu zerschneiden. Er wusste, dass es gar nicht so schwer war, einen Menschen niederzumachen, weiß Gott was für einen Widerstand gefasst gewesen und entsahm sich ganz genau, dass der Mund offen stehen geblieben war, vor Erstaunen, wie das Bajonett so glatt hineinfuhr in den langen Kerl, als hätte er in Butter gestochen. Probiert hat, denkt, der Mensch wäre ganz aus Knochen, holt weit aus und kann nachher schauen, wie er sein Gewehr wieder freikriegt, ehe einer von den struppigen Teufeln seine Wehrlosigkeit ausnutzt. Vielleicht musste man ansetzen, mit einem kurzen, ruckartigen Stoß. Dann lief das Ding ganz selbst hinein, wie ein gutes Pferd. Man hatte ordentlich Mühe, es zurückzuhalten. Das Wichtigste war, nicht aus dem Auge zu lassen. Nicht aufs Bajonett durfte man starren, nicht dorthin, wo man stechen wollte. Dem Gegner ins Auge, um seine Parade rechtzeitig erraten zu können. Aus den Gesichtszügen musste man den richtigen Augenblick zum Zurückweichen abpassen. Sie machten es ja alle ganz gleich. Aufs Haar so wie der Erste, der lange, wilde Kerl mit den gefletschten Zähnen. Mit einem Mal wurde ihr Gesicht ganz glatt, als hatte das kalte Eisen im Leib, ihre ganze Wut abgekühlt, rissen erstaunt die Augen auf und blickten zum Feind hinüber, als wollten sie vorwurfsvoll die Frage an ihn richten. Was machst du denn? Dann gewöhne ich ins Bayonett hinein, rissen sich überflüssigerweise noch die Hände, ehe sie hinfielen. Genau Bescheid wusste, die Waffe nicht rechtzeitig anhielt und schnell aus der Wunde heraus zog. In dem Moment, da er die Augen groß werden sah, wurde mit umgerissen und bekam von irgendwoher einen Kolbenschlag über den Kopf, ehe es ihm gelang loszukommen. Hatte Johann Bogdan gar oft besprochen mit den Kameraden. Mit den Gefechten Kritik geübt wurde an den Gefallenen, die sich dumm gestellt und ihre Ungeschicklichkeit mit dem Leben bezahlt hatten. Mit Riesenschritten vorwärts eilend, auf dem wohlbekannten Wege Hügel an zum Schloss, war jetzt gleichsam untergetaucht in seinen Erinnerungen. Einen liefen von selbst, Pferde auf dem Heimweg, passierte das offene Gittertor und ging schon auf gekiesten Wegen den Kopf auf der Brust, ohne zu ahnen, dass er angekommen war. Johann riss ihn aus seinen Gedanken. Er fuhr auf und blieb stehen, von Verrührung gepackt, als er wenige Schritte weit das Stallgebäude schickte und im Dämmerlicht schimmernd hell die Grupp seines geliebten Schimmels. Er abschwenken auf die Stalltüre zu. Da tauchte weit unten am anderen Ende des großen Platzes ein Frauenzimmer auf. Von der Ziegelei her ein rot getupftes seidenes Tuch auf dem Kopf die alle Büste hoch aufgerichtet einem herausfordernden Wiegen in den Hüften, dass als hätte ihn jemand vor die Brust gestoßen. Maxa zweites Mädel im ganzen Komitat und schlitte los. Maxa Maxa büsternd den Blick angstvoll auf ihr Gesicht geheftet sah sie blass werden geist der Augen unruhig hin und her hüpfen von seiner linken Wange zur rechten hinüber und zurück kam ein Grauen in ihre Augen sie rief davon so schnell ihre Füße sie trugen schlug starrte ihr Bock danach hatte er sich das Wiedersehen vorgestellt so anders seit die Bahnwärters Frau das Nachbarskind ihn nicht erkannt die Telefon lief wurde ihn hatte sie nicht nötig und Bock dann war nicht der Mann der im Frauenzimmer Gewalt antat er nicht mehr so wie er geworden war nun dann konnte sie sich einen anderen suchen und er würde schon auch noch eine finden dann war ihm nicht bange das wollte er auch sagen sprang ihr nach erwischte sie bei der Hand als sie nur mehr wenige Schritte vom Maschinenhaus trennten knurr ihn los brauchst du zu sagen wenn du mich nicht mehr willst ich freß dich auf sie ihn an forschend und tat sie ihm leid so arg zitterte ihr ganzer körper wie es herstammeln oder rot verzorren sie erschreiben lassen dass mich eine granate erwischt hat ich meinte ich bin schöner geworden wenn du mich nicht mehr willst weinen 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 ich haben oder nein ich zwinge ihn zum heiraten sag es mir gleich oder irgendetwas irgendetwas in seinem gesicht in einem einzigen auge das ihr den atem nahm wie mit kalten fingern in ihren eigengeweiden wühlte sie auge nieder und stotterte keine stellung wie können wir heiraten muss den gnädigen herrn fragen ob er war es es fiel ein roter vorhang aus feuer gewoben vor seine augen sprach sie vom herrn er dachte an den buckligen und fühlte mit einem schlag dass der herr lunker nicht gelogen hatte eine glühende zange umklammerten seine finger ihr handgelenk dass sie aufschrie vor schmerz der herr bruchten was herr zwischen dir und mir zu suchen ja oder nein will ich dann nichts zu schaffen zwischen uns auf kam eine merkwürdige sicherheit über sie bekamen wieder farbe funkelten stolz wie er sie immer gekannt stand sie da herausfordernd in den nacken geworfen bogdan sah die änderung sah dass ihr blick über seine schultern hinweg gefahren und wandte sich blitzschnell um wie es gedacht hatte die maschinenhause trat soeben der gnädige herr gibt vom alten tod seinen alttöter war die marxer vorbeigehuscht stürzte zum herrn hin beugte sich nieder und stimmte die hand man sah sie herankommen zu dritt den kopf wie ein wieder zum angriff seine kalte ruhe stieg langsam in ihm hoch wie im schützengraben wenn der hornist zum angriff blies als gnädigen herrn seine schulter berühren und wich einen schritt zurück sollte das alles er sprach von tapferkeit und vaterland über flüssiges zeug das nichts mit der marxer zu schaffen hatte entsprechen die diese worte auf sich niederprasseln wie regen ohne sich um ihren sinn zu kümmern ein blick irrte unruhig hin und her vom herrn zur marxer und zum waldhüter er an etwas glänzendem neugierig haften blieb es war der vernickelte knauf am hirschfänger der alte waldhüter an seiner seite trug funkelnd die sonne spiegelte ein fall durchzuckte ihn ging aus der schneide zu reißen und dem luder der marxer in den halb zu rennen bis zum heft tauschigen bunten röcke machten ihn irre weibern hatte er im krieg nie zu schaffen gehabt er konnte sich nicht recht vorstellen wie das wäre wenn man da hineinstieße glitt auf den herrn zurück nun bemerkte er dass er ihn in hanisch gebracht hatte mit seinem verstockten trotzigen schweigen rettsch die zähne fiel ihm ein so wie der lange russ er fast bei der vorstellung wie auch der gnädige herr gleich ein glattes gesicht bekäme und erstaunt lagende augen gerade von der marxer ging ihn die an rückte sich bock dann auf ordne ich mir meine Angelegenheit schon selbst gnädiger herr eine sache zwischen ihr und mir sagt der heiser war dem herrn fest ins gesicht der hatte noch einen schnurrbart rengs ganz gleich und fein hochgezirbelt hatte der bucklige gesagt eine geht hinaus und lasst sich den kopf kaputt schlagen er war eigentlich gar nicht so dumm der bucklige zornig bock hieß ihn schreien und starte wie hypnotisiert auf den glänzenden knauf hinüber als immer wieder der name marxer an sein ohr schlug wurde er wieder aufmerksam die marxer steht jetzt in meinem dienst den herrn sagen du weißt ich kann dich gut leiden bock dann ich will dich auch wieder bei den pferden beschäftigen wenn dir darum zu tun ist aber die marxer lässt du mir in ruhe rein dulde ich nicht will sie dich noch heiraten so ist es mir sehr recht will sie aber nicht dann lässt du sie zufrieden wenn ich noch einmal dass du ihr weh getan hast dann jage ich dich zum teufel träumend vor wut legte bock dann los teufel schwind der gnädige herr will mich zum teufel jagen gehen der gnädige herr doch erst selber hinaus ich war schon beim teufel ich bin acht monate draußen gelegen in der hölle dein gesicht da können der gnädige herr sehen dass ich aus der hölle komme schützer spielen sich die taschen vollpropfen und die anderen sterben schicken das ist bequem zu hause herumdrückt der sollte nicht andere zum teufel schicken die schon für ihn in der hölle gewesen sind seine wut und stieß ihn dem herrn zwischen die rippen nicht so weit ausholend dass ihm jemand noch hätte den arm fallen können oh nein gecht von unten her mit einem kurzen Ruck genau wie er es im Felde erlernt hatte der Schwenker war nicht schlechter als sein Bayonett er ging nur so in den Fleisch hinein genau wie immer Juck dann stand mit vorgebreitem Kinn das zornenstellte Gesicht des gnädigen herrn je sich glätten gecht und ruhig werden wie ausgebügelt Augen sich weiten und vorüberschauen ein getroffener Russ mit der vorwurfsvollen Frage im Blick was sinken konnte er nicht mehr sehen ein richtiger Schlag traf ihn von irgendwoher auf den Hinterkopf schritt schürzte aus unendlicher Höhe ein Wasserfall zermalmend auf ihn herab eine Sekunde lang sah noch das Gesicht der Marxer kommt von einem flammenden Rad mit gespaltenem Schädel auf seinen Herren und zuckend auf der Erde lag von Abschnitt 7 von Juli Niedermeier von Menschen im Krieg von Andreas Latzko でも das ist das r Zeit zu erignen auf ihn kann